Hallo und ein herzliches Willkommen zum 14. Teil mittlerweile von TKKG. Wir sind im Urlaubsbereich. Wie man natürlich sieht, alle schon ferienhaft angezogen. Gefährliche Ferien. So hieß es, ne? Habe ich gerade gesagt. Gefährliche Ferien heißt dieser Teil. Ich bin wieder sehr gespannt. Wir werden jetzt heute ungefähr zur Hälfte spielen. Und dann mache ich noch ein zweites Streamspiel, die zweite Hälfte. Achso, ich muss ja immer Neues. Wir nennen uns Rita Sport. So, die Ferienbande haben wir hier heute. Achtung. Jetzt muss es wieder schnell sein. Zack. Sommerzeit, Urlaubszeit. Unsere TKKG-Freunde verbringen ihre Ferien auf Zypern, der wunderschönen Insel im Mittelmeer. Zypern? In dem Küstenstädtchen Ayanape werden sie bereits von Tims Mutter und ihrem Freund erwartet. Hallo TKKG. Hallo mein Sohn. Hattet ihr einen guten Flug? Ja, und jetzt sind wir gespannt, wo wir unsere Zelte aufschlagen können. Und, wie sind eure Zimmer? Wunderbar. Und wir sollen euch wirklich kein bisschen finanzielle Unterstützung geben? Klößchens Vater hat schon das Geld für den Flug springen lassen. Den Rest bezahlen wir. Zelten ist ja nicht so teuer. Wie kommt ihr mit eurem Bericht über die Osterweiterung der EU voran? Bestens. Aber vor allem freuen wir uns nun, dass ihr auch hier seid. Und am Ende der Ferien unternehmen wir alle zusammen was. Oh ja, prima. Toll. Ja, das wird schön. Vorerst findet ihr uns beim alten Kloster. Wir recherchieren dort. Alles ums Kloster herum ist sehr modern. Die vielen Diskurs ziehen junge Leute aus aller Welt an. Naja, grüßt mir Justin vom Sci-Club, falls ihr ihn trefft. Das ist ein netter Bursche. Und seid bitte vorsichtig an der Felsküste. Der Blick zu den Seegrotten hinunter ist nicht ganz ungefährlich. Den schönsten Ausblick müsste man vom Tafelberg am Cap Cricot haben. Der Hafen ist auch hübsch. Da weht immer ein angenehmes Lüftchen. Wenn ihr schöne Töpferware seht, sagt Bescheid. Wir suchen etwas für unser Apartment in New York. So, das sollte reichen. Wir wollen auch bald los. Alles klar, ihr Turteltauben. Wir kommen schon zurecht. Und stolpert nicht gleich über einen neuen Fall. Auch Detektive brauchen Urlaub. Nun, ich weiß nicht, ob wir das versprechen können. Da ist etwas, was ich euch sagen muss. Unsere Finanzlage ist leider gar nicht so rosig. Das Campen ist viel teurer, als wir gedacht haben und verschlingt fast unsere ganze Kohle. Das Campen? Tut mir wirklich leid. Wir werden uns einschränken müssen. Wie sind die denn da? Zufällig ein paar Geldbündel in seinem Köfferchen? Nee. In diesem Köfferchen sind nur ein paar Dinge, die uns in Zukunft bei der Detektivarbeit helfen. Ich denke, es ist okay. Bitte helft mir. Ein Gäste-Safe wurde aufgebrochen. Ich heiße Nico. Ich leite das Nisi-Garden. Ah, Sie sind das. Und Urlaub vorbei. Dann sind Sie auch verantwortlich für diese Preise. Man soll hier fürs Campen am Strand gleich vierfach zahlen, wenn man zu viert ist? Das ist wirklich Abzocke. Oh, äh, na da findet sich vielleicht noch eine Regelung. Ihr seid also Detektive. Ihr könnt mir vielleicht helfen. Der Gast, der den Safe gemietet hat, ist auf einer Mini-Kreuzfahrt nach Ägypten. Vielleicht lässt sich der Vorfall, ähm, hm. Sie meinen vor seiner Rückkehr aufklären? Ich glaube, er meint vertuschen, damit der Gast nichts merkt. Wir vertuschen nie etwas, sondern klären höchstens auf. Wissen Sie was? Lassen Sie uns umsonst zelten. Und ich verspreche auch im Namen von Karl und Gabi, dass wir uns die Sache wenigstens mal ansehen. Ah, Herr Dakschi. Einverstanden. Aber bitte kommt mit euren Untersuchungen nicht alle auf einmal. Das ist zu auffällig. Wegen der Gäste. So, und nun zeige ich euch erstmal, wo ihr campen könnt. Auf Kosten des Hauses selbstverständlich. Oh, jetzt kommt der Campingplatz. Ach, das hören unsere Freunde gern. Keine Frage, dass Karl und Gabi mit dabei sind und unsere TKKG-Freunde alles daran setzen werden, um die Abmachung einzuhalten. Uiho! Also die Musik ist immer on point. Okay. Okay, krasser, krasser Wechsel hier auf die Tasche. So, okay. Hi. Eigentlich heiße ich Peter Carsten, aber ich nenne mich Tim. Ich wohne im Internat. Meine Mutter Susanne arbeitet oft in New York als Fernsehjournalistin, zusammen mit einem Kollegen. Mein Vater war Diplomingenieur. Er ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Da war ich fast acht. Mutti hat sich endlich wieder verliebt. In ihren Kollegen. Wir nennen ihn Champ. Er macht dann sowas. Champ unterstützt Susanne, wo er nur kann. Er spielt gern Baseball. Ich halte mich eher an Karate und Volleyball. An erster Stelle kommt aber meine Freundin Gabi. Was anderes zu behaupten, wäre ungerecht. Und wenn ich eins hasse, dann Ungerechtigkeit. Ich heiße Gabi Glockner und werde auch die Pfote genannt, weil ich mir von jedem Hund die Pfote geben lasse. Ich mag Tiere furchtbar gern. Mein Favorit ist natürlich Oskar, mein schwarz-weißer Cocker Spaniel. Papi ist Kriminalkommissar und Mami besitzt ein kleines Lebensmittelgeschäft. Ich besuche die gleiche Klasse wie Tim, die 9B. Wir gehen miteinander. Endlich verreisen wir auch gemeinsam. Oskar muss in den Sommerferien zu Hause bleiben. Aber Karl und Kürschen kommen mit nach Zypern, wo wir auch Tims Mutter und ihren Freund treffen. Ich habe mich schon über griechische Mythologie schlau gemacht. Da geht es um die alte Götterwelt und viele sagenhafte Geschichten. Ich bin sicher, mit Tim zusammen wird das super romantisch. Ich muss sagen, nach dem letzten Fall bin ich ein bisschen froh, dass Oskar zu Hause geblieben ist. Das muss man erst mal schaffen, dass ein Hund so nervig ist. Der letzte Fall... Hallo, mein Name ist Karl Vierstein. Ich werde auch der Computer genannt, denn ich speichere alles haargenau in meinem Oberstübchen ab. Ich trage eine Nickelbrille und tüftel gern an Dingen, die uns bei der Detektivarbeit nützlich sein können. Harte körperliche Einsätze überlasse ich unserem Häuptling. Tim sitzt in der 9B direkt neben mir. Ich wohne aber bei meinen Eltern. Mein Vater ist Professor für Mathe und Physik. Meine Eltern waren sofort einverstanden, dass ich mit meinen Freunden zum Zelten fahre. Kein Wunder bei dem Zeugnis. Komm, Klößchen. Sagt er im Satz. Ich heiße Willi Sauerlich. Mein Spitzname ist Klößchen, weil ich so dick bin. Ich esse für mein Leben gerne Schokolade. Mein Vater leitet eine Schokoladenfabrik. In der Villa meiner Eltern wurde es mir zu langweilig. Darum wohne ich im Internat und teile mir ein Zimmer mit Tim. Unser Adlernest. Mein Vater möchte, dass ich die Fabrik mal übernehme. An guten Ratschlägen mangelt es im Hause Sauerlich so wenig wie an Schokolade. Willi, pass auf, wenn du in die Sonne gehst. Willi, hör auf das, was Tims Mutter sagt. Wenigstens haben meine Eltern eine Finanzspritze gewährt. Für den TKKG-Flug nach Zypern. Denn dort verbringen wir unsere Ferien. Unter Aufsicht von Frau Carsten. Äh, Susanne. Ich finde interessant, dass sie noch in jeder Beschreibung sagen, wir gehen in den neuen B und der und der wohnt im Adlernest und so. Weil das spielt ja eigentlich jetzt hier keine Rolle. Es sei denn, die fliegen am Ende nochmal zurück. Hm. Okay. Also, wir sehen hier immer an diesem Kreis, wie weit wir quasi fortgeschritten sind. Dann kommt hier so ein, wird hier zum Beispiel ein Viertel gelb oder so. Und dann spielen wir, wenn hier die Hälfte gelb ist, machen wir erstmal eine Pause. Für die YouTube-Mäuse, die das als VOD gucken, ist es natürlich völlig egal. Okay. Hafen. Disco. Künstleratelier. Kloster. Hotel. TKKG Zelte. Felsküste. Und Tafelberg. Ich glaube, wir waren eben schon so beim Zelten. Gucken wir jetzt mal. Ja. Was ist das hier? Nummer 5? Lebt das auch mit dabei? Oder was ist das? Nummer 5? Wir wollten doch unsere Sachen nie unbeaufsichtigt lassen. Okay. So, jetzt habe ich Tim ausgewählt, wie man hier sieht. Die anderen sind so ein bisschen ausgehört. Oh, hallo. Den störe ich lieber nicht. Okay. Kuckuck. Ach, hier steckst du, mein Schatz. Was? Da kann ich jetzt nicht reingehen? Schade. Kuckuck. Das Zelt ist noch ein bisschen nah an dem Zelt. Also ich glaube, da wäre ich da hier ein bisschen weiter weggezogen. Was sagt man zu so einem Prachtbau? Die Burg muss Karl in Windeseile gebaut haben. Okay. Es ist nur der Wind. Kann ich irgendwas machen? Der Roboter erinnert mich an den eingerosteten Zinnmann, dem der Schmied vergessen hat, ein Herz zu geben. Ach ja, der Zauberer von Oz. Ein uralter Film. Als der im Fernsehen lief, haben wir das erste Mal gekuschelt, weißt du noch? Puh, Leute, ich habe das Gefühl, dieser Teil wird ein bisschen hitzig. Zum Zauberer von Oz. Das ist jetzt nicht unbedingt der romantischste Film, aber na gut. Okay. Puh, ganz schön warm. Ja, mir ist auch nicht nach schweißtreibenden Aktivitäten. Ist es just me oder ist jeder Satz so ein bisschen eine Anspielung auf was? Okay. Stell dir vor, Tim, wir liegen genau zwischen dem europäischen Festland, Asien und Afrika. Kein Wunder, dass an die 300 Zugvogelarten auf Zypern zwischenlanden. Nicht zu vergessen die Rucksack-Touristen, die komischsten aller Wandervögel. Okay, hm. Na ja, ich lasse jetzt nicht so viel machen. Vielleicht gucken wir doch erst mal im Hotel, dann nach diesem, nach unserem Fall. Es ist ja so still. In der Vorsaison hält sich die Lernbelästigung in Grenzen. Wie heißt der Mann, der den Safe gemietet hat? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie alle Fingerabdrücke beseitigt haben? Wie heißt der Mann, der den Safe gemietet hat? Sein Name ist Martin Bonks. 50 Jahre alt, circa 1,80 groß, ein Deutscher und seit gestern abwesend. Ach ja, auf Minikreuzfahrt. Das sagten Sie bereits. Ich möchte nicht wissen, wie teuer hier ein Zimmer ist. Und die Eltern waren aber hier in einem Hotel, oder warum standen wir hier eben? Das habe ich überhört. Martin Bonks, der Bruder von Jar Jar Binks. Ja, das kann natürlich sein. Gucken wir erst mal jetzt her. Naja, vielleicht die offene. Mann, da muss man ja zweimal hinsehen, um einen Einbruch zu erkennen. Hier ist das Teil, in das der Riegel normalerweise einschnappt. Wie sieht es hier mit Spuren aus? In dem Riegel ist nichts auszusetzen. Das Schloss ist intakt. Okay. Hm. Ah, das ist eine dieser verzierten Holztafeln, mit denen sich gläubige Menschen den Heiligen näher fühlen. Also dieses kleine Persönchen sieht noch nicht so ganz glücklich aus. Okay, kann man hier hoch gehen? Boah. Tja, was meint ihr? Gucken wir vielleicht einfach mal überall erst mal? Felsküste. Ja, komm. Ist diese Felsformation natürlich ein Ursprungs? Ach, wenigstens weht hier ein frommes Lüftchen. Ein frommes Lüftchen? Was ist ja nicht so viel los hier tatsächlich? Okay, Tafelberg. Boah. Also die Locations sind ein bisschen karger, sag ich immer so, als sonst eine TKG-Stadt. Unglaublich. Im Frühjahr soll es in dieser Gegend einen Wanderpfad geben, der durch ein Meer von Blumen führt. Oh. Oh. Ich sehe nur irgendwie ein Spinnchen. Eidechse? Sie fantasiert schon wieder. Oben? Ach, da. Ah. Okay. Naja. Also hier ist jetzt gar nicht so viel los. So, gehen wir mal zur Disse. Da nenne ich sie immer. Ach ja, der Eidäugige Zyklon. Überall Katzen. Äh, der Eidäugige Zyklop. Kann man auch nichts machen. Künstleratelier? Jetzt gibt es doch mal irgendwas. Wer klopft da? Wer klopft da? Wenn Sie nicht öffnen, handeln Sie sich gewaltigen Ärger ein. Wollen Sie das, Frau Makronissus? Wir sind miteinander fertig. Adio. Oh, da sind Sie sauber abgeblitzt. Ja, so, das ist jetzt im Spielen. Also ich klopfe jetzt hier nicht wieder auf den Tisch. Gehen Sie immer so mit Frauen um? Sie wollen sich doch nicht mit Gewaltzutritt verschaffen. Ja, dann machen wir hier die Anklage. Gehen Sie immer so mit Frauen um? Komm erst mal in das Alter, in dem du deine eigenen Erfahrungen mit der Damenwelt machst. Ein Weib kann störrisch sein wie ein Esel. Na, dazu passt ja die Beharrlichkeit, mit der Sie der Frau zusetzen. Hui. Hui, okay, das ist schon mal einer. Der ist schon mal verdächtig. Was auch immer. Können wir vielleicht fragen, ob er gerade Geld brauchte, ob er in den Safe gegangen ist. Hafen. Irgendwo muss noch mal was los sein. Ist ja auch keiner hier. Under the Sea. Puh, die Sonne meint es hier aber gut mit einem. Das gibt es doch nicht. Tja. Ja, so viele Touristen sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht so ganz. Also können wir vielleicht noch mit... Gehen wir mal mit einer Frau zu dem komischen Typen. Sagt Ihnen der Name Amanda Stiles etwas? Gehen Sie endlich weg. Ich weiß gar nicht, was Sie noch von mir wollen. Hey! Hören Sie auf, die Frau zu belästigen, sonst rufe ich die Polizei. Ist ihm scheißegal. Wer sind Sie eigentlich? Soll ich die Polizei rufen? Ja, erst mal... Wer sind Sie eigentlich? Ja, ist eine gute Frage. Willst du damit sagen? Du hast noch nie mein Foto in der Presse gesehen? Dann kann ich dir auch nicht helfen. So ein eingebildeter Gockel. Seine Visage sagt mir überhaupt nichts. Ja, auf Zypern sprechen alle Deutsch. Das stimmt. Haben wir irgendwo einen Zeitungsstand oder so? Das würde wir da mal gucken können. Kloster. Wo sind denn alle? Das ist eine Folge, wo sind denn alle einfach? Das gibt es doch nicht. Endlich Schatten. Hier lässt es sich aushalten. Ich hoffe, der Baum ist stabil. Warum? Oh, das ist wohl eine Ausgabenstätte. Das wäre was für Tims Opa. Klösschen, mein Timotheus, mein Vater. Er ist Archäologe. Aha. Aber dies ist keine Ausgabungsstätte. Vieles ist im Lauf der Zeit verfallen oder neue Bauten waren nötig. In den 60er Jahren hat man gründlich restauriert. Das ehemalige Nonnenkloster dient mittlerweile als Konferenzzentrum. Jedenfalls ist es klasse, dass hier jeder einfach so rein darf, ohne was löhnen zu müssen. Ob die Katzen noch eine Rolle spielen? Weil in ziemlich vielen Szenen sind irgendwelche Katzen. Was für Konferenzen finden hier denn statt? Das ist immer eine gute Frage. Samstags. 15.30 Uhr vor allem. Hier tagen die Kirchen des Nahen Ostens, um sich in Glaubensfragen zu einigen. Dazu bringt der Weltkirchenrat die unterschiedlichsten Christen an einen Tisch. Davon habe ich mal gehört. Das ist doch die ökumenische Bewegung. Hauptsache, sie führen die hitzigen Debatten im Schatten. Ja, aber hier geht es auch nirgendwo um... Tja, das spinnt. Vielleicht sind wir wirklich nur hier, um Urlaub zu machen. Gleich können wir hier noch irgendwo ein Eis essen und ein bisschen schwimmen. Das wird vielleicht ein recht langweiliger Teil. Man weiß es noch nicht. Also ich glaube, wir müssen noch hier im Hotel anfangen, oder? Hallo. Unser Platz am Strand ist sehr schön. Es freut mich, dass ihr euch gefällt. Ich dachte, man könnte hier mal in die Zeitung... Ja. Aber diese paar Zelte auf dem Sand, das war jetzt das, was so teuer war, oder was? Da sind also die hoteleigenen Saves. Gut, das muss man auch teuer machen. Wenn sonst überhaupt null Touristen da sind, dann müssen die vier, die mal da sind, ein bisschen mehr bezahlen. Also ich kann da nichts erkennen. Ist das was? Das lässt sich aus der Entfernung aber schwer ausmachen. Ja, geht auch näher an. Ein ganz gewöhnlicher Riegel. Und er lässt sich bewegen. Dadran ist nichts manipuliert worden. Ja, wir waren bisher nur mit... Ja, gehen wir vielleicht mal mit Karl zu seiner Sandburg da. Warum auch immer er die gebaut hat. Gucken wir mal. Ui. Na, was hältst du von meiner Konstruktion? Wir blicken hier auf 13 Jahre viersteinische Sandkastenerfahrung. Ich muss sagen, die hat sich bezahlt gemacht. Scherzkeks, ich meinte mein Roboter. Die Teile aus den Überraschungskugeln machen sich ganz gut, Klößchen. Das haben wir unserem Teamwork zu verdanken. Du hast dich um die Figuren gekümmert und ich mich um die Schokolade. Ja, neunte Klasse, ne? Zu Weihnachten schenke ich dir mal eine Packung Brillenputztücher. Hm? Habt ihr das gerade verstanden? Er niest und der andere sagt, ich schenke dir Brillenputztücher? Chat versteht's auch nicht. Na gut. Okay. Ja, war wohl ein Insight. Hey Klößchen, pass bloß auf, dass nichts von deiner Sonnencreme an mein Köfferchen kommt. Natürlich nicht. Was nützt uns schließlich die Detektivausrüstung, wenn alles beschmiert ist? Weil ihn angespuckt hat auf die Brille. Oh, das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt haben wir hier sogar Miri, die vom TKG-Fieber gepackt wurde. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber das ist schon Teil 14 und wir spielen das seit 50.000 Ewigkeiten. Aber bis zum Ende, bis zum Ende geht das hier. Ich glaube insgesamt 16 oder 17 Teile. Oh. Okay. Gespräche abzuhören ist zwar nicht die feine englische Art, aber ich hab ja auch nicht vor, Tims und Gabis Flotte reinzubelauschen. Ich glaube, wir werden dann noch was mitkriegen. Also, das geht alles in die Richtung. Kurios, dass ein Meisterwerk der Abhörtechnik ausgerechnet nach einem geflügelten Blutsauger mit Stinkdrüsen benannt wurde. Morsezeichen. Ein Punkt steht für ein kurzes Signal, ein Strich für ein langes. Okay. Die Steuerung für den Roboter sieht ziemlich professionell aus. Zu einem scharfen Verstand gehört eine verschärfte Lupe. Oh, kann ich den mitnehmen, weil er eben gesagt wurde... Naja, offenbar nicht. Hey Klößchen. Meinst du, es macht Sinn, den Safe auf Fingerabdrücke zu untersuchen? Nö. Dieser Nico hat doch reichlich von dem Reinigungsmittel versprüht. Außerdem wäre es ihm bestimmt nicht recht, wenn wir von allen Leuten im Hotel Fingerabdrücke zum Vergleich nehmen. Das Wortungsgerät reagiert auf den Peilsender. Hey Karl, ich glaube bei dir piept's. Ein Peilsender mit einer Reichweite von einigen hundert Metern. Also mir kommt's so vor, als hätten wir so einen Detektivkoffer vielleicht in den vergangenen 13 Fällen auch schon mal gut gebrauchen können. Aber gut, dass Karl ihn jetzt im Urlaub auf Zypern zum ersten Mal mit dabei hat. Na gut. Können wir den ganzen Koffer irgendwie mitnehmen? Schade. Ne, ich kann auch keine einzelnen Teile dafür mitnehmen. Ich dachte, das wäre jetzt so das nächste Ding. Vielleicht hat er ihn jetzt erst geschenkt bekommen. Kann auch sein. Äh, Kalimera. Kalimera. Hey, das war das erste Mal, dass ich jemanden auf Griechisch begrüßt habe. Jammer es mal, Lacka. Ach. Oh. Griechisch und Englisch. Ob das der deutsche Durchschnittstourist versteht? Geht der gerade davon aus, dass jemand nicht weiß, was Danger No Swimming heißt? Ich habe auch schon mal als Kind Urlaub in Griechenland gemacht, auf Kreta. Und der beste Tag war aber der, wo die rote Flagge war. Ähm, da war ich, also ich bin jetzt nicht so weit raus, äh, natürlich gegangen. Aber so am Anfang, direkt am Strand waren dann schon so Riesenwellen. Und dann schön da mit der, äh, mit der, mit der Luftmatratze konnte man fast wie so, ähm, wie nennt man es? Kreta war ich 2005. Uh, nee, da war ich, glaube ich, vorher. Da war ich jünger. Surfen. Erstmal so ähnlich wie Surfen auf so einer, auf so einer Luftmatratze. So, hier ist ja, hier ist ja Lärm. Lärm, Lärm, die See ist ruhig. Mir war die Farbe schon immer sympathisch. Ja, da war ich nämlich noch zu klein für alles. Da konnte man so Bananenboot fahren und sowas alles und ich durfte nichts machen. China war hier. Hm. Alles da, von Alpha bis Omega. Ja, das Zeichen für Omega sieht aus wie Kopfhörer. Viele wissen gar nicht, dass sich dieser Buchstabe auch auf unserem Geldschein befindet. Gleich unter dem O von Euro. Hui, da wird hier aber jetzt mal wieder ein bisschen Wissen eingeflößt. Wisst wollt oder nicht. Naja, aber ansonsten, ich erzähle mir auch wieder nichts. Na, wie habe ich das mit den Kosten gedeichselt? Die Hotelleitung kriegt von uns keinen müden Euro. War nicht schlecht, wie du den Geschäftsmann hast raushängen lassen. Aber auf Zypern gibt es den Euro noch nicht. Die Währung heißt hier Lira. Auch Pound, Pfund genannt. Der Name stammt wohl aus der Zeit der britischen Herrschaft. So wie der Linksverkehr auf den Straßen. Ich habe das Gefühl, wir lernen heute einiges über Zypern. Also, falls ihr diesen Sommer im Urlaub da geplant habt, dann ist das hier exakt das gute Spiel für euch. So. Vielleicht ein Klößchen noch mal. Hey, bring mir nichts durcheinander. Würde das Zelt richtig stehen, hätten wir hier drin mehr Platz. Und ich müsste nicht ständig deinen Kram auf deine Hälfte zurückschaufeln. Komm, im Zimmerteilen bin ich kampferprobt. Schließlich wohne ich im Internat mit Tim zusammen. Und wenn unser Häuptling ein Auge zudrücken kann, werden wir uns doch nicht wegen eines Zeltes in die Wolle kriegen. Ja, Tim und Gabi haben ein Zelt. Sag bloß nicht, dein Roboter hat die Burg gebaut. Wer weiß, sind das hier immer? Schon gut. Ich weiß, dass das dein Meisterwerk ist. Ups. Klößchen. Hm. Also so schwierig ist das Schild jetzt auch nicht zu verstehen, oder? Also man kann sich nicht zu der Freundin schließen, wenn man einfach nur eine Ampel lesen kann. Sie sehen ganz anders aus als die griechischen Buchstaben, mit denen wir in Mathe Winkel bezeichnen. Ach, ich hab's. Das hier werden Großbuchstaben sein. Huch. Ja, wo finden wir hier wieder einen Anfang? Das ist ja immer die große Frage. Ja, also die einzige große Interaktion war ja mit dem komischen Mann. Ich glaube, da ist geschlossen. Verstehen Sie mich? Äh, closed. Ah, ein Lanzmann. Für dich mag hier geschlossen sein, aber nicht für mich. Mann. Einer von der ganz auftraglichen Sorte. Ist das hier eine Töpferei? Machen Sie hier Urlaub? Nein, ich halte mich auf Zypern auf, um die Interessen meines Auftraggebers zu wahren. Grob gesagt, ich bin in Sachen Kunst unterwegs. Oh, ein Sachverständiger also. Na gut, wenn das das Künstleratelier ist, dann macht das ja auch Sinn. Mal gehen wir mal mit Karl noch mal hin. Gehen Sie immer so mit Frauen um? Sie wollen sich doch nicht mit Gewaltzutritt verschaffen. Gewalt liegt mir fern. Ich mache mir nicht gerne die Hände schmutzig. Ich eigentlich auch nicht. Ich möchte gerne diesen Koffer mitnehmen. Ich möchte bloß wissen, warum die am Flughafen so einen Aufstand gemacht haben. Mein Handgebäck war absolut harmlos. Erst als ich behauptet habe, es sei Spielzeug. Frau Makronissos, ich weiß, dass Sie da sind. Im Namen der Gerechtigkeit, machen Sie auf. Vielleicht versteht die Dame kein Deutsch. Die Dame versteht mich ganz genau. Sind Sie von der Polizei? Warum behelligen Sie die Dame? Sie hat die Unverfrorenheit besessen, ein Gemälde ihres tödlich verunglückten Bruders an einen Touristen zu verhökern, bevor ich ihr ein Angebot machen konnte. Schalten Sie mal einen Gang runter. Die Dame ist in Trauer. Im Namen der Gerechtigkeit. Okay. Das ist er. Der alte Maulbärfeigenbaum. Sicher nisten allerlei Tiere in seinem Geäst. Man kennt ihn. Oh, das ist ja wie in einem Feen-Schloss. Darf man denn mit Sommerklamotten rein? Das sieht man hier nicht so eng. Aber in der Regel sollte man schon darauf achten, keine religiösen Gefühle zu verletzen. Schultern und Knie sollten eigentlich bedeckt sein. Also keine Badenixen. Schlimm genug, dass sich manche Tourist überhaupt nicht um die Gefühle anderer scheren. Hier sehe ich aber ein sexy Knie rausgucken, mein Freund. Da war was auf dem Baum. Was ist das hier? Ist das da ein Tier oder? Doch, da ist ein Tier. Ich muss näher ran. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Hallo, du da. Keine Angst, ich tu dir nichts. Na komm. Aber das ist ja gar kein Fell. Ein Toupet. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ist das ein Brauch der Insel? Vielleicht finde ich die Antwort darauf im Kloster. Immer mit den Perücken. Hallo? Könnten Sie bitte mal diese Perücke anziehen? Das kennen wir ja schon. Die Antwort im Kloster. Oh, warte mal. Ne, da muss ich nochmal. Jetzt werden wir wieder Leute belästigen mit unserem Toupet. Welchen Eindruck habt ihr vom Hotelbesitzer? Habt ihr auf der Insel schon viele Tiere gesehen? Ein paar Esel und massenweise Eidechsen. Aber keine einzige Ziege. Obwohl es überall Ställe gibt. Die alten Verschläge stehen leer, weil sie nicht den Richtlinien der EU entsprachen. In einem geeinten Europa sollten alle Länder zu einer vorbildlichen Tierhaltung verpflichtet werden. Richtig so. Zypern ist 2004 zur EU dazu gestoßen. Haben Sie es deshalb genommen oder was? Was habe ich hier eben gelesen? Weil das Spiel ist doch auch von 2004 oder was? So, jetzt wollen wir erst mal ein Toupet zeigen. So wie man es gerne macht. Das hier habe ich vor dem Kloster gefunden. Ein Tier? Es ist tot. Sweetheart, das ist kein Tier. Gosh. Ein Toupet. Leg es lieber wieder zurück. Das ist unappetitlich. Gosh, ein Toupet. Sorry. Just turns into an American when I saw this Toupet. Ja, das ist unappetitlich. Das ist eigentlich so die Reaktion, was man wahrscheinlich auch erwarten würde. Sweetheart. Das lege ich aber nicht zurück. Nein, das ist ein ganz besonderer Baum. Da hängt man Toupets auf. Ich lege es nicht zurück. Ich behalte dieses fremde Toupet. Das ist mein Mitbringsel. Meine Erinnerung an Zypern. Gut, was machen wir jetzt damit? Wir können jetzt nicht wieder... Wir können noch an den Strand gehen. Da war ja noch dieser Typ. Und dem auch nochmal das Toupet zeigen. Hallo, meine Schaumgeborene. Hey, du hast dir also gemerkt, was ich dir über Aphrodite erzählt habe. Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, an der Küste Zyperns, dem Schaume des Meeres, entstiegen. Oh, Leute. Ich habe das Gefühl, wir werden heute wieder einige Begriffe lernen. Nach Schokoprinz. Und was hatten wir nochmal? Wir hatten da noch so ein Wort letztes Mal. Schaumgeborene. So, jetzt ziehst du erstmal Toupet auf. Tausend schön hier. Wonach mein Haar in die Bäume hängt? Nein, wirklich nicht. Müssen wir diese Haarpracht jetzt die ganze Zeit mit uns herumschleppen? Damit hat es irgendetwas Sonderbares auf sich. Nimm es ruhig nur als ein Gefühl, als weibliche Eingebung. Tim Toupet. In was hat uns Klösschen da bloß reingeritten? Am besten wir raten, Nico die Polizei zu holen. Wenn ich es aufregend haben will, schlüpfe ich lieber zu dir ins Zelt. Aber abgemacht ist abgemacht. Klösschen hat sich für uns ganz schön ins Zeug gelegt. Jedenfalls mehr als beim Zeltbau. Leute, hier geht heute was ab. Hier geht doch heute was ab. Da liegt doch was in der Luft. Da liegt doch was in der Luft. Man weiß aber auch nie, das ist immer super unterschiedlich, habe ich das Gefühl. In manchen Teilen sind die so, als würden die sich gar nicht kennen. Dann bei anderen sind sie so super romantisch. Das ist, tja, man weiß es nicht. Karl und Klösschen sind die reinsten Kindsköpfe. Mag sein, aber sieh mal, was für ein cooles Teil der Roboter ist. Was denn? Du weißt doch, in jedem Kerl steckt auch ein Kind. Okay. Na los, Roboter, vorwärts, marsch, marsch! Da kannst du genauso gut drauf warten, dass der Blitz einschlägt und ihn zum Zappeln bringt. Tja, ich weiß noch nicht so ganz, was das mit der Sandburg hier soll. Aber ich möchte jetzt erst mal mein Toupet zeigen. Ich wollte nur ein Toupet zeigen. Ach nee, geht nicht. This is someone calling. Who are you wearing? Ach, das kann doch nicht. Ich klicke doch jetzt nicht mit jedem auf dieses Schild. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Das ist unser Schild. weirdo sind im Urlaub. Trenn das auf deinem Kopf. Es ist ein Toupet, ich habe in dem Kloster. In dem Klosterbaum. Ich möchte bloß wissen, warum die am Flughafen... Na, wie habe ich das mit den Kosten gedeichselt? Die Hotelleitung kriegt von uns keinen müden... Ach man, ich möchte den Koffer mitnehmen. Das ist ein Toupet, erfaut jetzt ein Wollolo. Ich kann jetzt nicht ständig... Mit dem Toupet zu dem Klopftypen. Vielleicht können wir ihn so da weglocken. Soll ich die Polizei rufen? Ja, jetzt! Glaub es oder nicht, aber ich habe meinen Lebtag oft genug mit der Polizei zusammengearbeitet. Ich kann dir versichern, dass ich hier nur meine Arbeit mache, auch wenn es dir nicht gefällt. Sie haben recht, es gefällt mir nicht. Wenn der Frau auch nur ein Haar gekrümmt wird, sind sie dran. Irgendwie ein bisschen weird, weil man weiß ja überhaupt nicht, was die Frau gemacht hat. Die Frau könnte ja auch einfach gerade jemanden abgestochen haben. Und die gehen halt sofort auf denjenigen, der an der Tür klopft. Ja, bei der Disco ist auch irgendwie nichts los, ne? Na, ein Auge? Die Frau hat ein Bild ihres Bruders verkauft, bevor sie es ihm verkaufen konnte. Ja, das hat er gesagt, aber... Ja, ich dachte, das nächste Ding wäre jetzt, die Lupe hier von Karl zu nehmen, weil ja immer gesagt wurde, ich sehe bei dem Spind nichts oder so. Oder man müsste noch näher gucken oder sowas, haben sie doch eben gesagt. Hallo, Geschäftspartner! Hallo, Willi Sauerlich! Ihr denkt doch an unsere Abmachung. Klar, was ich sage, hat immer Gewicht. Alles blitzblank. Nummer 124. Das wird auch die Zimmernummer des Gastes sein. Muss das so sein? Doch wie geschmiert. Ah, nee, da oben kommen wir nicht hin. Ach, wenn es am Strand nicht auszuhalten ist, kann man sich hier in die Fluten stürzen. Hm. Ja, vielleicht erst mit Karl alles angucken. Ja, könnte auch sein. Haben wir mit Karl da schon mal genau hingeguckt? Ja, haben wir eben gemacht, glaube ich. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie alle Fingerabdrücke beseitigt haben? Ich war gerade beim Reinigen, als mir auffiel, dass mit einem Safe etwas nicht stimmt. Hätte ich nicht geputzt, wäre die Tat sogar unbemerkt geblieben. Ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen. Ja, vielleicht fragen wir auch erst mal mit allen noch mehr Infos darüber. Bleibt die Rezeption manchmal unbeaufsichtigt? Nun ja, auch ich habe menschliche Bedürfnisse. Dieser kleine Einbruch muss sehr schnell gegangen sein. Ja, ganz schön unverfroren. Mit wem war der Bestohlene zusammen? Er war immer allein unterwegs. Aber ich erinnere mich, wie er zu seiner Kreuzfahrt aufbrach. Da stritt er sich vor dem Hotel mit einem Mann, dem das wohl nicht recht war. Offenbar ließ er sich vertrösten. Das war so ein eingebildeter Schnösel. Danach habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ich frage mich, ob sich der Streitlicht um das drehte, was im Safe deponiert war. Der Schlupf-Schnösel vielleicht. Hallo Nico, haben Sie den Safe schon reparieren lassen? Oh nein, das leite ich erst in die Wege, wenn ihr Erfolge vorzuweisen habt. Verstehe. Kann ich mal das Zimmer des Bestohlenen sehen? Ausgeschlossen. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Ich habe es vorhin erst mit einem Zimmermädchen inspiziert. Das Bett war unbenutzt, also sind wir gleich wieder raus. Da mietet sich jemand ein Zimmer und dann nutzt er es nicht mal, weil er im Urlaub verreist? Verdächtig. Ich gucke noch mal ins Notizbuch. Im Hotel wurde ein Gästsafe aufgebrochen. Nico, der Geschäftsleiter, fürchtet um den Ruf des Hauses. Er sagt, der Gast, der den Safe gemietet hat, sei auf einer Mini-Kreuzfahrt. Nico hat uns gebeten, das Verbrechen vor dessen Rückkehr aufzuklären. Der Name des Abwesengastes lautet Martin Boggs. Gabi hat im Maulbeerfeigenbaum ein widerliches Toupet gefunden. Widerliches... Okay. Hm. I. I. Dieser Anblick lässt das Herz eines jeden Geologen höher schlagen. Ich gehe jetzt mit Carly-Ball hin. Puh, wenn hier die Nacht hereinbricht, muss es stockfinster sein. Mit Carly war ich da schon beim Safe. Oder? Das ist also das Kloster von Aya Napa. Am Reiseführerstand, es wurde 1530 erbaut. Also nicht lange, bevor arabische Piraten ihre heftigen Angriffe starteten und die venezianische Herrschaft ihrem Ende zuging. Ah, das Reporter-Team ist schon vor Ort. Oh, ich assistiere ja nur, Carl. Champ ist der Boss. Ja, und du hast einen guten Chef verdient. Kein Verbrecher wie den von der Neuzeit-Chemie. Wollte seine eigene Hauptbuchhalterin zum Schweigen bringen, dieser Mistkerl. Ach ja, Susanne hatte herausgefunden, dass er Geschäfte mit chemischen Kampfstoffen abwickelte. Dem Job würde ich keine Träne nachweinen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Habt ihr den tollen Baum am Eingang bemerkt? Fühlt ihr euch in eurem Hotel sicher? Wenn euch wegen des Campens doch noch Bedenken gekommen sind, dann zahlen wir euch ein Zimmer. Meinetwegen auch zwei. Nein, nein, ich dachte nur daran, wie leicht man so einfach ins Nissy Garden spazieren kann. Ähm... Okay, da gucke ich mit Carl doch nochmal beim Safe. Hier ist das Teil, in das der Riegel normalerweise einschnappt. Wie sieht es hier mit Spuren aus? Dem Riegel ist nichts auszusetzen. Das Schloss ist intakt. Kann ich jetzt für recht meine Spurensache nehmen? Welchen Eindruck haben Sie von Martin Bonks? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie alle Finger... Welchen Eindruck haben Sie von Martin Bonks? Er kam mir schüchtern vor. Er verhält sich keinesfalls wie die Sorte Pauschaltourist, die daheim vom Chef kuscht und hier die guten Manieren vergisst. Also der Typ, der nicht mal was sagen würde, wenn er eigentlich Grund für eine Beschwerde hätte. So, und jetzt möchte ich was mitnehmen. Willi, was hältst du davon, wenn wir meine Lupe einstecken? Äh, lupenreine Eingebung, Carl. So. Hey Klößchen, meinst du es macht Sinn, den Safe auf Fingerabdrücke zu untersuchen? Nö. Dieser Nico hat doch reichlich von dem Reinigungsmittel versprüht. Außerdem wäre es ihm bestimmt nicht recht, wenn wir von allen Leuten im Hotel finden. Damit hat also Samuel Morse im 19. Jahrhundert die Telegrafie mitbegründet. Heute benutzen wir andere Wege der Kommunikation, um uns weltweit zu verständigen. So. Jetzt werden wir erstmal genau gucken. So. Jetzt werde ich ganz genau hingucken. Aha. Endlich Spuren eines gewaltsamen Vorgehens. Aber wie soll das gehen? Hier am Rahmen war ein Stemmeisen am Werk und trotzdem sind Schloss und Riegel unversehrt. Also hat man den Safe mit einem Schlüssel geöffnet. Und die eigentlichen Einbruchsspuren wurden erst nachträglich verursacht, als der Safe längst offen stand. Klarer Fall von vorgetäuschtem Delikt. Ja. Fall gelöst, würde ich sagen. Legen wir uns hin. 1845. 1845. Okay. Welchen Eindruck haben Sie, ist Ihnen eigentlich klar? Hey. Man kann es gar nicht sagen. Welchen Perkamisch? Oder muss ich es jetzt den anderen erzählen beim Zelt oder wie? Und das wäre jetzt schon mal gelöst. Na, wie habe ich das mit den Kosten gedeichselt? Nee. Nee. Stell dir vor, Tim. Wir liegen genau zwischen dem europäischen Festland. Ja, ja. 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 Können die anderen eigentlich auch mit der Lupe gucken? Hey. Okay, ist das jetzt abgeschlossen? Was ist, wenn ein Gast von Ausflügen nicht zurückkehrt? Dann bin ich wohl oder übel gezwungen, die Polizei einzuschalten. Es muss sich ja nicht um ein Verbrechen handeln. Es könnte sich ja auch ein Unfall ereignet haben. Tödlicher. Der Angler scheint fischig. Sehr gut. Aber ich kann jetzt auch nicht mit ihm das sprechen. Das wundert mich. Welchen Eindruck haben Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie alle Finger... Ich war... Hä? Okay, das ist abgehakt. Ich kann auch nicht mehr mit ihm da hin. Worum liegt eine Perücke? Ja, da sind noch Beine dran an der Perücke hier. Aber mit Gabi können wir auch nicht fragen nach dem Toupet, oder? Nee, kann sie nicht zeigen. Haben Sie Zweitschlüssel für die Saves? Nein, das sind alles Einzelstücke. Zweitschlüssel gibt es nur für die Zimmertüren. Du glaubst gar nicht, wie oft es vorkommt, dass sich ein Gast aussperrt. Ja, und die Putzfrauen müssen ja auch hinein können. Wie die Blüten duften. Wie die Blüten duften. Das und die Gewaltspuren widersprechen sich. Der Einbruch war vorgetäuscht. Aber wieso? Ja. Wieso? Der Hafen. Wenn die unseren Fall abgeschlossen haben, will ich es unbedingt mit Paragliding versuchen. Das ist ja wirklich das Einzige, wo was abgeht hier mit dem Typen. Sind Sie von der Polizei? Warum wenden Sie sich nicht an den neuen Besitzer des Gemäldes? Das habe ich. Ich konnte ihn ausfindig machen. Diesen Kriecher mit seiner widerlichen Frisur, an der man ihn noch auf 100 Meter Entfernung erkennt. Erst wollte er das Bild nicht rausrücken, aber er wird es an mich abtreten. Auf gut Deutsch, Sie haben ihm zugesetzt. Und dann haben sie ihm die widerliche Frisur vom Kopf gerissen. Im Namen der Gerechtigkeit. Ja, so langsam ergibt sich ein Bild. Das ist ja offenbar das Einzige, wo wir ein bisschen weiterkommen, ist dieser Typ. Wer sind Sie eigentlich? Soll ich die Polizei rufen? Nee, das haben wir ja auch schon. Glaub es. Das haben wir beides. Ist das hier eine Töpferei? Machen Sie hier Urlaub? Ist das hier eine Töpferei? Eigentlich ist dies das Atelier von Jorgos Macronissos, einem Landschaftsmaler. Dieser ist allerdings überraschend verstorben. Wenn du mich fragst, Junge, kein großer Verlust für die Kunstwelt. Die Töpferarbeiten stammen von seiner Schwester. Mann, Sie wissen aber Bescheid. Im Namen des Mondes. Ich werde dich bestrafen. Ich fände schon gut, wenn ich jedes Mal so einen Satz rufen würde vor dem Klopfen. Äh. Man kann die Perücke da nicht rausholen. Was für Konferenzen finden hier? Kennt ihr den Hotelgast, der auf Ägyptenkreuzfahrt ist? Aus dem Missy Garden? Flüchtig. Warum? Äh. Es hätte mich nur mal interessiert, wie das gehen soll. Kurz hin, alle Sehenswürdigkeiten abklappern und wieder zurück. Das muss die reinste Strapaze sein. Hm. Ich hoffe, der Baum ist stabil. Kann den Baum jetzt auch nicht wieder zurücklegen, ne? Gespräche abzuhören ist zwar nicht die feine Englisch. Kurios. Dass ein Meisterwerk der Abhörtechnik ausgerechnet... Hm. Ich sollte meine Ausrüstung nicht ungeschützt herumliegen lassen. Puh. 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 Na ja. Auch das muss man mal gesehen haben. Hm. Baum ist stabil. Ehrengehölz. Gehen Sie immer so mit Frauen? Sie wollen sich doch nicht mit Gewaltzutritt verschaffen. Gewalt liegt mir fern. So, was machen wir mit dem? Also ich hatte das Gefühl, als er so zu Gabi gesagt hat, man kennt mich doch aus der Zeitung, habe ich ein bisschen geguckt, ob er irgendwo in der Zeitung ist, aber... Hm. Bei der Macht von Greyskull. Hüfte die Tür. Hm. Ist das Toupet wirklich so der nächste Schritt? Aber sie kann es hier nicht rausholen, glaube ich. Nee. Wer sind Sie eigentlich? Soll ich die Polizei rufen? Soll... Glaub... Nee. Ist der Angelmeister unser nächster? Können wir das Toupet reinschmeißen? In was hat uns Klößchen da bloß reingeritten? Am besten wir raten Nico, die Polizei zu holen. Wenn ich es aufregend haben will. Ach so. Sag mal eben. Hi. I am Gabi from Germany. Germany. Bitte leise, sonst kommen keine Fische. Oh, ich... Toupet beim Hotelier habe ich auch schon versucht, aber da kann ich es auch nicht zeigen, komischerweise. Kann ich mal das Zimmer des Bestohlenen? Haben Sie Zweitschlüssel für die Safes? Kann... Kann... Aus... Nee, kannst du nicht rausholen. Mit Karl mal angeln? Tja, nee. Das ist doch eine Coca-Cola, sehe ich doch direkt. Na, wie habe ich das mit... Mit Toupet in den Club? Ja, finde ich auch gut. Äh, das ist irgendwie, dass etwas unangenehm ist, wenn diese Spinne so übers Gesicht die ganze Zeit... Oh! Zieleine Kleines! Schade, ich kann das Toupet nicht zeigen. Wäre das was für Tim? Ich habe den schon gesehen, nur nicht, dass man da interagieren kann. Hier kommst du nicht rein. Mit so einem Hüllenbewohner gebe ich mich gar nicht erst ab. Farbe der Flagge ändern. Ja. Kann ich das? Das müssen wir bestimmt an irgendeiner Stelle machen. Und da hinten ist die Lifeguard am Gucken. Und da hinten ist das Sammuk passinget! Mmh... Sie sind da, du Mustin und das auch schon mal ein bisschen. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Denn da drin. Gehean, viel Spaß gemacht. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Das drin! Ich bin da drin. insat, aber da drin. das drin. Wie ich immer am Anfang so auf einmal feststecke. Ja, der Burg, das kann jetzt auch nichts sein. Stell dir vor, Tim, wir liegen genau zwischen dem europäischen... Das haben wir auch schon gehört. Hm. Was haben wir denn hier für Meereskutschen? Affengeil. Okay. Deine Felsküste ist nichts, ne? Affengeile Meereskutschen. Ich mag gar nicht so weit hinunterkucken. Was für ein lauschiges Plätzchen, so mitten im Trubel von Ayanapa. Mann, die Äste dieses Baumes sind so schwer, dass sie gestützt werden müssen. Hallo, Muddl. Hallo, Champ. Muddl? Ich glaube, wir sollten Champ nicht verwirren. Geht klar, Mami. Muddl? Hallo, Schmuddelmuddel. Habt ihr ein Hotel-Safe gemietet? Kommt das Kloster in eurer Reportage vor? Habt ihr ein Hotel-Safe gemietet? Ja, für meinen Laptop. Die restliche Ausrüstung kommt nächste Woche. Natürlich ist alles für den Fall eines Diebstahls versichert, denn ein Hotel übernimmt in der Regel keine Haftung. Eben. Darum schieben wir lieber abwechselnd Wache. Ja, Muddl, jetzt gib uns doch mal was, was wir als nächstes hier machen sollen, Muddli. Für mich ist der Fall gelöst. Wir können ja leider auch nicht in das Zimmer rein, das ist das Problem. Bleibt die Rezeption manchmal? Ist jemand vom Personal vorbestraft oder so? Weil dann hätten wir natürlich schon den Strafväter. Ist ja klar. Selbstverständlich nicht. Ein guter Detektiv muss halt jede Möglichkeit in Erwägung ziehen. Kennen Sie Diebe? Gabi noch mal alles angucken. Komm, Gabi, guck jetzt noch. Schade, dass meinem Wauwau das entgeht. Aber um Oskar mitzunehmen, hätte er einen Nachweis über sechs Monate Quarantäne, die Gesundheitsbescheinigung eines Tierarztes und eine Einfuhrgenehmigung gebraucht. Haben Sie jemanden angestellt, der regelmäßig Safes aufbricht? Nö, nicht, dass ich wüsste. Gut, dann gehen wir jetzt zum Hafen. Oh, wie schön. Was wollt ihr mal mit dem Picasso-Schiff? Da kann ich doch gar nicht hin. Sie sagt nur, oh, wie schön. Warum liegt hier Müll? Märchenhaft. Na, hier ist ja alles vom besten Schiff. Disco noch mal, Gabi? Warum liegt der Müll? Warum trägst du den Tupé eher? Ziel eine Kleines. Die kann man doch auch schon aus. Ja, Leute. Ist eine Felsenküste ein Mann? Nee. Oder sehe ich den nicht? Welchen Eindruck habt ihr vom Hotelbesitzer? Habt ihr auf der Insel schon viele Tiere gesehen? Welchen Eindruck habt ihr vom Hotelbesitzer? Nico will beim Vornamen genannt werden. Das hat was Sympathisches an sich. Ich glaube, er ist sehr darum bemüht, Gäste aus den Staaten zu beeindrucken und ihnen das Gefühl zu geben, im alten Europa sicher zu sein. Verstehe. Seit den Terroranschlägen damals sind alle doppelt vorsichtig. Ach so, der ist auch Amerikaner, oder? Da hab ich das falsch verstanden am Anfang. Seltsam, dass niemand ein weißes Taschentuch an diesem Baum hängt. Ja, Leute. Willi noch mal ins Hotel? Wissen Sie, was in dem Safe gewesen sein könnte? Der Gast hat ein flaches Päckchen deponiert. Offenbar nicht allzu schwer, aber recht unhandlich, denn es ließ sich nicht knicken. Vielleicht eine Aktenmappe mit wichtigen Unterlagen. Kann man die andere Frage stellen. Das Bild. Wie würde man TKKG auf Griechisch buchstabieren? Was ist, wenn ein Gast von Ausflügen nicht zurückkehrt? Wie würde man TKKG... Typisch. Tim kommt mal wieder am besten weg. Taa! Der macht immer heute ein paar Kegs. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Bild. Kanzlatel hier und alles. Naja. Kappa, kappa. Können wir hier jetzt was anderes fragen? Naja. Ist das hier eine Töpferrei... Machen Sie hier Urlaub? Nein. Ich halte mich auf Zypern auf, um die Interessen meines... Ich war mit eurer Felsküste. Mann, so ohne Kopfbedeckung in der Sonne zu schlafen ist aber ganz schön riskant. Ja, gut, den gebe ich euch. Jetzt ist es hier wirklich ein Mann. Und der hat keine Art. Nicht machen. Nicht mit Martin Bonks. Martin Bonks? Das ist der Mann, dessen Safe aufgebrochen wurde. Hallo. Kennen Sie Herrn Bonks? Wachen Sie auf. Was soll das, Mann? Lass mich in Frieden, ja? War eine ungemütliche Nacht. Ich bin ja keine 20 mehr. Oh Mann, offenbar ist Martin Bonks in Gefahr. Und der hier weiß wohl etwas darüber. Was hat das nicht? Komm, wir gehen direkt mit Toupet Gabi mal da hin. Sie sollten lieber eine Kopfbedeckung tragen. Haben Sie keine Mütze? Normalerweise. Also, ach, was geht dich das an? Früher war ich vor, da war das kein Thema. Da müssen Sie sich wohl mal langsam den Tatsachen stellen. Ich hätte hier, ich habe in einem Baum ein widerliches Toupet gefunden. Gehört das Ihnen? Autsch! Na, gib schon her. Das sieht gleich anders aus. Hey, jetzt geht mir ein Licht auf. Sie sind Martin Bonks. Sie haben Ihre Abwesenheit nur vorgetäuscht. Aber warum? Inzwischen wurde Ihr Hotel-Safe geknackt. Das war bestimmt Schäffler, der Kunstkenner. Im Safe hatte ich ein Bild von Jorgos Macronissos. Es zeigt das Mufflon, ein Wildschaf. Schäffler wollte es mir abkaufen. Er bedrohte mich. Also täuschte ich meine Abwesenheit vor. Irgendwann gibt er auf, dachte ich. Und ohne Toupet erkennt mich niemand. Wie ärgerlich. Meine drei Freunde und ich verbringen hier unsere Ferien. Wir sind diesem Schäffler schon begegnet. Vor dem Atelier. Er meinte allerdings, Sie seien mit dem Verkauf einverstanden. Das ist mir schleierhaft. Egal, das Mufflon ist weg. Da kann man nichts machen. Trotzdem. Danke. Ohne Toupet erkennt mich niemand. Warum gehen Sie nicht ins Hotel zurück? Finden Sie diesen Ort nicht etwas gefährlich? Warum gehen Sie nicht ins Hotel zurück? Ich bin offiziell auf Kreuzfahrt. Was würde denn die Polizei dazu sagen, wenn sie von meiner Eskapade erfährt? Das Ding ziehe ich jetzt durch. Ich lasse mich erst im Hotel blicken, wenn ich wieder offiziell auf der Insel bin. Aber dann ist der Dieb vielleicht schon über alle Berge. Okay, wir müssen es erst mal ausquetschen mit jedem. Alles in Ordnung? Ich will meine Ruhe, ja. Besetzt? Sie sollten langsam aus der Sonne gehen. Ja, ja. Das ist gut sein. Nee, der auch nicht. Eine tolle Aussicht, was? Ja, ganz nett. Was willst du von mir? Geh lieber in den Schatten. Du bist schon ganz rot. Okay, also entweder kann nur Gabi mit ihm reden. Das Spiel ist aus, Herr Bongs. Der Safe mit der Nummer 124 wurde nicht aufgebrochen, sondern aufgeschlossen. Sie haben das Bild herausgenommen und erst hinterher den Schließmechanismus kaputt gemacht. Meine Freunde Tim, Karl und Willi, so wie ich, Gabi, lassen uns nicht für dumm verkaufen. Wir nennen uns TKKG. Wir sind Detektive. Ich sehe, Leugnen ist zwecklos. Das Bild ist natürlich in meinem Besitz. Schäffler hat mich angemacht, soweit stimmt's. Er behauptet, Kunstdetektiv zu sein. Okay, dachte ich, ich sage einfach zu, das Bild doch zu verkaufen. Gleich nach meinem Ausflug, ja, ja. Ich kehre heimlich ins Hotel zurück, täusche einen Diebstahl vor und Schäffler hätte mich fortan in Ruhe gelassen. Es wäre sowas wie höhere Gewalt gewesen, dass ich ihm das Bild nicht geben kann. Noch lässt sich das gerade biegen. Im Nissy Garden ist man nicht gerade scharf darauf, die Polizei zu holen. Am besten, wir bringen das Bild für sie zurück. Dann vergibt sich keiner was. Nur, dazu müssen sie uns vertrauen. Damit meine ich alle Mitglieder von TKKG. Gut, vielleicht findet ihr heraus, ob dieser Philipp Schäffler auf meinen Mufflon Anspruch hat. Kunstdetektiv. Okay. Hey, wem gehört denn diese sportliche Karre? Irgendwie ein kleines Auto. Oh, der Maler ist ja über die Grenzen Zyperns hinaus bekannt. Eine Galerie namens Kypros. So heißt doch Zypern in der Landessprache. Ach, wirklich? Ich glaube, das ist auch gut gehört. Auch da bin ich leider überfragt. Was? Da redet doch einer. Das ist ja unglaublich. Das ist doch unglaublich. Okay. Bleibt die Rezeption manchmal? Ist jemand vom Personal vorbestraft? Selbst. Na, Mami? So fleißig? Ich muss ein wenig im Internet recherchieren. Na, wenn das kein angenehmer Ort für Büroarbeit ist. Was trinkst du denn da? Kannst du mal über Philipp Schäffler recherchieren? Oh. Den Kunstdetektiv? Sicher. Aber lass mir etwas Zeit. Wie kommst du auf ihn? Er hält sich in Eiernappe auf. Aber vielleicht haben wir es auch nur mit einem Aufschneider zu tun. Ich staune, dass du ihn kennst. Ja, können wir da dieses Abhörgerät? Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Dieser schreckliche Mensch ist fort. Ich glaube kaum, dass dies sein Wagen ist. Macht ganz schön was her. War dieser Mann Jorgos Makronisos? Er wird doch kaum Besitzer der Galerie gewesen sein und seine eigenen Bilder ausgestellt haben. Das ist ja unglaublich. Hm. Ja, guck mal, ob wir diese Abhörgeräte mitnehmen können. Ist da nicht wer? Wir müssen auf die Sachen aufpassen. Tim! Mann, wenn ich mal nicht da bin, kommen Tim und Gabi gleich zur Sache. Puh. Huiuiui. Alles noch da. Puh. Okay. Na, vielleicht nehmen wir das Abhörgerät doch eher für das Nebenzelt. Gespräche abzuhören ist zwar nicht die feine englische Art, aber ich habe ja auch nicht vor, Tims und Gabis Flotte reinzubelauschen. Ja, aber kann ich es denn mitnehmen? Ach, nee. Oder muss ich erst die Lupe? Nee. Kurios, das ist ein Meisterwerk der Abhörtechnik ausgerechnet nach einem geflügelten Blut. Das Display ist nicht gerade riesig, aber für eine einfache Bildübertragung reicht es allemal. Das Rettungsgerät reagiert auf den Peilsender. Ja, was denkt man sich da so als Achtung? Besser, ich schließe den Koffer. Wovon reden die denn? Warum ist das Zelt zu? Hey! Ein Mörb-Raid. Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid bei Mörb natürlich einwandfreie Strategie gewohnt. Und bei mir gibt es eher so... Du liebst mich, du liebst mich nicht. Du liebst mich, du liebst mich nicht. Du liebst mich. TKKG-Spiele und... Also in diesem Zelt sind Tim und Gabi... Hey, passt ihr auf unsere Sachen auf? Huch! Wer ist da? Bist du das, Karl? Mensch, Karl, gönn uns doch mal ein bisschen Privatatmosphäre. Wir merken schon, wenn wir was klauen wollen. Entschuldigung. Die sind im Moment im Urlaub. Es gibt einen Fall, der noch nicht so ganz klar ist. Aber Tim und Gabi sind das öfter mal in ihrem Zelt beschäftigt. Schade, aber ich kann nicht dieses Abhörgeräte einsetzen. Schickes Auto. Das würde meinem alten Herrn bestimmt auch gut gefallen. Oder soll ich jetzt mal mit jedem... Mit der Mutter sprechen da im Hotel? Oder nur mit Tim? Dreh doch eine Runde im Pool. Das kühlt ab und macht gleich wieder fit. Wenn du in den Pool möchtest, dann nur zu. Ich glaube nicht, dass Nico etwas dagegen hätte. Och nö. Alleine macht das keinen Spaß. Kennst du den Witz über die hiesigen Busfahrer? Okay. Na komm, Willi. Nein, wie geht der? Ein Busfahrer und ein Geistlicher stehen vor dem Himmelstor. Petrus lässt den Busfahrer durch. Der Geistliche soll warten. Warum darf der zuerst? Beschwert sich der Gottesmann. Da sagt Petrus, wenn du in der Kirche gepredigt hast, sind die Leute eingeschlafen. Aber wenn er seine Bus fuhr, dann haben alle gebetet. Ja, ich stehe auf dich. Ja, das war ein Kracher. Okay. So, vielleicht hat die Mutter ja jetzt schon mal was rausgefunden. Ich habe dich nicht vergessen, Tim. Aber im Moment quäle ich mich noch mit einer Formel meiner Tabellenkalkulation herum. Hat keine Eile, Mann. Bloß nicht verkrampfen. Sonst muss dir dein starker Sohn wieder eine seiner berühmten Nackenmassagen verschreiben. Was trinkst du denn da? Woher kennst du Philipp Schäffler? Ich kenne ihn nur dem Namen nach. Er hält sich öfter in New York auf. Und ich meine, er habe mal Schlagzeilen gemacht. Aber das finde ich noch heraus. Sag mir bitte Bescheid, wenn du Informationen für mich hast. Okay. Was trinkst du denn da? Apfelsaft, mein Kind. Apfelsaft, ja. Aber irgendwie wirkt der Wagen wie so ein Kinderauto, oder? Also die Größenverhältnisse sind so ein bisschen komisch. Mal sehen. Eine eigene Ausstellung in New York? Wie gesagt, wir haben ein volles Bild. Dann sind seine Bilder wohl mehr wert, als wir dachten. Stellen Sie sich das? Schade. Also das Abhörgerät hätte für mich jetzt ja auch Sinn gemacht. Hm. Aber offenbar nicht. Da müssen wir jetzt immer wieder einfach mit Tim nachfragen. Mal gucken, was im Notizblock steht. So. Martin Bonx hat gestanden, er hat selber das Bild aus dem Safe genommen und den Einbruch noch vorgetäuscht. Er wollte nicht, dass Schäffler an das Bild herankommt. Schäffler habe sich übrigens als Kunstdetektiv ausgegeben. Tims Mutter hat versprochen, sich im Internet über Philipp Schäffler zu informieren. Ja, offenbar müssen wir immer wieder. Na, Junge, die Musik, ey. Hört sich schon was? Leg doch mal eine Pause ein, Mamelein. Oh, Tim. Ich habe ein wenig recherchiert und einiges über Philipp Schäffler gefunden. Na gut. Oh, ist Schäffler wirklich Kunstdetektiv? Ist Schäffler vermögend? Was hat Schäffler mit New York zu schaffen? Warum treibt sich Schäffler auf Zypern herum? Hat Schäffler Feinde? Man munkelt, er sei so erfolgreich, weil er Verbindungen zu dubiosen Kunsthändlern habe. Wer sich mit Ganoven einlässt, muss immer damit rechnen, selber ihr Opfer zu werden. Na ja, darauf kann man nichts geben. Wer Erfolg hat, dem sagen Leidhammel gern Böses nach. Leidhammel. Okay, ich muss immer wieder neu... Na gut. Ja, das kennen wir ja schon. Ich muss immer die Szene nochmal neu anklicken. Ist Schäffler wirklich Kunstdetektiv? Der Mann ist sehr erfolgreich beim Aufspüren der eigentlichen Besitzer von Gemälden, die an Museen verkauft werden. Früher prüften die Museen kaum, auf welchen Wegen ein Bild in ihren Besitz gelangte. Dabei ist eigentlich allgemein bekannt, dass viele Kunstwerke im Laufe der Geschichte mal erbeutet worden sind. Zum Beispiel in einem Krieg oder während eines Eroberungsfeldzugs. Darum spricht man auch von Beutekunst. Als solche gehört sie diesen Museen also gar nicht rechtmäßig. Doch, wer kann das nachweisen? Dann wird Schäffler also von Leuten beauftragt, die von sich behaupten, die rechtmäßigen Besitzer zu sein. Und er soll es in ihrem Namen beweisen. Also Kunstraub und sowas ist auch so ein typisches TKG-Detektiv-Ding, ne? Ist Schäffler vermögend? Schäffler stellt alle Kosten einfach seinen Auftraggebern in Rechnung. Sobald er Erfolg hat, kassiert er unglaublich viel Geld und lässt sich feiern wie ein Star. Zwischen Auftrag und krönendem Abschluss können aber Jahre und viele teure Reisen liegen. Schäffler pflegt immer einen luxuriösen Lebensstil. Also können sich nur sehr reiche Menschen diesen Herrn leisten. Ich frage mich, ob seine Kundschaft immer eine weiße Weste hat. Hm, das ist doch ein Bösewicht. Das sehen wir doch schon. Was hat Schäffler mit New York zu schaffen? Vor sechs Jahren wurde dort einem Museum ein wertvolles Gemälde entwendet. Zunächst sträubte man sich ausgerechnet, Schäffler mit der Wiederbeschaffung zu betrauen, weil einige Museen seinetwegen Bilder zurückgeben mussten. Aber da die Presse seine gute Arbeit lobte, wollten die Museen darüber hinwegsehen und gaben ihm den Job. Das stößt nun auf Kritik. Kein Wunder, Schäffler hat das Bild noch immer nicht aufgespürt. Und das Museum muss die ganze Zeit viel Geld für Schäffler bezahlen, stimmt's? Schäffler sollte lieber bei der Aufklärung des Verbrechens behilflich sein, anstatt sich einfach nur zu bereichern. Ist auf dem Bild ein Mufflon zu sehen? Warum treibt sich Schäffler auf Zypern herum? Wenn ein Kunstwerk verschwindet, wird es nicht selten verhückert. Taucht auf Auktionen auf und landet irgendwann bei Privatleuten oder in anderen Museen. Kein Wunder, dass die Fährte um die halbe Welt führen kann. Vielleicht liegt Zypern auf einer solchen Route. Das würde bedeuten, dass Schäffler eine Spur verfolgt. Okay, jetzt haben wir alle Fragen gefragt, ne? Ist der Herr Bungs noch hier? Hätte ich Bungs bloß gleich gefragt, wo er das Mufflon versteckt hat. Hoffentlich sehen wir ihn nochmal wieder. Okay, der ist weg. Naja. Tafelberg. Ach, du Ärmster. Ist aber nicht Bungs. jetzt deine Liebste sehen könnte, wie du dich abrackerst. Sie muss es ja nicht erfahren, oder? Typisch, Mann. Bloß keine Schwäche zeigen. Weil er sein Fahrrad repariert? Hast du mal von einem Kunstdetektiv gehört? Das ist doch so einer, der sich als Handwerker ausgibt, um in eine Villa zu kommen, wo er gestohlene Kunstwerke vermutet. Das müssen aber einfältige Sammler sein, die ihre geklauten Schätze einfach so bei sich hinstellen. Hm. Machst du Susanne bald einen Heiratsantrag? Ui. Irgendwann bestimmt. Falls Tim gelernt hat, ordentlich Baseball zu spielen. Das werde ich ihm stecken. Dann stehst du noch Silvester vorm Traualtar. Wetten? Okay. Ist er denn bei Tim auch da? Hallo Champ. Kann ich dir helfen? Ach, das ist rasch behoben. Ich hätte mich an den Fahrradweg halten sollen, anstatt einen Abstecher zum Cup zu machen. Ziemlich öde Gegend hier. Warst du schon mal oben auf dem Berg? Die Aussicht muss toll sein. Um darauf zu kommen, sollte man gut ausgerüstet sein. Ich habe zwar eine Unfallversicherung, aber ich werde mich hüten, meinen Schutzengel auf die Probe zu stellen. Ja, das wäre selbst mir zu riskant. Werden hier auch archäologische Studien betrieben? Das sieht mir nicht danach aus. Solltest du was finden und sei es nur ein Mosaiksteinchen, lass es liegen. Das ist Kulturgut und darf nicht einfach außerhalb des Landes gebracht werden. Klar, wenn sich jeder einfach bedienen würde, können die Archäologen gleich einpacken. Okay, wir gehen mit allen einfach ein Rad zu geben. Was denn? Du hast einen Platten? Ja, aber immer mit der Ruhe. Ich packe das schon. Ein Wort und ich assistiere. Ob man von dem Berg aus weit gucken kann? An klaren Tagen soll man bis nach Syrien blicken können. Bestimmt lässt sich die Küste Zyperns bis nach Larnaka verfolgen. Oh, bei Larnaka liegt doch der Flughafen, auf dem wir gelandet sind. Und wir waren eine glatte Stunde unterwegs, bis wir Arjanapa erreichten. Gehört dein kleiner Ausflug zur Arbeit? Wie? Nein, ich... Also, Karl, das bleibt unter uns. Ich wollte mal allein sein. Das ist so, wenn man dauernd aufeinander hockt. Du weißt schon. Kerle und Freiheit und Abenteuer. Sicher, aber Susanne denkt bestimmt, du reißt dir ein Bein aus, um die Zypern-Reportage zu ermöglichen. Der ist irgendwie komisch. Sieht so aus, als wäre ich nicht der einzige Verrückte, der in der Hitze brütet. Hi, Willi. Ich hasse den Gedanken eigentlich, aber wenn der Tourismus bis hier vorgedrungen wäre, stünde auf dem Berg längst ein Panorama-Restaurant. mit klarem, köstlichen Wasser. Noch so ein Spruch und ich fange an, eine Vater Morgana zu sehen. Wie kann man feststellen, ob ein Kunstwerk legal erworben wurde? Bei Verdacht sollte der Eigentümer gültige Herkunftspapiere vorlegen. Früher ging man davon aus, dass der Bestohlene beweisen muss, dass das Kunstwerk ihm gehört, nicht der neue Besitzer. Mit der jetzigen Regelung wird so mancher Sammler ins Schwitzen kommen. Es sei denn, er fälscht die Papiere oder er lässt das gute Stück auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Glaubt ja nicht, dass der hier noch sein Fahrrad reparieren will. Ich hab hier noch Fragen. Wie könnte man ein gestohlenes Bild außer Landes schmuggeln? Ich hab mal gehört, dass griechische Antiquitäten in einem Laster voll Melonen versteckt waren. In Italien wurde mal ein wertvolles Gemälde unter billigen Kopien außer Landes geschmuggelt. Hör mal, habt ihr was angestellt? Quatsch! Wir beschäftigen uns doch immer mit Verbrechen aller Art. Wie schmuggelt man? Wollte ich nur mal so wissen. Was hat denn das Plakat mit dem Atelier zu tun? The Art of Yorgos Macronissos. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Künstler den Sprung über den großen Teich geschafft hat. Wie gesagt. Nicht so schüchtern. Nur heran. Liebespaare die Hälfte. Oh, mein Freund ist aber allein unterwegs. Du solltest deinen Liebsten nicht alleine lassen. Sonst geht er dir noch verloren. Oh, die Liebe. Da kenne ich eine Geschichte, sage ich dir. Ja? Wie war das nochmal mit der Geschichte? Was gibt es denn auf ihrer Fahrt zu sehen? Wie war das nochmal mit der Geschichte? Vor vielen hundert Jahren versteckte sich ein adliges Mädchen in einer Höhle. Ihr Vater wollte, dass sie einen blaublütigen Mann heirateten. Doch sie liebte einen anderen. Weder Vater noch Tottergaben nach. Zu guter Letzt verzichtete das Mädchen auf die Ehe ganz und ihr Vater baute ihm dafür noch an Ort und Stelle ein Kloster. Das Kloster von Aiyanapa. Was für eine traurig schöne Geschichte. Poseidon. Ah, sie haben ihr Boot nach dem Gott des Meeres benannt. Poseidon besaß einen Dreizack. Der sah aus wie eine Heugabel mit drei Zinken. Damit wühlte er das Meer auf oder bändigte es. Je nachdem. Und ein Schiff, das nach Poseidon benannt ist, würde er wohl kaum in Gefahr bringen, oder? Oder die andere Frage stellen. Das Bild von Johann König mit TKG ausschnitten. Nee, kenn ich nicht. Was gibt es denn auf Ihrer Fahrt zu sehen? Viele schöne Fische und ein paar Wracks von Schiffen, die seit der Antike gesunken sind. Das Meer kann grausam sein. Auch heute... Aber heute glaubt doch niemand mehr an Meeresungeheuer. Eines soll zwölf Füße gehabt haben und sechs Köpfe mit schrecklichen Gebissen. Es steht geschrieben, dass es in einer Felshöhle hauste, um nach jedem Schiff zu schnappen, das an ihm vorüberfuhr. Poseidon! Da können wir jetzt nicht mitfahren, so wie ich das sehe. Oder muss Tim da auch nochmal mit ihm reden? Hallo! Na, wie wär's? Vielleicht lernst du auf der Fahrt einiges Mädchen kennen. Nein, danke. Ich habe schon eine Freundin und der bin ich treu. Oh, dann musst du sie unbedingt mitnehmen. Die kriege ich da irgendwie nicht zu zweit hin. Warum ist hier nichts los? Kennen Sie die Fische des Meeres gut? Das ist eigentlich mal eine gute Frage. Warum ist hier nichts los? Viele Touristen schlafen. Die meisten tanzen die ganze Nacht. Naja, nicht meine Welt. Sogar tagsüber spielen sie ihre schreckliche Musik auf Napa-Radio. Was? Die Stadt besitzt einen eigenen Radiosender? Kein Wunder, wenn Aya Napa ständig im Disco-Fieber ist. Die schlafen alle, ja, okay. Kann denn irgendjemand mal mitfahren? Oh, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ich bin Vasili. Ist dir nicht gut? Geh runter ins Boot. Da ist es schön kühl. Ich lege noch nicht ab. Das finde ich aber nett von Ihnen, Vasili. Ich bin Willi. Ein lieber Ort für ein Niggelchen. Sehr cool. Na, mal schauen, was es auf dieser Seite Schönes gibt. Oh. Stevie hat das irgendwas zu bedeuten? Eben hatten wir Gina, jetzt Stevie. Müll. Oh, eine Flasche. Ja, Post. Nee. Aber nicht so wirklich, oder? Hm. Ja, gleich schwimmen Tim und Gabi vorbei, das kann mir ja gut sein. Nackt. Sehr, was soll ich jetzt hier? Veranstalten Sie auch Bananenbootfahrten? Ist Fischer aus ihm nicht eklig? Veranstalten Sie auch Bananenbootfahrten? Oh, Chire, das ist nicht mein Ding. Gemeinsam mit meinen Freunden über die Wellen reiten. Das muss riesigen Spaß machen. Bananenbootfahrt. Da würde ich auch mitfahren. So. Wo er wohl steckt? Meier, wo ist der Typ? Macronissus hat seine Bilder oftmals vor Jahren in New York ausgestellt. Hm. Müssen den suchen, ne? Martin Donnes. Ist er in der Disco? Hi, ich soll dich von Cham grüßen. Ich bin Tim, der Sohn seiner Freundin. Nicht so schnell. Ich bin ganz gut mit Deutsch, aber könnte sein besser. Ah, Cham, klar. Großer Fan von Baseball. Allerdings, wir hatten mir bereits einen Baseballhandschuh und einen Schläger geschenkt. Megriefen, Mann, Ann. Ich darf hier in den Club. Gefällt es dir hier? Wer kommt so alles hierher? Wer kommt... Alle, die wollen, haben Fun. Viele aus England und Skandinavien kommen, um zu tanzen. Boy meets girl, girl meets boy, ein paar Drinks, das du verstehst? Klar. Jung, trinkfest und immer auf der Suche nach einem handfesten Sommerfleite. Ihr gibt es nicht zu sehen. Okay. Wenn dieses Wahrzeichen hat wohl euer Türsteher-Modell gesessen. Ich verstehe nicht. Models, am Abend sind hier viele schöne Girls, aber du bist zu jung für Disco. Keep smiling. Jupp, die Akzente sind zurück, Leute. Ja, was sagt er denn, wenn ein Girl da hinkommt? Hi, ich bin Gabi. Ich bin Justin, Super Cooper DJ number one of the week, baby. Hinter mir kommt ein Guy from Sweden. Ah, nächste Woche löst dich ein DJ aus Schweden ab, verstehe. Hui! Wieso bleibst du nur eine Woche? Wie behältst du hier abends den Überblick? Wieso bleibst du nur eine Woche? Dann ich gehe nach Niederlanden. Amsterdam groven in die Grachten. Party, Party, Party. Die Grachten. Ah, du bist ein Zähnehopper. Privat. Ja, okay, da kommen wir an. Soll das Polyphemus sein? Der Riese, der laut Homer die Gefährten des Odysseus gefressen hat? Auf einer seiner Irrfahrten? Ich tue nicht kennen alle Stories von Odysseus. Ich weiß, wie Odysseus Männer wurden verwandelt in Schweine von mächtiger Zauberin. Arme Crew. Merk, der Gezauberin. Servus, der Typ. Vielleicht versteckt er sich im Kloster. Hab ich Rührei an der Backe oder was starrst du mich so an? Rührei an der Backe. Das wäre doch mal ein originelles Kunstwerk. Kennen Sie das Nüssigaden? Können Sie griechisch? Den Spruch kennt man, oder? Habe ich Rührei an der Backe? Kennen Sie das Nüssigaden? Ich habe schon ausgesagt. Nettes Hotel für den kleinen Geldbeutel. Also, ich finde die Preise dort ganz schön happig. Im Namen der Gerechtigkeit starr mich nicht so an. Vielleicht kann ich an ihm vorbei, ne? Kann ich... Aber das Toupet kann ich auch nicht zeigen. Hör mal. Hast du Feier? Nee. Ich rauche nicht. So. Dann bin ich über die europäische Jugend ganz falsch informiert. Na, vielleicht entdecke ich noch ein Streichholz in meiner Tasche. Was sind denn das schon wieder für Dialoge? Warten Sie hier auf jemanden? Kennen Sie viele Kunsthändler? Warten Sie hier auf jemanden? Einen Philipp Schäffler lässt man nicht warten. Und was ist mit dir? Och, ich suche nur nach einem schattigen Plätzchen. Äh, okay. Hey, du da. Ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Schnüffelst du mir nach? Du hast es mit Philipp Schäffler zu tun. Der weltgrößtem Kunstdetektiv. Du weißt nicht zufällig etwas von einem gestohlenen Bild? Nein, aber wenn ich was hören sollte, sage ich Ihnen Bescheid. Ist nicht die Polizei für gestohlene Kunstwerke zuständig? Arbeiten Sie allein? Ich gebiete über ein ganzes Netz von Fachleuten. Kunsthistorikern, Anwälten, Privatdetektiven. Aber nur ich verstehe es, die Zusammenhänge zu sehen und Fakten richtig zu deuten. Das klingt tatsächlich nach Detektivarbeit. Müssten Sie sich eigentlich nicht gut verstehen, so als vier Detektive und so ein Detektiv. Aber irgendwie, wir haben wieder, wir haben wieder den unsympathischen NPC gefunden. Ach, Sie hier? Dann haben Sie wohl bekommen, was Sie wollten. Nein, aber als Kunstdetektiv bin ich es gewohnt, mich in Geduld zu üben. Üben auch Frauen Ihren Beruf aus? Suchen Sie im Kloster nach Kunstgegenständen? Üben auch Frauen Ihren Beruf aus? Welche Frau sollte mir ebenbürtig sein? Dieser Beruf erfordert enormen Verstand. Lassen Sie mich raten, Sie sind Single. Ui! Ui, ui, ui! Ich glaube, hier wird gleich nochmal eine Schelle ausgeteilt. Okay. Kennen Sie das Nissigaden? Können Sie Griechisch? Nee, heißt ja. Und Ui, heißt nein. Mehr möchte ich mir von dieser kruden Sprache nicht aneignen. Die können hier sowieso alle Englisch und viele sogar Deutsch. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die krude Sprache, ui, ui, ui. Da haben Sie wieder einen richtig sympathischen MPC ausgekramt. Warten Sie hier auf Kennen Sie viele Kunsthändler? Kunsthändler? Verschlagenes Pack! Wenn es überall eine Meldepflicht für Händler gäbe, denen illegal Kulturgüter angeboten werden, wäre mein Job bald brotlose Kunst. Also gibt es auch unter den Kunsthändlern schwarze Schafe. Okay. Arbeiten Sie allein? Ist nicht die Polizei für gestohlene Kunstwerke zuständig? Nur bis der Fall verjährt ist. Aber von den Stimpern schlägt sich sowieso keiner die Nächte in Archiven um die Ohren. durchstöbert Korrespondenzen, Kataloge, Testamente, Zollpapiere, rekonstruiert das Personenkarussell aus Händlern, Dieben und Vermittlern. Im Gegensatz zu Ihnen natürlich. Ja, eine Frage. Üben auch Frauen Ihren Beruf? Suchen Sie im Kloster nach Kunstgegenständen? Junge, ich sehe, du hast von Kunst keine Ahnung. Da gibt es allenfalls kitschige Heiligenbilder im Dutzend billiger. Aber der Baum hier, der hat das. Es erstaunt mich, dass Sie auch noch für andere Dinge Augen haben, außer für Kunst. Junge, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Philipp Schäffler an. Der hat sogar ein Rühei. Oh, hi. Sie haben sich wohl verfahren. Ich heiße übrigens jetzt Tim. Angenehm. Mein Name ist Alice Springfield. Ich will mir die Straßen der Umgebung einprägen. Ich habe etwas gegen Satelliten Navigationssysteme. Ach so. Leben Sie auf Zypern? Interessieren Sie sich für Töpferware? Das finde ich so gut als erste Frage. Nicht sonderlich. Aber das Atelier finde ich ganz schnucklig. Kein Vergleich zu den Häuserschluchten der Großstädte. Das stimmt Das stimmt allerdings. Oh. Oh. Hallo. Ich dachte schon, Sie würden heute gar nicht mehr öffnen. Ach, mein Bruder ist vor kurzem gestorben. Mal bin ich stark und mal bin ich schwach. Mal öffne ich das Atelier, mal schließe ich es ab. Das verstehe ich. Ein aufrichtiges Beileid. Ist auch eine Poetry-Slammerin. Ich sehe Jorgos noch immer dort sitzen. Manchmal hat er gemalt und ich habe getöpfert, dann lächelten wir uns zu, ohne ein Wort zu verlieren. Ja, wir fühlten uns sehr verbunden. Ja, das könnt ihr eigentlich mal im Club ausprobieren. Nicht sagen, na, wie geht's, sondern interessieren Sie sich für Töpferware und dann einfach mal gucken, was ist da so die Reaktion. Darf ich fragen, wie Ihr Bruder ums Leben gekommen ist? Jorgos malte gerne im Freien, Barfuß. Da ist er auf eine Kofi getreten, eine Viper mit schwarzen Punkten und tödlichem Gift. Er war erst 35. Ein Schlangenbiss. Wie furchtbar. Oh. Okay. Meint ihr, die Schlange spielt vielleicht auch noch eine Rolle? Das könnte schon mal sein. Okay, ist aber wohl einiges los jetzt mal. Schicke Karre. Ja, ich mag es sportlich und erdritt. Gerade eben dachte ich noch, Abigail Simpson, endlich kommt ein netter junger Mann und zeigt dir den Weg zum Cap Gréco. Na, und da ist er. Ich heiße Karl. Zum Cap müssen Sie nur zur Küstenstraße runter und sich dann links halten. Sind Sie beruflich hier? Was halten Sie von der Töpferware? Ich finde es einfach gut, wie jeder von denen zu ihr kommt und irgendwas mit Töpfern fragt. Sehr schön. Aber wenn ich sie mir ansehe, fallen mir immer mehr Leute ein, denen ich was mitbringen könnte. Und schon stehe ich mit einem ganzen Haufen Andenken da. Ich schicke allen die gleiche Ansichtskarte. Das muss genügen. Sie hat erst etwas anderes gesagt. Elena Macronisos? Ja, das bin ich. Ich heiße Karl Vierstein und wollte mir ihre Töpferware ansehen. Woher können Sie so gut Deutsch? Sind Ihre Arbeiten immer so... ausgefallen? Woher können Sie so gut Deutsch? Danke. Ich habe ein paar Jahre in München gelebt, wo mein Freund studierte. Er ist dort geboren. Aber er wollte keine Kinder, also haben wir uns getrennt. Ach, ihr Deutschen. Versprich mir, eine gute Frau zu finden und viele, viele Kinder in die Welt zu setzen, Karl Vierstein. Ich verspreche, mein Möglichstes zu tun, Frau Macronisos. Was? Äh... Okay. Ich habe alles unverändert gelassen. Ein schwacher Versuch, die Zeit zurückzudrehen, so als könnte Jorgos jeden Moment zur Tür hereinkommen und mit der Arbeit fortfahren. Okay. Und jetzt... Aber jetzt hat sie auch... Sie wollte Kinder oder wer wollte Kinder? Er wollte kein Kind, oder was? Aber jetzt töpfert sie Schafe. Okay, die ist auf jeden Fall auch schon mal verdächtig. Sie wollte eher nicht. Oh, ist das ein Sonnenschutz, den sie da auftragen? Oh ja. Ich arbeite in der Kosmetikbranche. Außendienst. Ding Dong, Amy Song. Etwas von diesem oder lieber von jenem. Tut mir leid. Dieses Döschen ist ein Erbstück und leider unverkäuflich. Sehr überzeugend. Ich heiße Willi Sauerlich. Haben Sie ein Rendezvous? Waren Sie schon im Atelier? Haben Sie ein Rendezvous? Aber sicher. Mit der Sonne und dem Meer. Sie nehmen mich auf den Arm. Hier liegt doch was in der Luft. Aber erst mal hier oben gucken. Tag. Ich komme wegen des Mufflons. Du meine Güte, nimmt das denn nie ein Ende? Erst dieser Tourist, dann dieser Detektiv, jetzt du. Wer weiß, vielleicht steht schon der nächste Anwärter vor meinem Haus. Ich sollte eine Drehtür einbauen. Ich will es nicht kaufen. Ich bin nur neugierig und habe die gleichen Fragen wie Sie. Vielleicht können wir sie gemeinsam beantworten. Welches Interesse verfolgt Philipp Schäffler wirklich? War das Mufflon eine Auftragsarbeit? Du meinst, mein Bruder hat es für einen Kunden angefertigt, der das Bild abholen wollte? Aber dann hätte ich das Bild niemals verkauft. Ich habe unter den Papieren meines Bruders nichts gefunden, was deine Vermutung bestätigt. Vielleicht wurde das Geschäft nach alter Sitte per Handschlag besiegelt. Ich verstehe nicht allzu viel von der Malerei, aber ich habe Jorgos gerne zugesehen, wenn er den Pinsel schwang und es nach Farbe und Lösungsmitteln roch. Ich scheue mich, seine Staffelei wegzustellen. Das wäre einfach zu endgültig. Ja, das ist doch auch eine Bösewichtin. Kalispera, ich heiße Gabi. Nehmen Sie sich nur in Acht, hier ist ein männliches Ekelpaket unterwegs. Audrey Summerhill, Kalispera Gabi. Du meinst sicher diesen bösen Mann, der die arme Frau Makonissos bedrängt hat. Ich bin zwar Präsöse, aber dass man in so einer Situation hupen soll, weiß sogar ich. Und er hat das Weite gesucht. Super! Wissen Sie, dass das Ekelpaket Kunstdetektiv ist? Audrey Summerhill? Wie können Sie sich einen solchen Wagen leisten? Och, der ist geliest. Ich bin ziemlich pfiffig, wenn es ums Geld geht. Vom Waschen, Trocknen, legen allein wird man leider nicht reich. Ach so, als Versögerin. Bleibt wohl nur sparen, tauschen, handeln. Ist sie vielleicht auch Detektivin? Könnte das sein, weil eben auch die Frage kam an den anderen, könnte eine Frau quasi denselben Beruf machen? Und dann meinte er, nein. Könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht einfach wirklich jetzt denselben Beruf hat. Das war schon mal eine Anspielung. Was für ein hübsches Atelier. Ich hoffe, Sie haben diesen ungehobelten Klotz vorher nicht reingelassen. Auf einen ungehobelten Klotz gehört ein grober Keil. Ich wünsche ihm die Pest an den Hals. Möge er mich für alle Zeit in Ruhe lassen. Meine Freunde und ich werden ihn im Auge behalten. Was geschieht mit all den Bildern Ihres Bruders? Wie sind Sie Philipp Schäffler losgeworden? Ein Caprio kam vorgefahren und hupte. Erst dachte ich, jemand würde diesen Unruhestifter begrüßen. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass mir die Fahrerin beistehen wollte. Ich habe sie auf einen Kaffee eingeladen und abgesperrt, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Ach, darum stand der schicke Wagen herrenlos vor verschlossener Tür. Jorgos musste die Motive, die er wählte, immer vor sich haben. Nur einmal hat er etwas aus dem Kopf gemalt und das nicht einmal in seiner Heimat. Mir gefiel das Mufflon nicht. Es sah schludrig aus. Kein Vergleich zu seinen anderen Arbeiten. Darum habe ich es verkauft, als ich die Gelegenheit bot. Okay. Ja, meine Theorie ist, dass hier auch so ein Direktiv ist. Gabi noch mal an der Küste gucken? Ja, nee. 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 Schludriges Mufflon. Aber den haben wir auch abgehakt. Ich guck noch mal ins Notizbuch. Hm. Nee, steht auch nichts Neues. Dann hat er bei uns jetzt sein Versteck verlassen. Oh, nee, der ist aber nicht da reingefallen, oder? In dieses Loch. Hier müsste ich ständig auf Oskar aufpassen. Okay. Das ist engst. Ne, der kann nichts. Ich frage mich, wie viele Leute noch hinter diesem Bild her sind. Eigentlich traue ich keinem über den Weg. Hm. Oh, die heilige Fernbedienung kommt zum Einsatz. Noch ein falsches Wort und Bottika 4 knallt dir einen vor den Latz. Bottika 4? Es stimmt also, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Du, Karl, welchen Lichtschutzfaktor trägst du denn eigentlich auf? Anfangs so um die 30. Ich verstehe gar nicht, wieso du bei dieser Kindermarke bleibst. Was ist denn nun alles da drin? Hat das alles mit dem Roboter zu tun? Wurmelst du da an meiner Ausrüstung herum, Willi Sauerlich? Nö, du. Würde ich doch nie tun. Ach so, das war die Steuerung für den Roboter. Na, spielst du mit deinem Roboter? Bottika 4 hat ganz schön was auf dem Kasten. Lass sehen. Ich glaube, in diesem Fall können wir nur zwei Personen völlig vertrauen. Deiner Mutter und ihrem Freund Champ. Er ist wirklich ein netter Kerl. Gut. Ja, der Angler ist weg. Oder mit dem nochmal zur Muldel. Nee, haben wir halt die Fragen. Ist Schäffler wirklich Kunstdetektiv? Ist Schäffler vermögend? Wie sei das New Yorker Gemälde aus? Warum treibt sich Schäffler auf Züge? Hat Schäffler Feinde? Wie sah das New Yorker Gemälde aus? Ja, sieh es dir an. Gut. Aha. Eines der Kunstwerke hinter dem Schäffler her ist. Der schöne Schelm von Ernst Paul Kubitschek. Er wurde bei einem nächtlichen Einbruch aus dem Museum entwendet. Dort, wo das Bild hing, lag ein angebrochener Glückskeks auf dem Boden. Darin steckte ein Stück Papier auf dem Stand. Wer den Kern essen will, muss die Nussknacken. Auf diese Art und Weise verspottet ein Seriendieb die Kunstszene. Keiner weiß, um wen es sich handelt. Es heißt nur, Cookie hat zugeschlagen. Cookie? Ach, wegen der Kekse. Aha. Na gut. Der hat seine Fliege hier merkwürdig gebunden. Du, diese Fliege ist in der Fachwelt so bedeutend wie das berühmte Lächeln der Mona Lisa. Die URL gibt es wirklich? Na gut. Bleibt die Rezeption mal? Nun ja. Das ist nochmal ein bisschen mal alles. Okay. Hier steht wahrscheinlich immer noch. Üben auch Frauen ihren Beruf aus? Suchen Sie im Kloster nach Kunstgegenstellen? Üben. Üben. Hambar, 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 Hambar. Disco. Du kannst eher auch in dieses Boot unten. Warum ist hier nichts los? Kennen Sie die Fische des Meeres gut? Die Fische kennen mich. Wenn ich mit dem Boot draußen bin, erwarten sie mich schon. Kein Wunder. Ich füttere die Fische nämlich auf jeder meiner Touren, damit sie sich meinen Passagieren zeigen. Und die Passagiere können dabei zugucken? Nee, scheint nur, dass Belida reingehen durfte. Darf er auch nochmal? Ach. Ui. Ui. Kennst du nicht das Sprichwort? Wer den Kern essen will, muss die Nus knacken. Aha, und wer den Fisch essen will, muss die Gräfen rausholen. Es sei denn, man hat Angestellte. Momentchen mal. Das war doch gerade der Spruch von dem Kunstdieb. Ich lasse die beiden lieber in Ruhe. Die sind schon wieder im Zelt. Hui. Ob er noch immer so empfindlich ist? Der macht sich doch glatt selbstständig. Hm. Ja, ich bin auch gespannt, wofür man den Roboter noch braucht. Also so viel kann er jetzt auch nicht. Tja. Was machen wir jetzt? Wackelt das Zelt wieder? Da hat's wieder gewackelt. Das Spiel ist nicht mehr ab 8. Da sitzt er wieder. Mensch, Herr Bongs, wo haben Sie sich denn herumgetrieben? Sie hatten mir doch etwas versprochen. Ja, ich weiß, aber ich musste für eine Weile aus der Sonne heraus. Mir wurde schon ganz schummrig. Also, wie geht es weiter? Wir brauchen ein paar Auskünfte von Ihnen. Wo haben... Oh. Kannten Sie den Maler des Bildes? Wo haben Sie das Mufflon versteckt? Besitzen Sie noch den Schlüssel für den Safe? Wollten Sie Schäffler den Diebstahl in die Schuhe schieben? Haben Sie schon mal ein echtes Mufflon gesehen? Wo haben Sie das Mufflon versteckt? Es befindet sich unter einer losen Steinplatte im Klosterhof. Das Versteck habe ich mir zuvor ausgeguckt. Na, hoffentlich ist uns niemand zuvor gekommen. Okay. Ich möchte die ganzen Fragen interessieren mich jetzt natürlich. Kannten Sie den Maler des Bildes? Jorgos Makronissos. Habe ich mir gemerkt. Kumpels werde ich sagen. Mir gehört ein Bild des zypriotischen Landschaftsmalers Jorgos Makronissos. Überreicht von seiner Schwester Elena Makronissos. Klingt gut, was? Wie ich Ihre Kumpels einschätze, kaufen die Ihnen das garantiert ab. Haben Sie einen Mufflon in Ihrer Hose? Haben Sie einen Mufflon in Ihrer Tasche? Haben Sie ein... Haben Sie schon mal ein echtes Mufflon gesehen? In freier Wildbahn? Sollen Scheu sein, viele gibt es nicht mehr. Die sind beinahe ausgerottet worden. Ein paar stecken in einem Gehege. In den Parfiswäldern. Da war ich aber nun. Also im Troodos-Gebirge. Schade, zu weit weg. Ähm. Wollten Sie Schäffler den Diebstahl in die Schuhe schieben? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Es war ja alles so kompliziert. Ich hatte bloß vor, ihn abzuwimmeln, um mein Bild zu behalten. Haben Sie es noch immer nicht gerafft? Lügen haben kurze Beine. Es wird... Mufflon ist doch eigentlich einfach ein gutes Wort. Besitzen Sie noch den Schlüssel für den Safe? Ich muss doch so tun, als würde ich vom Einbruch gar nichts wischen. Hm. Nico, der Geschäftsführer, wird das Schloss auswechseln müssen, damit alles wieder seine Ordnung hat. So, hatte ich alle? Da fehlt noch einer. Besitzen... Wieso haben Sie Ihr Toupet in den Baum gehängt? Kannten Sie den Maler des Bildes? Wieso haben Sie Ihr Toupet in den Baum gehängt? Ja. Kaum hatte ich das Bild versteckt, sah ich Schäffler kommen. Ich riss mein Zweithaar vom Kopf und stopfte es in den Baum. Super Idee. Schäffler ging geradewegs in den Hof und nahm von mir keine Notiz. Ich konnte nur beten, dass er das Versteck nicht fand. Dieser Schäffler hat wirklich einen unglaublichen Instinkt. Ich riss mein Zweithaar vom Kopf. Stimmt. Und dann hat er natürlich nicht mehr erkannt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich... Gut, dann müsste ich jetzt... Aber da steht ja der Typ davor. Mist. Kennen Sie das Nissi-Garden? Können Sie Griechisch? Nee. Hm. Na gut, da können wir gar nicht rein, ne? Mit dem Zweithaar fliegt man besser. Naja, oder ohne das Zweithaar eher. Mit Willi mal rein? Also ist Willi jetzt unser Schleichkünstler, oder was? Okay. Okay, konzentrier dich. Das Bild steckt unter einer losen Bodenplatte. Ich sollte mich beeilen, solange Schäffler seine Zigarre paft. Tja, gut, das kann jetzt alles. Hier gibt's doch nichts. Kann jetzt alles sein. Wo soll denn hier was sein? Hat er uns verarscht? Blankes Erdreich, sonst nix. Oder der Typ hat es schon. Mal sehen, ob ich hier fündig werde. Nenke mal, da steckt doch was. Mann, Bufflon, sei nicht so bockig. Boah, war ja eine schwere Geburt. Aber wir haben das Bild. Also in diesem Teil ist aber hier Willi gut, Boomhoff, Willi Boomhoff eher unterwegs. Schön einpacken und ab in die Tasche, damit der Kerl vorm Eingang nichts spitzkriegt. Ui, 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 ui. Okay. Mann, der hat vielleicht eine Ausdauer. Ich zieh weg. Klößchen hat das Mufflon gefunden. Ja, und nu? Das Hotel? Wie würde man TKKG auf Grieche... K... Kennst du den Witz über die hiesigen Wurstfahrten? Über 20 Gänge? Donnerwetter! Das ist der reinste Marathon! Das Bild zurückgeben, aber bei wem? Der Schwester? Haben Sie ein Rendezvous? Waren Sie schon im Atelier? Ja. Frau Macronissus hatte mich auf einen Café eingeladen. Mein eigentliches Anliegen habe ich aber nicht zur Sprache gebracht. Dieses arme Ding ist nach dem Tod ihres Bruders völlig durch den Wind. Na, du hättest mal erleben sollen, wie sie es einem Hornochsen gegeben hat, der immerzu gegen ihre Tür gehämmert hat. Ich weiß schon, wen sie meinen. Barbons sitzt da versteckt. Hä? Hallöchen, ich bin Klösschen, TKKG. Ach, da hat ja wenigstens einer von uns gute Laune. Ach, keine Sorge, Herr Bongs. Wir von TKKG haben schon so vielen geholfen, da muss man nicht den Kopf hängen lassen. Nee, ich kann mich an die Tasche... Warum sind Sie ausgerechnet nach Zypern gekommen? Ist Ihnen an dem Mufflon etwas Besonderes aufgefallen? Es machte so niedliche Schafsaugen. Einfach drollig. Es gehört einfach nicht in die Hände dieses Schäffler. Er wird aus anderen Motiven an dem Bild interessiert sein. Naja, aber als Ernster, was mache ich denn jetzt damit? Hier kann ich das doch auch nicht abgeben. Doch. Hey Partner, wir können unsere Abmachung einhalten. Das hier war im Safe des bestohlenen Gastes deponiert. Heilige Jungfrau. Ich werde es gleich in den Safe tun und das Schloss reparieren. Wie habt ihr das angestellt? Oder wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Aber nein. Wir haben halt richtig gelegen und das Versteck des Täters gefunden. Leider konnten wir den Dieb selbst nicht aufspüren. Der Fisch war wohl zu groß für uns. Ach, pfeifen wir auf den Dieb. Ihr seid ganz große, kleine Detektive. Herr Fraristan, vielen Dank euch allen. Ja, das wird jetzt geklaut. Das ist uns klar, oder? Wenn ich noch etwas für dich tun kann? Im Augenblick bin ich wunschlos glücklich. Ja, damit hätten wir es abgeschlossen. Ja, das ist ein Safe reparieren. Safe repariert hinten. Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf ihren Sohn und seine Freunde sein. Das müssen Sie ihr bei Gelegenheit unbedingt selber sagen. Ah, da kommt ja Ihr Herr Sohn. Tim, Gott sei Dank. Dieser Herr will einfach nicht gehen. Er hat sich mir nicht einmal vorgestellt. Er wollte unbedingt auf dich warten. Das ist eine katholische Schild. Lassen Sie meine Mutter in Ruhe. Okay, machen wir es offiziell. Mein Name ist Philipp Schäffler, Kunstdetektiv. Ich erwarte die Rückkehr eines Hotelgastes namens Martin Bonks, der sich im Besitz eines Bildes befindet, das aber meinem Auftraggeber gehört. So wie du und deine Freunde um mich herumschawenzeln, kann ich euch genauso gut einspannen. Ihr habt die Ehre, mir Bonks Rückkehr zu melden. Andernfalls gehe ich davon aus, dass ihr meine Ermittlungen sabotiert. In diesem Fall wäre ich gezwungen, die örtlichen Behörden einzuschalten. Haben wir uns verstanden? Das sind ja tolle Methoden. Lass dich nicht provozieren, Tim. Der Herr macht wohl nur seinen Job. Wir sehen uns. Was? Wenn ich nicht helfe, dann müsste ich ins Gefängnis. Was ist das für eine komische Logik? Oh, diese Probleme kenne ich. Es geht schon wieder. Du solltest zwischendurch Entspannungsübungen machen. Ist dir bei den Hotelsafes was aufgefallen? Berichtet ihr auch über Kunstraub? Ja. Wir fragen zum Beispiel nach, ob sich durch den EU-Beitritt in Zukunft verhindern lässt, dass Kunstwerke so einfach außer Landes geschmuggelt werden. Hm. Wenn es um internationale Zusammenarbeit geht, haben Verbrecher meistens bessere Karten als die Gesetzeshüter. Oh, leichte Kritik. Ich hoffe, am Strand ist alles zu eurer besten Zufriedenheit. Danke, wir können nicht klagen. Okay, kurz vielleicht noch mal am Strand. Ich lasse die beiden Leber in Ruhe. Hm. Hm, 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 hm. Sie ist rickig. Pfff. Immer mit der Mütter reden. Tut mir leid wegen vorhin. Ich hätte mir denken können, dass ihr über kurz oder lang wieder in einen Fall schlittert. Dieser Schäffler ist ein fieser Typ. Du hättest ihm deinen Drink ins Gesicht schütten sollen. So was braucht er mal. Oh. Dankeschön für die Rate. Ist Schäffler wirklich Kunstdetektiv? TKKG. Ist Schäffler wirklich Kunstdetektiv? Ist Schäffler vermögend? Zeigst du mir noch mal das gestohlene Gemälde aus New York? Hast du Schäffler wirklich nicht erkannt? Hat Schäffler Feinde? So ähnlich wie ihr am Anfang die Frage. Zeigst du mir noch mal das gestohlene Gemälde aus New York? Ja, sieh es dir an. Gut. Der hat seine Fliege ja merkwürdig gebunden. Du, diese Fliege ist in der Fachwelt so bedeutend wie das berühmte Lächeln der Mona Lisa. Sag mal Tim, handelt es sich denn bei dem Bild um den schönen Schelm? Nein, es geht um ein Ölschinken mit einem Schaf drauf. Einem Mufflo. Offenbar noch so ein wertvolles Bild wie das verschwundene Gemälde aus New York. Naja, so ein Kunstdetektiv wird sich ja mehr als einen Fall bearbeiten. Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf ihren Sohn und... Timmy. Darf ich fragen, wie ihr Bruder ums Leben gekommen ist? Konnte ihr Bruder denn gut von der Kunst leben? Früher suchte er immer zu jemanden, der ihm Geld zusteckte. Sein Traum vom Ruhm wollte sich nicht erfüllen. Wozu hat man Familie, wenn man sich nicht unter die Arme greift? Ich zog zu ihm. Er fühlte sich bestärkt und siehe da, fast über Nacht hatte er die Taschen voller Geld und sein Auskommen. Was scherte ihn da noch Ruhm? Also fand er einen Weg doch noch Geld zu machen? Das Bild ist übermalt worden? Ja, könnte ja auch sein. Ich sehe Jorgos noch immer dort sitzen. Manchmal hat er gemalt und ich habe getöpfert, dann lächelten wir uns zu. Erzählen Sie mir von der Ausstellung in New York. Sind Ihre Arbeiten immer so... Erzählen Sie mir von der Ausstellung in New York. Ich habe noch einen Bruder. Dimitri. Du hast ihn sicher auf dem Plakat draußen gesehen. Er ist der Besitzer der Galerie. Natürlich wollte er, dass Jorgos seine Bilder ausstellt. Dort hängt ein Foto von der Ausstellungseröffnung. Die Kritik war vernichtend. Dimitri rief mich an. Jorgos war pleite und wollte keine Hilfe annehmen. Aber als Zypern ihn und seine Bilder wieder hatte, war er frohen Mutes. Er wird großes Heimweh gehabt haben. Die Kritiker haben sich wie die Aasgeier über die Ausstellung hergemacht. Sicher, wen interessiert in den Staaten ein kleiner Landschaftsmaler aus Zypern? Aber das hat Jorgos wahrlich nicht verdient. Der da so verloren in der Menge steht, das wird Jorgos sein. Okay. Ich habe alles unverändert gelassen. Sind Sie beruflich hier? Was halten Sie von der Töpferware? Sehr schön. Aber wenn ich sie mir ansehe, fallen mir immer mehr Leute ein, denen ich was mitbringen könnte. Welches Interesse verfolgt Philipp Schäffler wirklich? War das Smufflon eine Auftragsarbeit? Welches Interesse... Gute Frage. Was er besitzen will, habe ich nicht mehr. Er soll sich gefälligst mit den Tatsachen abfinden. Und was die Dame angeht, wegen der mich Schäffler löchert diese Amanda Stiles, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Offenbar fürchtet er Konkurrenz. Oder er leidet schlicht unter Verfolgungswahn. Ja, ja, das ist diese Frau. Der Verkauf der Bilder lief äußerst schleppend. Dimitri musste ständig mit dem Preis runtergehen. Und es tat ihm in der Seele weh, dass ich trotzdem kein Käufer fand. Nicht einer. Das Smufflon wirst du auf dem Foto vergeblich suchen. Jorgos hat es erst gemalt, als die Ausstellung schloss. Und so kehrte er mit einem Bild mehr heim, als er losgefahren war. Was muss das für ein Gefühl sein, ständig Leute mit kritischen Blicken zu ertragen? Als hätte man Schokoflecken auf der Hose. Moment. Kann das sein? Hm. Das Smufflon ist auf dem Foto. Was? Das da? Hm. Mehr kann ich ja nicht. Ah, ja, ja. Wir haben ja noch eine Lupe. Was sehen da meine müden Pupillen? Dieser Dame sind wir doch schon begegnet. Irgendwie steckt sie in unserem Fall mit drin. Wird die auch mal das Smufflon gucken? Nee. Haben Sie ein Rendezvous? Waren Sie schon im Atelier? Ja. Frau Makonissos hatte mich auf einen Café eingeladen. Mein eigentliches Anliegen habe ich aber nicht zur Sprache gebracht. Dieses arme Ding ist nach dem Tod ihres Bruders... Das haben wir eben schon mal gehört. Okay. Das kann nicht sein. Das geht hier gar nicht vorwärts. Das hat sich gerade voll im Atelier auffällt. Wissen Sie, dass das Ekelpaket Kunstdetektiv ist? Wie können Sie sich einen solchen wagen? Wissen Sie, dass... Ich sage immer, je gebildeter die Leute, desto abartiger benehmen sie sich. Hat der Typ auch einen Namen? Philipp Schäffler. Ja, mich freut es auch, dass Sie es dem so richtig gezeigt haben. Haben Sie sich mal das Plakat angesehen? Was halten Sie von der Töpferware? Haben Sie sich mal das Plakat angesehen? Ich würde zu gerne einen Bummel über die Fifth Avenue machen. Leider wurde ich bislang nicht auf Transkontinentalflügen eingesetzt. Und war auch noch nie privat in New York. Echt nicht? Äh... Oh, wie man hier sieht, muss man nur die richtigen Ambitionen haben. Haben Sie ein Rendezvous? Hatte Ihr Anliegen, etwas mit dem Mufflon zu tun? Stimmt genau. Eigentlich hatte es mir der Maler zurückgelegt. Aber du kennst ja die traurigen Umstände. Frau Makronissos hat das Mufflon weiterverkauft. Leider konnte ich nicht nachhaken. Sonst hätte sie mich noch falsch verstanden und sich wieder belästigt gefühlt. Sag bloß, du weißt, wer es hat. Ich muss es haben. Es liegt mir sehr am Herzen. Oh, tut mir leid. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Was geschieht mit all den Bildern Ihres Bruders? Könnte es sein, dass Sie den Wert des Mufflons unterschätzen? Ausgeschlossen. Das Bild ist nicht die Leinwand wert, auf die es gepinselt wurde. Ich weiß auch nicht, was meinen Bruder da geritten hat. Das gibt mir und meinen Freunden ein Rätsel auf. Denn die Dame mit dem Cabrio war auf der Ausstellungseröffnung ihres Bruders und will unbedingt in den Besitz des Bildes gelangen. Aha, fährt sie weg. Hoch. Wo ist sie jetzt? Das hat sie gehört, ja. Oh, ist sie jetzt im Hotel? Jetzt, wo der Fall aufgeklärt ist, solltet ihr den Aufenthalt so richtig genießen. Ach, wissen Sie, wahre Detektive kommen niemals ganz zur Ruhe. Der ideale Ort für die Flitterwoche, nicht wahr? Na, wir wollen nichts überstürzen. Ist es nicht eine Freude zu sehen, wie gut sich Champ mit Tim versteht? Wäre Max noch am Leben, könnte das Verhältnis nicht herzlicher sein. Ja, ich glaube auch. Champ wäre ein guter Vater für Tim. Kennst du den Gast aus Zimmer 124? Fährst du mit Champ auch in den Nordteil der Insel? Ja, falls wir eine Drehgenehmigung bekommen. Das ist hier ein überaus heikles Thema. Zypern ist geteilt. Eine bewachte Grenze trennt den Norden vom Süden der Insel. Ein Teil Zyperns gehört den türkischen, der andere den griechischen Zyprioten. Bislang kam keine Wiedervereinigung zustande. Worum geht es dabei? Um den Volkszorn oder um die Bodenschätze unter dem Meer? Ich hoffe, der Zypern-Konflikt wird eines Tages Geschichte sein. Und hier nochmal zum Marie. Es ist seltsam. Dieser Smufflon ist nichts wert. Und dennoch sind mindestens drei Personen hinter ihm her. Martin Bonks, der Hotelgast. Dann Kunstdetektiv Schäffler. Und zu guter Letzt eine Lügenprinzessin, die den Künstler 1999 in New York gesehen hat. Dann habt ihr einen Berührungspunkt. Der schöne Schelm wurde von diesem Cookie 1999 in New York entwendet. Und dieses Bild ist verdammt viel wert. Wow, wir sollten uns TKKGS nennen. Ich glaube, wir müssen uns das Mufflon mal genauer ansehen. Okay. Also der schöne Schelm ist unter dem Mufflon. Okay. Okay, okay, okay. Wie gucken wir uns das jetzt genauer nochmal an? Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf ihren Sohn. Das haben wir doch hier abgegeben. Machen wir das jetzt. Ich glaube, in diesem Fall können wir nur zwei Personen völlig vertrauen. Deiner Mutter und... Willi ist jetzt hier unser Lupentyp, oder was? Ich weiß nicht, warum Willi... Nico, wir müssten nochmal einen Blick auf das Bild von Safe Nummer 124 werfen. Schließen Sie ihn bitte auf, ja? Jetzt ist es weg. Das Bild? Komm, Leute, ich sag's euch. Beinahe wäre ich darauf reingefallen. Nur gut, dass alles wieder seine Ordnung hat. Der Safe wird natürlich erst wieder geöffnet, wenn ich Herrn Bonks den Schlüssel für das neue Schloss überreicht habe. Wenn euch langweilig ist, müsst ihr euch wohl einen neuen Fall suchen. Tja. Ohne Martin Bonks kommen wir an das Bild nicht heran. Tja. Wir müssen die Schiffler aufkreuzen und das Mufflon einkassieren. Man müsste es an die lange Leine nehmen. Hm. Das Mufflon an die lange Leine nehmen. Peilsender. Ich lass die beiden lieber in Ruhe. Unglaublich, wie oft Bottica 4 Munition verballert, bevor ich nachfüllen muss. Das Ortungsgerät reagiert auf den Peilsender können wir jetzt gut gebrauchen. Am besten, wir nehmen das Ortungsgerät mit. So. Wie warst du... Ich hoffe, am Strand ist alles zu eurer Besten zufrieden. Was wohnen wir denn mit dem Ortungsgerät? Hi, Herr Bonks. Ich gehöre zur TKKG. Ist dir auch niemand gefolgt? Also das hätte ich gemerkt. Das wüsste ich aber. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Haben Sie schriftlich, dass das Mufflon Ihnen gehört? Nö. Die Dame war in Trauer. Wir haben uns die Hand gegeben, ich habe mein Beileid ausgesprochen und der Kauf war schnell im Kasten. Aber Ihnen ist klar, dass Sie das Bild ohne Papiere nicht durch den Zoll bekommen. Okay. Hallo, ich bin Tim. TKKG, ich weiß. Wäre ich bloß nicht nach Zypern gekommen. Selbstmitleid hilft Ihnen jetzt nicht weiter. Wollten Sie nun Urlaub machen oder nicht? Sie vertrauen uns doch. Worauf willst du hinaus? Jetzt kommt doch sicher was. Wir müssen Schäffler zuvor kommen. Kernen Sie schleunig zum Hotel zurück. Danach sehen wir weiter. Wir verlassen uns auf Sie, Herr Bons. So, jetzt aber. Hallo, Willi. Sieh mal, wer da ist und nichts gemerkt hat. Dann hat er also keine unnichtsamen Fragen gestellt. Er sagt, er habe die Kreuzfahrt abgebrochen. Er wurde seekrank. Er hat den neuen Schlüssel akzeptiert, ohne zu murren. Wird das heute noch mal was? Vielleicht geht es um die Verpackung. Mach ich jetzt den Peilsinn da dran oder mit der Lupe? Lupe doch, oder? Hm, ziemlich altes Holz. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Weder an der Rückseite, noch am Rahmen. Und die Verpackung gibt auch nichts her. Ich würde es ja mitnehmen. Aber was ist, wenn Schäffler es uns abnimmt? Hm, zu riskant. Können wir den Peilsinn da drin machen? Nee. Oder vielleicht mit jemand anderem? Karl? Ewig mache ich das nicht mit. Steht halt einfach die ganze Zeit da. So, jetzt. Ja. So, wenn uns das Bild flöten geht, haben wir eine gewisse Chance, es wiederzufinden. Sehr gut. Das war's auch schon. Hallo? Ab in die Tasche. Ach so. Na gut. Vielen Dank, wir werden gut drauf aufpassen. Schäffler wird uns aufmischen. Verlust euch drauf. Ich habe keine Lust, im Krankenhaus zu landen. Für mich ist der Urlaub vorbei. Das wird er geklaut. Okay. Jetzt ist der weg, ne? Ja. Ich hoffe, am Strand ist alles zu eurer besten Zufriedenheit. Danke, wir können nicht klagen. Können wir bitte mal gucken, ob das Bild übermalt ist? Ah, Sie arbeiten wieder. Ich kann es auf die Dauer nicht ertragen, untätig zu sein. Dann wird es Sie ja freuen, dass Sie bestimmt mal für uns ein Bild untersuchen können. Oh, das Mufflon. Wo hast du es her? Das könnte Ärger geben. Frau Makronissos, die Jungs und ich haben den Verdacht, dieses Bild könnte ein wertvolles Gemälde aus New York sein, das 1999 in den Besitz ihres Bruders gelangt ist. Er muss es übermalt, unter seinen Bildern versteckt und so nach Zypern geschmuggelt haben. Ungeheuerlich, mir fehlen die Worte. Das müsst ihr mir beweisen. Rückt der Ölschicht zu Leibe zum Teufel mit dem Mufflon. Die Wahrheit muss ans Licht, egal was mein Bruder getan hat. Das hätte ich gerne als Tattoo. Rückt der Ölschicht zu Leibe zum Teufel mit dem Mufflon. Wo mache ich es denn? Hier unten? Ne. Wart. Zum Teufel mit dem Mufflon ist auch ein guter Spruch. Wo mache ich es hier? Mal sehen. Spachtel, Pinsel, Lösungsmittel, ein Lappen. Damit müsste es gehen. Noch habe ich kein Tattoo, aber wenn, dann wäre das das Erste. So. Das Mufflon. Ich sollte das Bild nur an einer Stelle antesten. Oder so ganz, ganz groß hier, nur so Mufflon. Oder so auf die Stirn. Okay. So, war es wie. Geht ihr mit? Ich habe ein bisschen Schiss da vor dem Ding. Was haben wir denn hier? Nein, das scheint mir nicht die richtige Stelle zu sein. Mit einem Brett? Oder hier? Was kombinieren erstmal mit uns? Lösungsmittel. Der Babi. Hm. Wie kombiniere ich denn das? Ist das hier Lösungsmittel? Drauf spucken. Lösungsmittel aufs Tuch. Okay, aber ich kann mit der Flasche hier, kann ich glaube ich, kann nichts machen. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh, ich habe es getan. Trocken nützt er mir nichts. Boah, wie das stinkt. Mann, jetzt hat das arme Tier echt ein Problem. Das ist doch die Fliege. Frau Makronissos, sehen Sie doch nur. Da. Moment, ich komme. Hinter dem Mufflon steht ein Mann mit Fliege. Sehen Sie die Fliege? Sie gehört zu dem gestohlenen Meisterwerk der schöne Schelm. Na bitte. Das ist doch ein Mufflon. Oh, Jorgos, stielst ein Bild und versteckst es. Darum hattest du plötzlich keine Geldsorgen mehr. Jorgos war nicht der Dieb. Er hat das Bild ja nicht verkauft. Das Geld muss er also fürs Übermalen bekommen haben und fürs Aufbewahren. Vermutlich im Auftrag des Warendiebs. Mögen der Ratte, die meinem Bruder in Versuchung führte, beide Arme abfallen und sie die Kretze heimsuchen. Wo leben wir denn nur? Wo? Wo? Sehr dramatische Sätze in diesem Teil. Wo war Gondor? Ja, noch ein Tattoo. Wo leben wir denn nur? Auf Zypern? Am besten, ich packe es so gut es geht ein. Jetzt kann uns Schäffler nichts mehr vormachen. Chokes on you. Kretze ist meistens in den Armen. Oh Mann. Okay. Ja, also meine ganzen Tattoos sind tatsächlich TKG-Zitate. So. Na ja, gut. Jo, was muss das Bild im Auftrag von Cookie übermalt und weiß ich, aufbewahrt haben. Ja. Aber was machen wir jetzt mit der Info? Ist der ja natürlich auch wieder zur Mutter. Ist das eine Story für die Mutter, oder wie? Ist Schäffler wirklich Kunstdetektiv? Ist Schäffler vermögend? Zeigst du mir nochmal das gestohlene Gemälde aus New York? Hast du Schäffler wirklich nicht erkannt? Hat Schäffler Feinde? Hast du Schäffler wirklich nicht erkannt? Nein. Seine Fotos auf den Websites waren recht klein. Wer hätte erwartet, dass er urplötzlich neben einem steht? Ja, wie ein fleischgewordener Download. Arme Mann. Ach so. Hier kann er es zeigen. Sieh mal, was wir herausgefunden haben. Erkennst du, was unter dem Mufflon zum Vorschein gekommen ist? Der schöne Schelm. Jetzt gebt das Bild schon Schäffler, damit er sich vor aller Welt brüsten kann. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Auch wenn ihr vom Ruhm nichts abbekommt. Es dürfte ihm wurmen, dass ihr schneller wart. Wir hätten nur zu gerne gewusst, wer Cookie ist. Außerdem hat uns Schäffler gar nicht gesagt, wo wir ihn finden. Jetzt dürfen wir warten, bis er uns über den Weg läuft. Bis dahin werden wir nicht untätig bleiben. Und du, Mutti, solltest dir eine Pause gönnen und dich etwas ausruhen. Du und deine Freunde solltet auch mal einen Gang zurückschalten. Habt ihr euch denn nun schon mit diesem Justin angefreundet? Ich weiß nicht recht, aber immer wenn ich von der Party-Szene höre, denke ich an diese Drogen, die manche Leute beim Tanzen schlucken. Ali, Spirali! Klaro, du kennst uns doch. Aber wenn es dich beruhigt, können wir ja mal nachhaken. Okay, nachhaken bei Justin. Das ist der Discom-Mann. Du musst Justin sein. Was für eine Schweinehitze. Dann ab nach Island. Reykjavik ist cool. Endlos helle Nächte. Egal, welches Gesicht du hast oder was du trägst. Du bist willkommen in die Clubs. Und du bleibst nicht lange allein. Kaum zu glauben, dass Reykjavik ein Partykracher sein soll. Ist Tanzen nicht anstrengend bei der Wärme? Warum ist in Discos Alkohol oft billiger als Wasser? Die meisten schlucken Party-Drogen und müssen trinken viel Wasser, um zu halten durch. Darum, was habe ich gemacht? Teuer, um zu verdienen viel Geld. Das ist ja gleich eine doppelte Schweinerei. Ja, alle tüscht dir es weg. Die Kraftfurt legt sicher eine Verschnaufpause vom Armeverschränken ein. Im Namen der Gerechtigkeit! Ah, nee. Ein Zyklop oder Kyklop, wie immer sich das ausspricht. Sag einfach, Riese, wie alle. Bei dem komm mal rein. Gabi? In der Sage heißt es immer, die zwölf Arbeiten des Herkules. Scheint so, als hätte unser Herkules auch noch ein paar Nebenjobs. Na, vielleicht ein andermal. Wieso bleibst du nur eine Woche? Wie behältst du hier abends den Überblick? Ganz simpel. Ich habe Argus-Augen. Argus? Das war ein Riese mit hundert Augen. Er sollte für Hera Wache schieben und melden, wenn Göttergatte Zeus sie betrügt. Als der Riese starb, heftete sie seine Augen an die Federn der Pfauenvögel. Jedes Mal, wenn ein Pfau sein Rad schlägt, blicken wir also in die Augen eines Riesen. Gefällt es dir hier? Wer kommt so alles hierher? Gefällt es dir hier? Super! Cooler Party-Hotspot! Nicht so teuer wie Ibiza. Auf Ibiza viele Clubs sind sehr teuer. Also ist Aya Nappa ein Geheimtipp, der sich langsam herumspricht. Junge, so viel Kram. Ich halte nie lange aus in Birmingham. Ich bin wie ein Schnecke. Ich immer alles trage mit mir. Was haben wir denn hier so? Hm. Was sehe ich hier irgendwas? Hausparty? Na, wo Herkules wohl gerade steckt? Es öffnet niemand. Sonst bin ich dann doch wieder irgendwie Willi. Oder jemand von den anderen, ne? Kann der auch helfen? Mann! Den zu schleppen muss der Hammer sein. Das ist einer der Gründe, warum ich nie eine Interrail-Tour machen möchte. Vorsicht! Tu nicht kippen! Achso. Hm. 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 Vielleicht, wenn der Rucksack umfällt, dann muss der den alles aufräumen und dann können wir rein oder irgendwie so? Wie machen wir das? Werden hier außer Alkohol viele... Ist Tanzen nicht anstrengend? Nachts ist Tanzen angesagt und am Tag chillen am Strand. Heute ist meine erste lange Nacht. Morgen, ich werde schlafen um diese Zeit. Also, dieser Rhythmus ist nichts für den Sohn meiner Eltern. Werden hier außer Alkohol viele Drogen konsumiert? No, 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 no Drugs. Mein Chef will keine Drogen im Club. Drinnen gibt es eine Spiegel, um zu beobachten die Leute, heimlich. Von dahinter, du siehst Gäste und die Gäste nicht sehen dich. Nur Spiegelbild. Cool. Ja. Na, hier ist ja alles vom besten Schliff. Diese moderne Kunst werde ich wohl nie verstehen. Okay. Ja, aber... Sehr viel mehr. Der einzige Ort, wo man jetzt mal Musik hören sollte, ist natürlich stumm. Okay. Liegt das an dem Licht hier oder habe ich tatsächlich etwas Farbe bekommen? Wir lieben es wissen. So, wo kann ich jetzt hier durchgucken? Der Man hat ein Spielgel erwählt. Spiegel oder Spielgel? Spielgel ist woanders in diesem Spiel. Ah. Hey, es stimmt. Es ist so, als würde man durch ein Fenster gucken. Geil. Geil. Affengeil. Und jetzt? Aber hier können wir nicht so viel machen, ne? Hier ist es einfach nur Mucksmäuschen still. Ne, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Zumindest kennen wir das jetzt schon mal. Können wir mit allen hier? So viele Spiegel. Hier fehlt wohl ein Spiegel. Wie still es in der Location einfach nur ist. Na, aber Tim kann ich nichts machen. Okay. Ja, creepy Spiegelclub auf jeden Fall. Ah, doch. Dieser Spiegel hat einen Türknauf. Und mit Tim ist es ein bisschen einfacher. Ziemlich eng. Was nützt bloß der Blick in den Raum, wenn die Drogen auf der Tanzfläche oder am Eingang konsumiert werden? Okay. Aber hier sieht man jetzt auch nichts, ne? Ja, so langsam kommen wir mal vorwärts hier. Bestimmt, was Justin über Dregspiegel gesagt hat. Wen haben wir denn da? Na, das Auto klaue ich aber jetzt. Das ist der Ärmel eines Taucheranzugs. Ich wette, sie ist sogar unter Wasser fit. Sie könnte mit ihren Sachen pfleglicher umgehen. Sieht so aus, als würde hier ein Fahrt zum Berg hinauf beginnen. Nicht ganz ungefährlich. Hier komme ich denn hoch. Da komme ich gar nicht hoch, ne? Eine Ausrüstung? Doch, sollte gehen. Warte mal. Bis noch mal mit ihm hin? Oh, jetzt bitte kein Labyrinth, oder? Also ich kann nur den Weg nehmen. Ja, der Pfeil ist Pfeil zurück zum Auto, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, Tim. Jetzt zeig mal der Dachmann, dass du hier gewachsen bist. Du schaffst das. Eins muss man ihn lassen. Sie haben eine ausgezeichnete Kondition. Danke. Ich finde, die Aussicht ist es wert, dass man sich ein wenig quält. Stimmt. Trainieren Sie viel? Wieso wechseln Sie andauernd Ihren Namen? Ah, sind wir uns schon begegnet? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Nenn mich Amanda Stiles. Miss Amanda Stiles. Also gut, bleiben wir bei Miss Stiles. Ja, aber so viel kann ich jetzt hier... Ich muss jetzt hier erstmal in Bergo, um mit dir zu reden. Hallo? Das hat sich... Also der Aufstieg hat sich gelohnt. So, mit Karl nochmal hier gucken. Irgendwann spielt das noch eine Rolle hier. Aber... Will er nochmal mit dir reden? Ich nehme mal an, nur Tim kann da hoch. Weil er sportlich ist, ne? Ah, okay. Trainieren Sie viel? Ich möchte fit sein. Das sind Sie auch. Und wie? Ich möchte fit sein. Ja, aber frag doch jetzt mal nach dem Mufflon, oder was auch immer. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Das ist der Arme eines Tauchers. Mal gucken, ob ich mit jemand anderem auch noch da hoch kann. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was? Oh Gott, ist das der Arme eines Menschen? Fehlalarm. Nur ein leerer Ärmel. Hat Karl gerade eine Droge eingeschmissen oder was? Geht es hier irgendwie lang? Holla! Nee? Okay, nee, der kommt nicht. Der kommt da nicht hoch. Aber hatte Karl nicht was mit diesem französischen Brieffreundschaftsmädchen da? Nee, ich glaube, das ist immer nur mit Tim. Oh, Moodle ist weg. Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf ihren Sohn... Ja, ja. Wow, wie ist denn die da raufgekommen? Etwa gelaufen? Hm, in tiefste Tiefen, auf höchste Höhen. Anscheinend liebt die Gute die Extreme. Nee, das ist nur Tim. Nee, das ist nur Tim. Man muss jetzt mit allen die Tricks Spiegel angucken, oder wie? Mann, welcher arme Kerl muss die denn immer putzen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleiben soll. Bestimmt ist, dass der Spiegel den Justin gemeint hat. So, ich bin drin. Ob dieses Versteck wirklich wegen der Junkies angelegt wurde? Mir kommt es vor, als säße ich heimlich in der Piep-Show. Ah, es sollte noch jemand am Strand sein. Haben Tim vergessen, irgendwas zu fragen, wenn sie jetzt noch da oben ist? Sind wir noch da? Trainieren Sie viel? Wozu die Vorsichtsmaßnahme? Ich bin Journalistin und Ermittler verdeckt. Zurzeit kümmere ich mich um einen Kunstdetektiv, der sich verdächtig benimmt. Ich glaube, er ist Cookie, ein Dieb, der Museen plündert. Oh Mann. Sie meint Philipp Schäffler. Oha. Sie ist die wahre Detektivin. Na, das wussten wir, das haben wir ja auch schon vorher gesehen. Oder müssen wir noch was fragen mit Tim? Okay. Sie ist immer noch da. Ach du meine Güte, okay. Schäffler soll Cookie sein? Beobachten Sie von hier etwas? Wollen Sie das Mufflon vor Schäffler ergattern? Versichern Museen Ihre Bilder nicht? Gab es bei dem Diebstahl eine Lösegeldforderung? Damit hätte ich auch gerechnet. Gemälde, die auf 100 Millionen Dollar geschätzt werden, gelten wegen ihrer Bekanntheit als unverkäuflich. Also könnte nur Lösegeld etwas bringen. Aber das war laut Recherche nicht der Fall. Das klingt nach einer verfahrenen Situation. Versichern Museen Ihre Bilder nicht? Und ob! Gegen Brand- und Wasserschäden. Policen gegen Diebstahl können sich die wenigsten Museen leisten. Die beste Versicherung ist eine Alarmanlage, die up-to-date ist. Noch ein Kostenpunkt. Okay. Wollen Sie das Mufflon vor Schäffler ergattern? Dieses Bild ist der Schlüssel zum Ganzen. Wenn er es haben will, muss es wichtig sein. Wer das Bild hat, kommt womöglich Cookie auf die Schläche. Solltest du es sehen, denk an mich. Die, äh, sicher? Ähm, ja. Okay. Ich werde dran denken. Beobachten Sie von hier etwas? Ah, ich genieße die Aussicht. Was für schöne Grotten. Ich habe lustige Namen über sie gehört. Villa Zeus. Palais Persephone. Hekates Karte. Priapos Lustschlösschen. Und siehst du die dunkle Höhle unterhalb des Müllhaufens? Der Hades. Hades? Meine Freundin sagt, der Name steht für die Unterwelt. Dort herrscht ein Gott über die Schatten der Toten. Ja, da sagt sie nichts mehr zu. Okay, letzte Frage. Schäffler soll Cookie sein? Ich vermute, er stiehlt die Bilder, lässt sich als Kunstdetektiv engagieren, bringt das Diebesgut zurück und kassiert viel Geld. Ich war zufällig in New York und recherchierte zum Thema Kunst, als Cookie zuschlug. Das weckte sogleich mein Interesse. Das wäre ein Ding. So, jetzt haben wir aber alles, oder? Gab es bei dem Diebstahl eine Lösegeldforderung? Versichern Museen ihre... Wollen sie das Muffler und vor Schäffler? Wie konnte Cookie das Alarmsystem... Schäffler soll Cookie sein? Wie konnte Cookie das Alarmsystem umgehen? Zu Sicherheitsfragen nehmen Museen grundsätzlich keine Stellung. Bestimmt hast du schon einmal von dem berühmten Museum in Paris gehört, dem Louvre. Seine Sicherheitsmethoden etwa werden alle fünf Jahre auf den neuesten Stand gebracht. Verschraubte Rahmen, Panzerglas, Lichtschranken, Bewegungsmelder, Wachdienst, Notruftasten, Videoüberwachung, Sicherheitsschleusen und doch keine uneinnehmbare Festung. Ist ja immer noch da. Schäffler soll Cookie sein? Wie konnte Cookie das Alarmsystem... Wollen sie das Muffler und vor Schäffler... Versichern Museen ihre... Gab es bei dem Diebstahl eine Lösegeldforderung? Damit... Okay, wir haben alles. Jetzt zum Strand. Ah, endlich! Hat dir dein Freund nicht ausgerichtet, dass ich sehr ungehalten bin? Ist Bonks zurück? Rede gefälligst, wenn du gefragt wirst. Ja, wir haben sie schon gesucht. Das Bild, ich habe es dabei. Das Muffler. Ausgezeichnet. Dann gib es mir und ich werde von einer Anzeige wegen Behinderung meiner Arbeit als Kunstdetektiv absehen. Der ist so dreist. Ja, das wäre schon witzig. Wenn Tim immer wieder eine Frage stellt und dann rennt er den ganzen Berg runter, rennt wieder hoch und stellt die nächste Frage. So, jetzt machen wir schön mit Peilsender. Da. Wir haben herausgefunden, um welches Bild es wirklich geht und dass sie für das Museum arbeiten, aus dem es gestohlen wurde. Wenn sie es ordnungsgemäß zurückgeben, werden wir davon also in den Nachrichten hören. Ihr kleinen Schnüffler! Ihr glaubt uns, euch stimmte die Uhr noch zu. Ja, natürlich landet es wieder im Museum. Was dachtest du denn? Eine weitere Glanzleistung von Philipp Schäffler. Die sich für sie in barer Münze auszahlt. Nur schade, dass sie dieser Cookie so gar nicht interessiert. Hier. Und jetzt lassen sie mich gefälligst gehen. Okay. Puh, mir ist ganz flau. Am liebsten hätte ich ihm ein Box-Hieb verpasst. Er hatte Glück, dass ihm Tim nicht über den Weg gelaufen ist. Ein Box-Hieb? Ein Box-Hieb? Achso. Erst eine Shelly und dann ein Box-Hieb? Haltet euch gefälligst von mir fern. Äh. Hallo. So. Zack. Er treibt sich ja noch immer in der Gegend herum. Anruf. Ja, Sie sind's? Ja, ich habe es. Ja, ich bin's. Cookie. Nein, das geht nicht. Hören Sie, ich kann unsere Abmachung nicht einhalten. Es gab leider Zeugen. Was soll das heißen? Zum zweiten Mal betrogen. Sie wollen mich doch nicht auf eine Stufe mit Cookies stellen. Ich bleibe dabei. Das Bild geht nach New York. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Nein, Ihre Anwesenheit vor Ort ist nicht erforderlich. Ich beende jetzt das Gespräch. Leben Sie wohl. Wow. Ich mache mich wohl besser auf die Socken. Mensch, Gabi, du bist ja ganz aufgeregt. Was ist denn? Ich habe Schäffler beim Telefonieren belauscht. Offenbar wollte er das Bild dem Museum nicht zurückgeben. Er wollte es an irgendeinen Privatmann verscherbeln. Dieser Privatmann kennt offenbar auch Cookie und ist von Cookie getäuscht worden. Was? Dann ist der Fall also doch noch nicht abgeschlossen. Womöglich finden wir eine Spur, die zu Cookie führt. Wir sind auch nicht bereit. Das gibt's doch nicht. Schäffler wollte das Bild dem Museum vorenthalten. Offenbar hatte er mit dem Dieb keine guten Erfahrungen. Cookie klingt doch nach was für Willis. Was ist mit Ihnen? Sind Sie überfallen worden? Ein kräftiger Schlag. Von hinten. Habe ihn nicht kommen hören. Ganz klar, was der Täter wollte. Das Bild. Es ist weg, nicht wahr? Sag es. Wer könnte Sie überfallen haben? Wem wollten... Wer könnte Sie überfallen haben? Jemand mit einem kräftigen Schlag. Wem wollten Sie das Bild ursprünglich bringen? Na, dem Museum in New York, aus dem es ursprünglich geklaut wurde. Das hat mich doch beauftragt. Aber dann haben Sie ein besseres Angebot bekommen, in den Fall, dass Sie es Cookie abluchsen. Danach kam ihr Rückzieher und schließlich der Überfall. Hast du das mitbekommen? Schäffler wurde überfallen. Das Bild ist weg. Was? Nein, ich war in unserem Zelt. Verflixt. Hey, wir haben doch den Peilsender angebracht. Vielleicht funktioniert er noch. Lass uns Hermes, den Beschützer der Diebe, ein Schnippchen schlagen. Auweia. Jetzt legen wir uns schon mit Göttern an. Was diesen Schäffler betrifft, bei dem müssen wir auf einiges gefasst sein. Er ist ein Wichtigtor. Klug genug, andere Leute nicht zu unterschätzen. Auch uns nicht. Wenn wir ihn im Auge behalten wollen, sollten wir besonders unauffällig vorgehen. Ja, wie kriege ich denn jetzt mal... Wie kann ich denn auf den Sender gucken? Ich lasse die beiden lieber in Ruhe. Ah, jetzt. Wir sind wieder im Schildzelt. Netter Arbeitsplatz. Hey, Mann. Hast recht, Mann. Die Leute sollen sehen, was sie erwartet heute Nacht. Und hören. Master DJ Justin Always Super Cooper. Ich heiße Karl. Einfach nur Karl. Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf... Mit Karl? Kann Karl den Sender nur vom Hotel starten? Aber das ist auch weird. Oder? Ich hoffe, am Strand ist alles zu eurer besten Zufriedenheit. Danke, wir können nicht klar... Und wo kann er denn gucken? Hier geht es abends zur Tanzfläche. Das muss der Trickspiegel sein. Der hat uns gerade noch gefehlt. Oh, leider. Dieser Neandertaler hat sich verkrümelt. Was klappt der denn noch? Keine Reaktion. Wenn ich noch etwas für dich tun kann... Im Augenblick bin ich wunschlos glücklich. Jetzt, wo der Fall aufgeklärt ist, solltet ihr den Aufenthalt so richtig genießen. Sehr komisch. Deine Frau Mutter kann sehr... Strand... Ich glaube, in diesem Fall können wir nur zwei Personen völlig vertrauen. Deiner Mutter und ihrem Freund Cem. Alles in Ordnung? Tragen Sie es wie ein Mann. Hat nun Cookie den Totenmaler für sich eingespannt? Wie gut kennen Sie Amanda Stiles wirklich? Also ist diese Schnüfflerin tatsächlich auf Zypern? Was wollt ihr schon groß über sie wissen? Zumindest, dass sie von der Presse ist. Sie sind ihr unfreiwillig begegnet. Beim Hubkonzert vorm Atelier. Sie saß nämlich in dem Cabrio. Hm. Wir haben eine Nachfrage noch. Hat nun Cookie den Totenmaler für sich eingespannt? Selbstredend. Laut der Frachtpapiere ist Jorgos Marconissos mit 67 Bildern nach New York gekommen. Vor der Rückreise hat sein Bruder aber 68 gezählt. So habe ich von dem Mufflon erfahren. Diese geringfügige Abweichung muss den Behörden bei der Ausreise entgangen sein. Mit Willi vielleicht nochmal? Willi am Hafen. Veranstalten Sie auch Bananenbootfahrten? Oh. Nee. Cookie und Champ fängt beides mit Zypern an. Ja. Hm. Ah, sie sind noch immer da. Eins muss man euch Kindern lassen. Ihr seid verdammt beharrlich. Wir sind eben Profis, Herr Schäffler. Oh, das stimmt. Hier hat jemand getaucht. Stimmt es, dass Cookie das Bild im Atelier deponiert hatte? Dort sollte es bis zu einem verabredeten Zeitpunkt verbleiben, damit Gras über die Sache wächst. Logisch. Ja, aber dann ist der Maler plötzlich gestorben. Das muss Cookie vorzeitig auf den Plan zurückgebracht haben. Hm. Könnte Cookie sie überfallen haben? Siehst du hier irgendwo einen Glückskeks liegen? Oder was soll die dämliche Frage? Ich war mir nicht bewusst, dass der Dieb sein Markenzeichen tatsächlich bei jeder Gelegenheit hinterlässt. Also, das wäre jetzt ja auch ein bisschen dumm. Dillie will's wissen. Sehr. Ja, ja. Wer könnte sie überfallen? Wem wollten sie das Bild ursprünglich? Wer könnte sie überfallen haben? Ich wette, das war dieser blöde Bonz. Man soll trübe Tassen nicht unterschätzen. Nee, der war das nicht. Vergessen, aber mir würden auf Anhieb andere starke Kerle einfallen. Das war der nicht. Silber drübe Tasse. Ach Tim, ich habe hier eine Nachricht für euch. Eine Nachricht. Liebe Kinder, vielen Dank für euren Beistand. Aber das Bild ist die Aufregung nicht wert. Gruß, Martin Bonz. Er ist abgereist. Vielen Dank, Nico. Ich hoffe, er spielt nicht wieder ein Spiel. Da bist du ja wieder. Dann hast du also meinen Rat befolgt und dich mal ein wenig ausgeholt. Ach, von Ausruhen kann keine Rede sein, Tim. Kaum warst du weg, als mir Martin Bonz sein Herz ausgeschüttet hat. Er wollte auf der Stelle nach Hause. Er tat mir leid. Also habe ich ihn nach Lanarkar gefahren und ins Flugzeug gesetzt. Puh, jetzt bin ich ganz schön geschafft. Also hat er ein Alibi. Leg dich ein bisschen hin, Mabby. Nee, der war das noch nicht. Das war entweder der Fischer oder der Champ. Bibi, Bibi, Bibi. Vielleicht kam der Täter gar nicht von Land. Dann wollen wir mal sehen. Ja, er ist vor seiner Nase lang geschwommen. Dann hierher. Das ist ja bloß Salz. Viel Gewicht verträgt die Kruste nicht gerade. Was ist das? Eine Meeresschnecke? Das habe ich doch schon einmal gesehen. Okay. Lippen beisammen. Lacht dich mir. Das behalte ich mal ein. Amanda Stiles. Okay. Wir sehen wieder raus. Lüfe. Lüfe. Der erste Abdruck muss von einem Leichtgewicht mit enormen Plattfüßen stammen. Oder von Clowns Schuhen. Hey, nein, ich hab's. Es ist der Abdruck einer Taucherflosse. Es war ein Clown. Also, Leute. Also, Detektive ins Spiel. Werden Sie sich bei Elena Macron-Nissos entschuldigen? Es war eine große Ente. Wem wollten Sie das Bild urspringen? Werden Sie sich bei Elena Macron-Nissos entschuldigen? Wieso sollte ich? Da ist es mir gelungen, vor Cookie vom Tod des Bruders zu erfahren. Und diese dumme Pute verkauft das Mufflon einfach. Und sie weigert sich, mir zu helfen. Kein Wunder bei Ihren Methoden. Da könnte ja jeder kommen. Ja, wir haben eigentlich nur im Moment nur den Schäffler, den man so ansprechen kann. Haben Sie Schmerzen? Könnte der Täter nicht doch eine Frau gewesen sein? Okay. Das halte ich für ganz unwahrscheinlich. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Ihre Überheblichkeit macht Sie blind. Okay. Der Täter kam aus dem Wasser und hat sich nach der Tat vermutlich umgezogen. Dabei ist das hier runtergefallen. Umgezogen? Meinst du, der Kerl schlägt mich nieder und veranstaltet noch eine Modenschau? Und das ist konfisziert. Es gehört garantiert Bonks. Stimmt. Denn der kürzt sich ja auch immer mit AS ab. Okay. Können wir noch ein bisschen weiter mit dem reden. Gucken wir nochmal. Wasserdicht. Haben Sie Schmerzen? Wissen Sie, dass Bonks ein wasserdichtes Alibi hat? Wasserdicht. Na dann... Dann war es eben... Bonks hat ein Alibi? Aber dann kann es tatsächlich nur... Eine Frau gewesen sein? Brechen Sie sich bloß keinen Zacken aus der Krone. In unserer Gegenwart wird er einfach nicht redselig. Wir müssen irgendwie hören, was er sagt, ohne dass er uns sieht. So, und jetzt kommt das... Abhörgerät. Kann Gabi das nehmen? Nicht das Lokal, ne? So. Fertig zum Lauschangriff? Fertig zum Lauschangriff. Sehr gut. Ohne die Wanze nützt uns der Empfänger herzlich wenig. Wenn wir die Schäffler unterjubeln, können wir sein nächstes Telefonat belauschen. So, los geht's. So, wie jubeln wir jetzt? Haltet euch gefälligst von mir fern. Der sitzt ja da schon. Hm. Muss das jemand anderes machen, offenbar? Ich krieg doch nochmal Gabi. Anrempeln? Geht im Sand buddeln und planschen oder was Kinder sonst so machen, wenn sie am Strand sind. Ja, vielleicht auch Tim. Das ist so ein Wanzenauftrag, was für Tim. Tim, die kleine Bettwanze. Los geht's. Okay, jetzt keinen Rückzieher. Okay. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Geschafft. Komm Schoko-Prinz zur Bettwanze. Genau so. Gut. Ja, das war jetzt natürlich... Ja. Bisschen einfach, wenn man sich rückwärts zu seinem Handy hinsetzt. So, und jetzt... Psst, Karl! Auftrag ausgeführt! Ich habe Schäffler verwandzt. Ausgezeichnet, Häuptling. Diese Aufgabe erforderte wirklich Mut. Hoffentlich entdeckt er die Wanze nicht so bald. Ich glaube, in diesem Fall können wir nur zwei Personen völlig vertrauen. Deiner Mutter und ihrem Freund Champ. Ist das denn noch wirklich so, wenn sie es nochmal so betonen? Von wo lauschen wir denn? Komm dir schon ran, du alter Sack! Hä? Mensch, die Wanze! Alter Sack! Das klingelt. Was gibt's? Ihr Schatz, was? Wie haben Sie sich anders überlegt? Wie haben Sie es geschafft, dass Amanda Stiles wieder für Sie arbeitet? Wie kommen Sie darauf, dass ich mich jemals wieder mit dieser Verräterin einlassen würde? Hätte ich mich sonst an Sie gewandt? Dann dürfte es sich überraschen, dass ich überfallen worden bin. Offenbar von Stein. Oder waren Sie das? Es fand sich nämlich kein Glückskrieg. Meinten Sie bei unserer Herzenbegegnung nicht? Sie würden sich, im Gegensatz zu mir, nie von einer Frau übertönteln lassen? Was mich betrifft, ich bin eben erst auf Zypern gelandet. Fakt ist, das Bild ist weg. Pech für uns beide. Das war's dann auch schon. Warten Sie! Es kann nur Stiles gewesen sein. Sie liefert es meinem Rivalen. Ihr Kugel. Und mit dir haben wir zwei Rivalen mehr. Schönen Tag noch. Armleuchten. Amanda Stiles. Sie muss Cookie sein. Und sie hat den Museumsdiebstahl im Auftrag dessen, man es begangen, den Schäffler gerade angerufen hat. Der war ja ganz aufgebracht. Nur weil er denkt, sie könnte das Bild ausgerechnet seinem Rivalen überlassen? Bloß wem? Wann? Und wie? Das ist überhaupt keine Stimme, die wir schon mal gehört haben. Das war jetzt ein sehr gerolltes R. Das hat mir wahrscheinlich vorher schon mal bei uns aufgefallen. Okay, aber wo ist sie? Der Champ hat nicht so gesprochen, ne? Weiß die Mutter jetzt mal wieder hier zurück? Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf ihren Sohn und seine Freunde sein. Das müssen sie ihr bei Gelegenheit unbedingt selber sagen. Ja, irgendwann müssen wir jetzt hier auch mal in den Club. Gefällt es dir hier? Wer kommt so alles hierher? Gefällt, gefällt... Super, cooler Party-Hotspot. Nicht so teuer wie Ibiza. Auf Ibiza viele Clubs sind sehr teuer. Also ist Aya Nappa ein Geheimtipp, der sich langsam herumspricht. Der U-Bootyp. Kann auch nochmal gucken, ne? Klößchen durfte als einziger in das Boot rein. Veranstalten Sie auch Bananenbootfahrten? Ist Fische aus ihm nicht eklig? Kennst du nicht das Sprichwort? Wer den Kern essen will, muss die Nuss knacken. Aha. Und wer den Fisch essen will, muss die Gräten rauskuhlen. Es sei denn, man hat Angestellte. Okay. Na gut, hier ist schon mal keiner. Ja. Wo ist Amanda Stiles? Hier ist nichts, was uns weiterbringt. Ich dachte, man könnte vielleicht in eine von den Höhlen, aber nein. Oder war das der Türsteher? Schatten, nur ich jeweils. Und mir nennst du gerade alle NPCs, die es hier gibt. Ich komme wieder zurück. Da. Einer der NPCs ist der Schurke, das stimmt. Cookie und Glückskekser. Hm. Ob vielleicht Amanda Stiles? Woher hast du die Glückskekser eigentlich? Von Beautiful Girl in Cabrio. Ich traf sie am Hafen. Ich sagte, hey Lady, ist das aber ein kleines Surfboard? So sah das Päckchen aus, das sie hatte liegen im Auto. Sie hat gelacht und mich genannt Stupid. Dann sie warf diese ganzen Cookies zu mir. Sie sagte, damit du hast mehr Glück. Kein Wunder. Bei der Anmache, also hat sie das Bild. Was mag sie vorhaben? Okay. Klar, wenn man Dieb ist, wo jeder weiß, dass der Glückskekse verteilt, dann hat man natürlich eine Riesenpackung Glückskekse offen im Auto liegen. Das ist, das ist klar. Ähm. Es öffnet niemand. Dann sagte sie, man, du hast wieder delicious Haar. Gefällt es dir hier? Wer kommt so alles hierher? Gefällt. Wer kommt. Alle, die wollen haben Fun. Viele aus England und Skandinavien kommen, um zu tanzen. Boy meets Girl, Girl meets Boy, ein paar Drinks. Du verstehst? Klar. Jung, trinkfest und immer auf der Suche nach einem handfesten Sommerflirt. Ja, sie verteilt Kekse im Hafen. Das ist schon ein guter Tipp, mal im Hafen zu gucken wahrscheinlich, ne? Aber... Die Pablo Picasso gehört einem sehr, sehr, sehr reichen Mann. Theo Horten, dem ungekrönten König von Arianapo. Er hat so viel Geld, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Na, solche Probleme möchte ich haben. Weißt du, vielleicht... Ja, ist es vielleicht ein Liebling. Warum ist hier nichts los? Kennen Sie die Fische des Meeres gut? Viele Touristen schlafen. Die meisten tanzen die ganze Nacht. Naja, nicht meine Welt. Sogar tagsüber spielen sie ihre schreckliche Musik auf Napa Radio. Was? Die Stadt besitzt einen eigenen Radiosender? Kein Wunder, wenn Arianapa ständig im Discofieber ist. Oh, da guck nur mit Willi da nochmal ein. Sehr behendet. Ich gehe rasch unter Deck. Viel Spaß. Nein, hier ist sie nicht. Aber... Aber wir fahren ja. Kalispera und herzlich willkommen an Bord der Poseidon. Mein Name ist Vasili. Erleben Sie mit mir die aufregende Unterwasserwelt zwischen Arianapa und Famagusta. Viel Vergnügen. Scheiße, ich glaube, wir wurden entführt. Oder bloß blinder Passagier. Das ging aber schnell. Hilfe. Hilfe. Fabien Schäfer. Fabien Schäfer. Nichts als Wasser. Geben wir das Möchen jetzt. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, die Motoren wurden gestoppt. Es ist Fütterungszeit. Ja, einen kleinen Imbiss wäre ich jetzt tatsächlich nicht abgeneigt. Ich weiß nicht, dass die gleiche her taucht, oder? Ach, das hat es mit dem Imbiss auf sich. Was ist das für ein Geräusch? Hey, da ist ja ein Taucher. Eine Frau. Was hat sie da bei sich? Oh, das war so klar. Der Peilsender. Jetzt verstehe ich. Das Bild. Mensch. Das war garantiert Amanda Stiles. Na, geht es bald weiter? Ja. Ja. Wer hätte es gedacht? Ah, also. Hm. Ich bin schon ganz. Also versteckt sie das Bild in... Ach, alles. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an dem einmaligen Ausflug mit den Oberflächen-Unterseebord und würde mich freuen, Sie bald wieder an Bord der Poseidon begrüßen zu dürfen. Adios. Du siehst, wo die Diebe in das Bild versteckt und schläfst ein? Mann, ich bin voll weggepennt. Äh, 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 äh. Das ist doch jetzt nicht... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Dann bin ich wohl das Schlusslicht. Wie? Nee, der wurde nicht vergiftet. Der ist einfach so eingepennt. Im entscheidenden Augenblick. Oh, Willi. Hat es dir gefallen? Ah, die Zeit ist da unten wie im Flug vergangen. Hahaha. Wie ich sehe, hast du ordentlich ausgespannt. Ja, wie? Das kann nicht sein. Was diesen Schäffler betrifft, bei dem müssen wir auf einiges gefasst sein. Er ist ein Wichtigtor. Klug genug, andere Leute nicht zu unterschätzen. Auch uns nicht. Wenn wir ihn im Auge behalten wollen, sollten wir besonders unauffällig vorgehen. Also, manche Sachen sind, äh, ja, Schokoladenmangel vielleicht. Das kann natürlich sein. Mal kurz damit. Also, was steht denn jetzt hier in der Notiz? Ah, guck, er ist immer bei der Hälfte. So, am Hafen. Offenbar hat sie das Gemälde dabei. Klößchen glaubt, Amanda Stiles an Bord der Poseidon gesehen zu haben. Oder dass sie da ist. Als Vasili Fische fütterte, schwamm im Hintergrund Amanda Stiles mit dem gestohlenen Bild vorbei. Also, hier fehlt aber schon noch ein Satz, ne? Würde ich mal sagen. Statt sich die Daten zu merken oder irgendwas anderes, schlief Klößchen ein. Okay. Hm. Warum sollte sie das im Schiffswrack verstecken? Ja, das ist schon auch irgendwie wieder seltsam. Hm. Da gehen wir mit Klößchen jetzt nochmal zu dem Schäffler. Was wird denn? Ach, ne, der ist hier weg. Okay. Ja, wo wird sie dann hingegangen sein? Sie hat jetzt das Bild versteckt. Im Meer. In einem Wrack. Scheint niemand da zu sein. Oder doch? Warum auch immer. Ähm. Wo ist sie jetzt? Schatten. Ach. Müssen wir mit den Kapitänen reden? Aber mit Klößchen? Ui. Jetzt steht er anders. Ui. Lohnt das Fischen hier denn? Hat Amanda Stiles sie mal angesprochen? Haben sie unterwegs die Taucherin bemerkt? Wo hat das Schiff bei der Fütterung gelegen? Kannten Sie, Jorgos Makronissos? Wo hat das Schiff bei der Fütterung gelegen? So. Da befanden wir uns vor den Seehöhlen. Nicht weit von Cap Greco. Ah, in der Nähe der Grotten an der Felsküste. Lässt sich das Bild vielleicht dort drauf spüren? Okay. Die anderen Fragen aber wollte ich noch. Scheint niemand da zu sein. Ui. Hatten wir das schon mal? Dass man nur eine Frage stellen könnte? Oder wird es automatisch abgebrochen, wenn man die Frage stellt? Oha. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mit Tim noch mal den Tafelberg hoch. War die wichtigste Frage, aber die anderen Fragen hätten mich eigentlich auch noch interessiert. Ist nichts, was uns weiterbringt. Ähm. Die neueren Teile sind ein bisschen komfortabler zu spielen. Ja, aber auch jetzt nicht. Also es gibt einige Sachen, wie zum Beispiel, dass man immer in Szenen draußen reingehen muss, um einen neuen Dialog zu starten. Das ist ein bisschen nervig bei dem Spiel. Offenbar ist das programmiert, technisch vielleicht nicht anders möglich gewesen. Aber in den neueren Spielen kann man Dialoge auch abbrechen. Das konnte man in der alten nicht. Grotte bei der Felsküste. Ein falscher Schritt und ich bin Geschichte. Oder muss das jetzt hier wieder Klösschen machen? Ach, wenigstens weht hier ein frommes Lüftchen. Aber mit den anderen kann ich ja den Tafelberg gar nicht hoch. Ins Wasser reinklicken vielleicht? Ich glaube, nur mit Tim kann ich diesen Tafelberg hoch. Ist hier irgendwas? Erst Ausrüstung holen? Ach, wenigstens. Was ist das? Karls Ortungsgerät? Das Signal vom Sender. Das muss das Gemälde hier irgendwo... Das ist ein Pfeil für ein Gabi-Uhr. So, wo geht's? Oh nein. Ach, das Signal verstummt. Ein Funkloch? Oder hat sich der Sender zu weit entfernt? Schade. Ich dachte, das Bild wäre ganz in der Nähe. Hier müsste ich ständig auf Oskar aufpassen. Hier ist sie langsam geklickt, oder was? Das ist aber nichts zum Anwälten. Wo springt die da rum? Tafelberg? Ja, aber sie kann da nicht hoch. Das ist doch... Jetzt haben wir noch ein Lurchi im Chat. Also so langsam werden es viele Lurchi. Das geht halt nie mit Tim. Tafelberg? Tafelberg? Hier ist nichts, was uns weiterbringt. Der jetzt sagt bloß, wir können jetzt nicht diesen Piepen folgen. Hi. Wie ein Disco-Freak sehen Sie aber nicht gerade aus. Ich bewundere die Club-Szene. Wenn man es richtig anpackt, lässt sich mit ihr viel Geld machen. Der rollt sehr. Das ist immer beträglich, wenn man versteht, seine Kühe zu melden. Ist er das? Ist das der vom Telefon? Sind Sie denn in der Club-Szene tätig? Haben Sie auch mit Museen zu tun? Bislang nicht. Die Red Key Solutions hat sich auf Privathaushalte und kleine Firmen spezialisiert. Das aber weltweit. Dann nagen Sie wohl kaum am Hungertuch. Erstaunlich, dass Sie noch persönlich auf Kundenfang gehen. Ja, das ist er. Das ist der vom Telefon. Das sieht aus wie ein Schurke. Das ist der Franke. So, ist jetzt mal hier was los, oder was? Irgendwo geht hier eine Party ab, aber irgendwie kommt man da nicht rein. Alter Mann in weißer Hose. Der wird's gewesen sein. So, nochmal. Ich frage nach die anderen Frage. Sind Sie denn in der Club-Szene tätig? Nicht direkt. Ich besitze ein Unternehmen für Sicherheitssysteme, die vor unliebsamen Besuch schützen. Es würde mich interessieren, ob diese Disco bereits eine Zugangssicherung besitzt. Ja, sie heißt Herkules und hat so kleine Aussetzer. Aber im Ernst. Es gibt einen Privatbereich. Und an dem befindet sich ein ganz normales Türschloss. Er ist wahrscheinlich ein Hamburger, ne? Das hört sich ja nach Norddeutsch an. Das ist kein Franke. Es öffnet niemand. Wir können jetzt auch nicht mit jedem da... Sprechen wir den einfach jetzt mit jedem nochmal an. Das ist Hamburg-Korling. Sind Sie geschäftlich hier? Stimmt etwas nicht mit Ihren Kontaktlinsen? Wahrscheinlich liegt es an der Intensität der Sonne. Ich bin gerade erst auf Zypern angekommen. Bei mir hat es auch gedauert, bis sich meine Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten. Also manche Fragen... Das könnte wirklich in so einem Bingo drin sein. Dass man so zwischendurch solche vollkommen random Fragen hat, wo du so denkst, warum? Was? Ja gut, jetzt haben Sie natürlich schon mal Kontaktknüpft, Kontaktlinsen. Sind Sie geschäftlich hier? Teils. In Hamburg regnet es in einer Tour. Da war mir nach Abwechslung vom Büroalltag. Kein Wunder. Hier ist eher Gaudi angesagt. Nicht. Na klar, der Bösewicht ist ein Hamburger, das war ja klar. Der Junge hat ziemlich was drauf. Das habe ich auch schon festgestellt. Also er macht die Musik vor dem Club, aber die spielt im Club? Oder verstehe ich das falsch? Sind Sie nicht schon zu alt für die Disco? Haben Sie hier kürzlich eine Blondine um die 25 gesehen? Also das wäre mir ganz bestimmt aufgefallen. Was hast du denn mit ihr zu schaffen? Ach, sie hat mich nach einem guten Club gefragt und ich überlege, ob sie schon hierher gefunden hat. Das wüsste ich aber. Das, das wüsste ich aber. Das wüsste ich aber, wenn ich hier eine Blondine. Das wüsste ich aber. Das wüsste ich aber. Sind Sie nicht schon zu alt für die Disco? Vielleicht möchte ich ja nur einen Besuch machen. Und ich wüsste wirklich nicht, was dich mein Alter angeht. Entschuldigung. Gut, dann... So, Gabi, jetzt aber. Wie sich der DJ hingibt, ist echt eine Kunst für sich. Bewundernswert. Aber was Kunst angeht, da halte ich es mehr mit der Malerei. Auch da gibt es alte Meister und junge Talente, die sich zu vergöttern lohnen. Aus ihnen spricht wohl ein leidenschaftlicher Museumsbesucher. Okay. Wollen Sie Philipp Schäffler? Oh, das ist jetzt natürlich eine Frage. Oh. Stellen wir das? Welchen Künstler verehren Sie am meisten? Wollen Sie Philipp Schäffler? Wer soll das sein? Und warum interessiert es dich? Aber, äh, das ist doch der berühmte Kunstdetektiv, der gerade Zypern besucht. Ich dachte, das würde Sie interessieren. Wegen der Museen und der Malerei. Der ist gut. Der lässt sich nichts anmerken. Aber es ist auch so ein Merkmal von TKG, dass man einfach zu NPCs hingeht und dann so fragt, warum sind ihre Augen so komisch? Sind sie nicht extrem alt? Sind sie nicht viel zu alt für die Disco? Warum sind ihre Haare widerlich? Und du denkst, der ist NPC nur, ja, gut. Welchen Künstler verehren Sie am meisten? Pablo Picasso. Ein Picasso in der Hand zu halten, beschleunigt meinen Pulsschlag. Das kann ich nicht von allen Meisterwerken behaupten. Und ein wertvolles Bild zu halten, erlebt man ja nicht alle Tage. Ah, der ist gut. In den trüben Augen erkennt man nichts. Der lässt sich nichts anmerken. So, jetzt wäre natürlich die nächste Frage. Sind sie ein Verbrecher? Das stimmt. Da wird jetzt immer der Typ da sitzen, ne? Ja, ja. Trübe Augen, schmale Lippen, das kennen wir sonst nur von Niels Bohmhoff. Das stimmt. Sind sie vielleicht verwandt? Ja, wo ist Amanda? Darauf fährt er voll ab. Die beste Werbung, die ein Club für sich machen kann. Ja, vor allem mit der Katze immer davor. Das ist auch nicht schlecht. Was hat die immer mit den Augen? Woher Augen? Oh, jetzt ist hier wieder irgend so ein ganz nicht findbarer Trigger. Augenfragen sind ja was für ein Karl, ne? Sind sie geschäftlich hier? Ist das auf der einen Kontaktlinse ein Fleck? Okay, wir müssen weiter Richtung Kontaktlinse forschen, weil das sieht man natürlich als Karl Vierstein von hier, dass auf der einen Kontaktlinse ein Fleck ist. Ich glaube, Karl braucht doch vielleicht doch keine Brille. Ach, das ist nur ein Modegeg. Wie die Linsen mit Schachbrettmuster oder Wildkatzenaugen. Davon habe ich gehört, ihre Linse funkelt. So, als wäre ein kleiner Spiegel drin. Echt schräg. Aber bedenken Sie die gesundheitlichen Konsequenzen. Was? Hat da eine Kamera da drin oder was soll das sein? Haben Sie da eine Kamera in Ihrer Linse? Was? Okay, kann ich da noch weiter forschen? Das interessiert mich jetzt aber. Das ist eine ganz normale Spiegellinse. Das kennt man in Hamburg. Ah ja, stimmt. Ich gucke auch immer sofort. Warum quälen Sie sich wegen eines Modegangs? Was ist das schon wieder? Was ist denn das schon wieder? Das wüsste ich aber, wenn man das hier überall in Hamburg kriegen könnte. Das wüsste ich aber. Damit ich meinen Geschäftspartnern in Erinnerung bleibe. Wenn Ihnen die Augen tränen und zuschwellen, gelingt das bestimmt. Also manchmal frage ich mich, was in dem Gehirn von den Autoren zum Teil vorgeht. Warum quälen Sie sich wegen eines Mode-Gags? Okay. Sind Sie geschäftlich hier? Das war aber jetzt die letzte Frage. Augen. Da fährt einer voll auf seinen Job ab. Mit dem wird jede Party ein super Gig. Thema Auge. Ist das jetzt ein Tipp? Auge. Soll das so sein? Was? Seht ihr was, was ich nicht sehe? Soll das so sein? Was denn? Jet, habt ihr auch Auge? Oben Auge? Was? Hier? Was? Soll das so sein? Also ich sehe, glaube ich, nichts Ungewöhnliches tatsächlich. Da muss wieder unsere Gabi. Unsere Gabi ist ja unsere Detail-Frau fürs Detail. Und Karl hat ja jetzt schon mal was über das Auge rausgefunden. Was sieht unsere Gabi mit ihren Augen? Barkeeper fehlt. Barkeeper fehlt. Was ist ungewöhnlich? Was soll das so sein? Jetzt fehlt noch irgendwas, ne? Welchen Künstler verehren Sie ab? Kennen Sie Philipp Schäffler? Wer soll das? Jetzt haben wir ja schon. Mit wem haben wir denn noch nicht so viel mit dem geredet? Was ist denn? Haben Sie hier kürzlich eine Blondine umgehebt? Sind Sie nicht schon zu alt für die... Vielleicht. Geht denn da auch? Haben Sie auch mit Museen zu tun? Wie heißt denn Ihre Firma? Red Key Solutions. Das Firmenlogo zeigt den roten Schlüssel, der im Namen steckt. Hast du es drin mal gesehen? Und wenn ja, wo genau? Red Key. Nein. Ein Logo mit rotem Schlüssel ist mir nicht aufgefallen. Können wir mal weiter nachhören? So, jetzt kann aber Gabi was sehen. So, jetzt sagen es euch. Aber jetzt kommt hier Detail Gabi ins Spiel. Oh, wer sind Sie denn? Den hätte ich jetzt auch noch gesehen. Was gibt es, Orlein? Kalispera. Ich heiße Gabi Glockner. Ich wollte nur was loswerden. Ich finde es stark, dass sie Partydrogen in Discos verbieten. Gut, den hätte ich jetzt mit anderen Leuten Augen, glaube ich, auch entdecken können. Was hat sie bewogen, Partydrogen zu verbieten? Ist Aya Napa ihr fester Wohnsitz? Was hat sie... Ganz einfach. Ich will keinen Ärger mit der Polizei. Wenn man unangenehm auffällt, veranstaltet sie Razzier. Das ist schlecht fürs Geschäft. Also darum geht es Ihnen. Aber das ist ja fies, dass Karl sagt, oh, das ist aber ungewöhnlich. Also da hätte ich doch mit jeder anderen Person, wenn ich doch dann hier rumgegangen hätte, geguckt, was meint er denn, was ist ungewöhnlich in dem Raum. Aber offenbar spielt das gar keine Rolle, oder? Ist Aya Napa ihr fester Wohnsitz? Man muss sich im Leben entscheiden. Ich bin gern hier und ich brauche keine 100 Schritte in meinen Wohnbereich. Dieser Club wurde beim Bau Gans meinen privaten Bedürfnissen angepasst. Hoffentlich mit Schallschutz. Wie könnten sie sonst ruhig schlafen? Okay, können wir jetzt mit jedem noch nehmen? Müssen wir schon reden. Guten Tag. Ja? Ich wollte nur mal einen Blick riskieren. Haben Sie ein Boot im Hafen vor Anker? Kennen Sie Amanda Stiles? Nun langt es aber. Herkules! Okay, okay, ich bin schon weg. Oh Gott. Oh, das war ja wohl die falsche Frage, offenbar. Hat er mit dir jetzt zu tun? Hallo, lassen Sie sich nicht stören. Frechheit. Herkules! Bewege deinen Hintern und schmeiß diesen Knaben raus! Verschwinde, oder soll ich dir erst noch morsen? Lassen Sie sich stecken, Mann. Ich gehe freiwillig. Morsen? Ich kriege Klösschen jetzt auch direkt. Er sagt nur, hallo. Schmeiß den raus! Huch! Herkules! Steckt dieser Bursche bloß wieder. Huch! Keine Sorge, ich werde keinen Ärger machen. Manchmal reicht doch nur ein Huch. Ja, aber Gabi darf jetzt immer in den Club. Oder wie? Oder wird sie jetzt auch ausgeschmissen? Gucken wir mal. Herkules! Nee, okay, Gabi ist unser... Ui, 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 ui. Haben Sie Familie? Oh, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Sah der Bauplan kein Sicherheitssystem vor? Waren Sie es schon immer so hässlich? Kennen Sie einen Bernd Radtke aus Hamburg? Kommt da noch ein Spiegel hin? Hat sich für Sie etwas durch die EU-Osterweiterung geändert? Oh, oh, jetzt will ich aber noch mal ein bisschen was zur Osterweiterung wissen. Das interessiert mich ja jetzt mal doch. Hat sich für Sie etwas durch die EU-Osterweiterung geändert? Wie empfinden Sie denn NATO-Beitritt ehemaliger Sowjetstaat? Einfach so eine random politische Frage. Nun bin ich schon mal hier, dann bleibe ich auch auf Zypern. Egal mit was für neuen Vorschriften jetzt zu rechnen ist. Na, sehr erfreut sind Sie über die Neuerungen ja nicht. Haben Sie schon mal ein Gemälde geraubt? Ja, damals war das Top Aktuell, das stimmt. Aber wir können natürlich nur mit Gabi da rein, denn Gabi ist ja auch unsere Drogenexperte für Ali Spirali. Kommt da noch ein Spiegel hin? Sah der Bauplan kein Sicherheitssystem vor? Haben Sie Familie? Ich muss deine schmutzige Scheidung erdulden. Meine Ehe ist kinderlos geblieben, Gott sei Dank. Ich wäre kein guter Vater. Meine Ex wäre auch keine gute Mutter gewesen. Sie hat sich inzwischen tot gesoffen. Das klingt hart. Was? Ui, der hat eskalated quickly. Ui. Ui. Oh, naja. Aber fragen wir nochmal zur Osterweiterung. Ui, ui, ui. Was halten Sie von der Währungsreform? Ja, ich hätte noch einige Fragen. Wie stehen Sie zur deutschen Wiedervereinigung? Also das ist wirklich weird. Teils so super private Fragen, was mit der Frau ist und dann, also... Okay. Ja. Warum hat der Spiegel Kontaktlinsen? Haben Sie da einen Fleck auf Ihrer Linse? Also die, die... Der halbe Spaß an diesem TKG-Spiel ist einfach diese random Fragen dazwischendurch. Deine Frau Mutter kann sehr stolz auf ihren Sohn... Ich lasse die beiden Leber in Ruhe. Die werden eh alle immer rausgeschmissen. Ist der vielleicht im Hotel untergekommen, der Typ? Ich hoffe, am Strand ist alles zu eurer besten Zufriedenheit. Danke, wir können nicht klagen. Wirklich tolles Zelt. Wenn ich noch etwas für dich tun kann. Nee, der ist hier auch nicht nur... Der Gabi vielleicht, mit dem Blick fürs Detail. Jetzt, wo der Fall aufgeklärt ist, solltet ihr den Aufenthalt so richtig genießen. Ach, wissen Sie, wahre Detektive kommen niemals ganz zur Ruhe. Guck mal, ne Mal nie. Okay. Leider nur ganz kurz, ja, das Ordnungsgerät. Der Mann vor der Disco heißt Bernd Radtke. Er verträgt eine seiner neumodischen Kontaktlinsen nicht. Sie funkelt so seltsam. Vor der Disco steht der Besitzer der Redkey Solution. Die Hamburger Firma stellt Sicherheitssysteme her. Beim Bau der Disco wurde für den Privatbereich eine Alarmanlage von Redkey Solutions installiert. Die Alarmanlage lässt nur den Klubbesitzer Theo Horton in den Privatbereich hinein. Sie erkennt ihn an bestimmten Körpermerkmalen. Ja, kann schon sein, dass die Kontaktlinse alles öffnet. Dass es irgendwie so ein super Key ist. Vielleicht fällt sie ihm ja zufällig raus. Oder können wir, ich denke jetzt an den Koffer von Karl, können wir irgendwie mit dem Fingerabdruckspulver da... Nee, das ist auch kein Quatsch, ne? Ich möchte die ganzen schmutzigen Details nochmal beim Kloster gucken. Oh, Schäfflers Handy. Da höre ich mit. Wo steckt denn der Empfänger? In der Tasche. Da ist er ja. Nun bin ich mal gespannt, was sich bei Schäffler getan hat. Na, geh schon ran. Wird's bald? Ja. Wir sind noch nicht fertig. Ich bestehe auf unsere Vereinbarung. Sie besorgen mir das Bild. Ratzke, fangen Sie doch nicht wieder von vorne an. Versuchen Sie ruhig das Bild auf eigenes Wort zu ergattern. Ich habe meine Methoden und sie die ihren. Da schon müsste ich wissen, wo es steckt. Ich weiß nur, wo es garantiert landen wird. Und da wäre es kein Problem heranzukommen. Sind Sie absolut sicher, dass die gute Amanda dahinter steckt? Wundertpro. Ich habe einen ihrer berühmten kleinen glücklichen Kekse gefunden. Sie muss ich mir beim Überfall in die Tasche gesteckt haben. Sie übersehen mal was. Und? War ein Spruch dabei? Haben wir einen Anhaltspunkt? Nur das übliche Blablabla. Darauf gebe ich es nicht. Na, komm schon her. So, weg damit. Und Sie, Ratzke, können sich gefälligst selbst um die Dame kümmern. Ende der Durchsage. Amanda, Amanda, wo treibst du die Kota rum? Du warst am Hafen. Du warst hier am Berg. Wo magst du... Eine Warnzeit! Das ist doch der Gipfel der... Ach, das war es dann wohl. Aber die Aktion hat sich gelohnt. Ratzke, den kennen wir doch inzwischen. Also er hat Amanda Stiles mit dem Museumsdiebstahl beauftragt. Was wird Schäffler jetzt unternehmen? Wo befand er sich gleich? Wo befand er sich? Im Hafen? Hallo? Niemand da. Wie auf dem Berg? Da ist er ja. Kokis neuster Glücksspruch, der da lautet... Wenn die Nacht kommt, vermehlt sie Land und Meer. Langsam habe ich den Eindruck, dass die Sprüche gar nicht so zufällig sind und Miss Stiles gerne Katz und Maus spielt. Wenn dies ein Tipp ist, sollten wir den Sonnenuntergang abwarten. Hm. Wenn die Nacht kommt, vermehlt sie Land und Meer. Nachts kann man in die Höhle schwimmen oder was? Aber das ist jetzt offenbar Nacht. Wenn sich jetzt meine Brille verabschiedet, habe ich völlig im Trüben. Okay. Vielleicht bist du mal... Vielleicht eher mit Tim. Kaum zu glauben, dass gar nicht weit von hier das Leben tobt. Nichts wie in Halle auf dem Meer. Vielleicht haben sie mit unserem Fall zu tun. Sind das nicht Morse-Zeichen? Warte mal, Karl hatte doch dieses Morse-Ding. Oder verwechsel ich das gerade mal. In meinem Zelt. Und ich hatte gedacht, wir sitzen abends alle um ein Lagerfeuer herum und genießen den Urlaub. Ja, dann würde ich mal nicht mit einer Pärchen in den Urlaub fahren. So. Ja. Ja. Morse-Zeichen auseinanderzuhalten ist schon schwierig genug. Aber um sie zu entschlüsseln, brauchen wir meinen Spicker vor Ort. Klarer Fall. Okay. Sollte meine Ausrüstung nicht ungeschützt herumliegen lassen. Die sagen auch kein Wort, ne? Die gucken einfach nur... Creepy. So. Aber Tim muss jetzt auf den Berg. So, los geht's. Wie ich das so sehe, kommt vom Meer stets die gleiche Botschaft. Mal überlegen. Karls Merkzettel müsst ihr mir bei den Morse-Zeichen weiterhelfen. Konzentrieren, Tim. Gut. Mal überlegen. Korte stehen für kurze Signale, Striche für lange. Ich muss herausfinden, zu welchen Buchstaben oder Ansagen sie sich gruppieren. Und in welcher Reihenfolge. Ach du meine Güter. Ah, warte mal. Düt. Warte mal. Lang. Düt, düt, düt. Düt, 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 düt. Anfangen, warten, verstanden. Das ist lang, kurz, kurz. Das ist ja eigentlich nur das. Nee, lang. Ach du Schande. Das erste ist das Wort Anfangen. Düt. Ja, ja, stimmt. Hier geht es los. Okay, aber was ist denn jetzt? Geben. Geben ist doch ein bisschen zu kurz, oder? Irgendwas muss noch davor. Oder nicht? Ach nee, das ist der Anfang. Okay. Anfangen, geben. Okay, wir gucken es mal. Und jetzt? Düt, 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 düt. Im Ende. Macht aber keinen Sinn. Nee, das ist doch dumm. Die lässt es wieder weg machen. Bapp, bapp. Doch, es ist Ende. Da gibt es doch irgendwas, was da ähnlich ist. Da musst du jetzt wahrscheinlich ein Wort hin, oder? Geben. Geben. Es ist schon das, aber... Ich muss einfach nur die dritte Zeile anklicken und dann Ende sagen. Ach so. Ja, so muss es stimmen. Das Boot startet also eine Anfrage, aber der Gesprächspartner lässt noch auf sich warten. Oder wo bleibt sonst die Antwort? Ach so. Ach gut. Na gut. Okay. Das war jetzt dumm. Äh, hm. Wo bleibt die Antwort? Guck mal nochmal hier rein. Das Boot startet Anfang, geben Ende und wartet. So. Vorhin war die Pablo Picasso noch da. Aha. Das ist dieses hier teure Boot, die das da vorne rumschwimmt offenbar. Okay. Hm. Die Pablo Picasso also. Hallo, wo ist denn die Pablo Picasso hin? Müssen wir mit der Info jetzt nochmal auf den Berg? Oh nein, das ist die Abpumperung. Oh nein, das ist die Abpumperung. Hier wird es mir zu heiß. Rückzug. Ja, wie? Wie hier wird es mir zu heiß? Wenn sie hier ist, kann das Bild nicht allzu weit sein. Besser, ich mach mich vom Acker. Wieder auf den Berg. Aber jetzt, ja, das antwortet ihr jetzt. Jetzt müssen wir wieder, okay. Weiter geht es. Hier geht es los. Verstanden. Verstanden. Ende. Warte mal. Anfang. Roger. 3, 4 macht es. H, oder? Hörst du das 4? Hier. Aber hier jetzt noch ein H? H. Oder am Ende. H. Das Ende ist immer Ende, oder was? Verstanden? Habe oder sowas? H. 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 Ah. Oh Gott. Verstanden. B. Das ist doch kein B, oder? Hörst du ja. Hörst du einfach sein? Hörst du ja? Verstanden. Hörst du jetzt? Und jetzt? Und dann? Jetzt? Wie ist es denn hier? Ja, das ist jetzt. 2, 3, 4 D D E Die eine Hüte heißt Hades Ob es ein S Ja, ja, ja S Ja Ende So ist es richtig herum Was meint die Frau denn mit Hades? Darüber hat mir Mestals doch mal was erzählt Ich komme nicht drauf Ich wette, es hat mit der Übergabe des Bildes zu tun Ich muss mich beeilen Zurück zur Felsküste Schnell, schnell, schnell Zurück zur Felsküste Hm Lord Stiles hat eine der Grotten mit der Unterwelt zu tun Meines Wissens ist das nicht der bezeichnete Ort Das ist aber jetzt nicht wieder ein Labyrinth am Ende, oder? Leute Kommt mir jetzt nicht damit an Kommt mir jetzt nicht wieder mit einem Hades-Labyrinth Um die Ecke Wir empfangen kein Signal Dann befindet sich das Bild gar nicht hier Oder das Felsgestein behindert den Empfang So viel zum Thema Kühlschränke und zum Schadstoff, den sie produzieren FCKW Ja, brauchen wir wieder Detailgabe hier Die Hades-Grotte liegt doch irgendwo hier drunter Kühlschrank Die Hades-Grotte befindet sich unter mir Irgendwie muss Amanda Stiles doch hinuntergelangt sein Die Gemeinschaft der Umweltsünder hat mal wieder zugeschlagen Ein Wunder, dass heimlich beiseite schaffen nicht längst eine Disziplin der Olympischen Spiele ist Angenommen dort, wo der Kühlschrank liegt Das muss ich wissen Donnerwetter Das Schlupfloch muss Amanda Stiles entdeckt haben, als sie das Gemälde in der Grotte deponiert hat Aber wenn sich die Strickleiter oben befindet, ist ja die längst gelaufen, oder? Das Boot! Vielleicht bekomme ich noch mit, wer das Bild entgegengenommen hat Das wüsste ich aber Das wüsste ich aber Oh Mann, das wird knapp Beeilung, Beeilung Oh nein Ich bin zu spät Das Boot hat abgelegt Das Gemälde ist an Bord und wir verlieren das Signal Puh Ganz ruhig Denk nach, Gabi Haben wir das Boot nicht schon einmal am Hafen bemerkt? Ja Auf der Kasse Aha, ein Geldschein Die Stiles hat wohl bekommen, was sie wollte Ravgir macht blind, meine Dame Die 100 Dollar sind nicht das Einzige, was sie übersehen haben Der Peilsender ist ihm glatt entgangen Und wieder nach oben Oh, kurz habe ich gedacht Er kommt jetzt ein Labyrinth So, jetzt gucken wir mal am Hafen Ob die Papa Picasso da wieder steht Aha! Es würde mich nicht wundern, wenn der Scheinwerfer noch warm ist So Oh, wird jetzt So sind die Limmel Nachts natürlich in der Disco wahrscheinlich Oder jetzt rein Wenn der Disco-Denker denke ich an Karl Ja, das ist naheliegend Das ist ein Disco-Typ Haben sie da eine Linse? Was ist denn hier los? Wenn der Boss sagt, du kommst hier nicht rein Dann kommst du hier nicht rein Sie wissen wohl nicht, wen sie vor sich haben Ich bin Kunstdetektiv und befugt Wenn hier einer befugt ist, dann ich Gut, die sind beschäftigt So, jetzt will ich aber mal hier sehen Jetzt wird hier gedanst Guck mal, es ist ein richtiger Clubgänger Das sieht man sofort Mann, hier darf man aber keine Platzangst haben Hoffentlich stellt sich jetzt keine Tussi vor den Spiegel Und trägt Lippenstift auf Ich dachte, hier könnte man jetzt ein bisschen mehr sehen Ist auch ein bisschen leise hier drin, sage ich immer so Wie komme ich denn hier vorwärts? Was soll ich durch diese Privat-Tür? Dir werde ich's zeigen Lass mich los, du Grobian Kann ich auch nicht sagen Der Peilsender Wenn der Empfänger sich noch am Bild befindet Muss es sich weit hinter dieser Tür verbergen Also hat es jetzt Theo Horten der stinkreiche Clubbesitzer Wir müssen diese Tür beobachten, ohne aufzufallen Können wir deinen komischen Roboter hier aufstellen? Warte, ich muss zu den Zelten Oh, irgendeine Location hat er gerade Ja, das Zelt steht still Das Display ist nicht gerade riesig Aber für eine einfache Bildübertragung reicht es allemal Oh, kannst du nicht mitnehmen? Teig ist ein derart weiches Mineral, das es wie geschaffen ist, um daraus feinstes Puder herzustellen Ich sollte meine Ausrüstung nicht ungeschützt herumliegen lassen Oder ist es wieder zu prekär für unser Karlchen und Tim muss es machen Du putzt deine Brille? Das machst du doch meistens, wenn du aufgeregt bist Oder wenn sie so verschmiert ist, dass der Vollmond für mich wie Streichkäse aussieht Wenn das meine Eltern wüssten Ich sage ihnen, wir gehen Planschen, bilden uns fort und schlafen uns mal richtig aus Und was tun wir? Wir ziehen nachts um die Häuser Ich möchte gern Wie krieg ich denn das? Habe ich das jetzt schon in der Tasche? Habe ich das mitgenommen? Nee Mal sehen, ob dir die Luft auch weiter oben bekommt Was fällt ihnen ein? Hey, Hilfe! Nee, ich hab das nicht mit, ne? So richtig voll wird es sicher erst nachmitteln Was denn hier? Hey, der neue Spiegel ist da Mann, sitzt der Ja, fest Ja Hä? Was machen wir hier mit genau? Perfekt Jetzt sieht man zusätzlich den Privatbereich Ja Und jetzt brauche ich noch das Ach, hier wollen wir die Kamera verstecken, oder was? Verstehe ich das richtig? Jetzt brauche ich wieder Karl Ich denke, drei verschiedene Kamerapositionen sind für den Roboter völlig ausreichend Roboter nehmen wir jetzt immer die Ähm Endlich habe ich sämtliche Probleme beseitigen können Super Oder muss jetzt wieder Augen-Gabi da gucken? Warum hat er denn dann extra eine Kamera mit, wenn jetzt Gabi einfach nur guckt? Na ja Was denn? Herkules weit und breit nicht zu sehen? So ein Glück Gibt es sowas? Herkules? Also kontrolliert er zwischendurch auch die Tanzfläche Und die interessiert uns wiederum nicht So Linsen-Gabi Sperrt der Äuglein auf Jetzt Hey Das ist doch Schäffler Ich bin also nicht die Einzige, die Herkules Abwesenheit nutzt Hinter der Wandverkleidung verbirgt sich ein weiterer Eingang Das muss der eigentliche Privatbereich sein Ja Mann, ist der überheblich Da habe ich unserem Kunstdetektiv Unrecht getan Er checkt nur die Lage Sieht nach einer Einnahmenanlage aus Mit Lichtschranken Das dachte ich mir Er kann sie nicht umgehen Nur wer Theo Hortens Körpermerkmale besitzt, kann passieren Das zumindest wissen wir Irgendwo hinter der Wandverkleidung wird sich Kubisheks schöner Schelm befinden Oder doch nicht? Wir brauchen Beweise, sonst machen wir uns lächerlich Oder Schäffler hat gezögert Und ob er die Polizei hinzuziehen würde, sei mal dahingestellt Okay Jetzt sind da Lasersachen Ich glaube, wir müssen Ja, wie kriegen wir jetzt die Augen von dem Clubbesitzer? Jetzt wird es langsam FSK 18 Der erste Mord von TKKG Also liegt des Rätsels Lösung nicht hinter der Tür, sondern hinter der Wandverkleidung Schäfflers Alleingänge in allen Ehren Aber zu viert geht's besser Bestimmt kann uns Karl bei den technischen Fragen weiterhelfen Oh, Finale oder was? Nein, lieber nicht Das hört sich gerade Wenn man zu viert irgendwo hingeht, dann ist das doch immer Oh, Sachen sind ausgegraut Ich glaube, wir nähern uns am Ende Der wird doch Schäffler nicht abgemockst haben Zuzutrauen wäre es ihm Geh weg Aber jetzt kann man da gar nicht hin Was? Moment Ja, ich muss noch mal in meinen möglichsten Club Oh ja, ja Das Finale ist nah Im Spiegelkabinett ist nur noch ein Spiegel mehr Tim hat den neuen Spiegel im Club ein Stückchen gedreht Durch den Trickspiegel lässt sich im Privatbereich gucken Wandverkleidung ist der Eingang Das hat der Kunstdetektiv Schäffler entdeckt Vermutlich befindet sich dahinter das Bild Aber wie sollen wir rankommen bei all den Lichtschranken und Alarmanlagen? Bestimmt kann Karl uns mit der Technik helfen Können wir denn jetzt endlich mal was mitnehmen? Also wir können ja eigentlich nur Location-Zelte Die Fernbedienung Der Bewährungsprobe meines Roboters steht nichts mehr im Wege Jetzt kommt nämlich endlich mal der Dann nehmen wir das auch noch mit Jetzt nehmen wir alles mit Wo gar nichts drin ist? Na gut Auf geht's Bottica 4 Auf dich wartet zwar keine Mars-Mission Aber du kannst uns dabei helfen Ein paar irdische Untiefen auszuloten Jetzt trommel ich noch Gabi, Tim und Klößchen zusammen Und dann geht es gemeinsam in den wirklich interessanten Teil der Disco Ui, Leute, Finale Mein Glück färbt auf euch ab, Jungs Hercules treibt sich bestimmt auf der Tanzfläche herum Hauptsache, er hockt nicht hinterm Trickspiegel und beobachtet uns Soll ich nicht erst wieder den anderen Spiegel zurückdrehen? Wenn er hinterm Trickspiegel hockt, bekommt er das mit Inzwischen dürfte die Disco so voll sein, dass sich sowieso kein freier Blick mehr bietet Wenn ich auch mal was sagen darf Wir lassen das Spiegelkabinett links liegen und nehmen uns jetzt die Wandverkleidung vor Dann los, ehe uns einer sieht Okay, jetzt wird's interessant Was wird es wohl sein? Ein Labyrinth oder ein Labyrinth? Wir schieben die Wandverkleidung beiseite So wie Schäffler Und dann? Karl? Dann lassen wir meinen Roboter unter die Lichtschranken hindurchlaufen Und den Raum dahinter ausspionieren Dazu müssen wir wissen, wie tief die niedrigste Lichtschranke verläuft Klar, sonst geht der Alarm los Er soll uns anhalten, er wird doch noch auffallen Ihr drei, gib mir Rückendeckung Geht klar, Tim Okay, ordentlich Wir sind startklar Sie klemmt Moment Karl, dreh dich um und zieh dir das mal an Dieses Gerät ist dazu da, um eine Iris zu scannen Also erkennt das Sicherheitssystem Horton anhand seiner Augen Siehst du das Logo? Ein roter Schlüssel Das System stammt von Red Key Solutions Du Horton hat keine Ahnung, dass die Firma ausgerechnet seinem Rivalen gehört Bernd Radke Radke, Red Key Na Logo Wenn man den deutschen Namen Radke englisch ausspricht Ergibt das Red Key Ich habe mich alle vier ausgefühlen, der war ein Kind Unser Körper hat eben seine Art von Alarmsystem Sag mal, quatschen wir jetzt über Anatomie oder geht es langsam weiter? Wir sind schon so lange unauffällig, dass wir anfangen damit aufzufallen Red Key So, jetzt kommt das Pulver Willst du oder soll ich? Lass mich Dank Gabis Nacken bin ich am Pusten geübt Du wirst sehen Was? Mann Komisch Kein einziger Lichtstrahl Haben wir was falsch gemacht? Wohl kaum Die Schlussfolgerung liegt klar auf der Hand Der Augenscanner hat den Geist aufgegeben Wann wir das etwa? Er, glaube ich, jemand hat ihn professionell ausgetrickst und dazu gebracht, sich abzuschalten Was nun? Mensch, Jungs, dann lasst uns hineingehen Genau Dank Gabis Nacken bin ich am Pusten gewöhnt Wartet Ich schiebe die Wandverkleidung wieder vor Vorsicht Das sind Stufen Es geht hinunter Eine Wendeltreppe Scht Ab sofort kein Wort mehr Guten Abend Oh Schön, dass wir uns mal persönlich gegenüberstehen, Horten Bernd Radke Tatsächlich Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir uns begegnen Wie haben Sie es hierher geschafft? Hätten Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, wäre Ihnen nicht entgangen, dass mir außer gewinnträchtigen Aktienpaketen ein Unternehmen gehört Red Key Solutions Klingelt's? Das Sicherheitssystem Wenn es so unzuverlässig ist, kann es um Ihre Firma nicht so gut bestellt sein Im Gegenteil Unsere biometrischen Sicherheitssysteme arbeiten heutzutage einwandfrei Keine Chance, an Ihnen vorbeizukommen Aber ich habe bemerkt, dass Sie eine Version besitzen, die wir vom Markt nehmen müssen Von einer Rückrufaktion ist mir nichts bekannt Es gab keine Die Version, die Sie besitzen, fiel auf, weil sich ein paar Kunden beschwerten Brillenträger Unsere Serviceleute besserten gratis nach Die Scanner ließen sich bisweilen durch Lichtreflektionen irritieren Das untersuchte ich genauer Ein kleiner Spiegel in der Kontaktlinse und geschickt das Auge bewegt Voila! Salopp gesagt, der billige Sensor-Chip verkracht sich mit der Software Sie wollen den Schelm, nehme ich an Bei unserem letzten Chat haben Sie mir zu viel damit geprahlt, Styles abgeworben zu haben Unser kleines Wetteifern in Ehren Aber der Museumsdiebstahl durch Styles geht eindeutig auf mein Konto Oh, zugegeben, Schäffler war eine zweitklassige Wahl Und wir vier stehen jetzt da, oder? Dass Sie gerade Ihren Spießgesellen erwähnen Mein treuer Harkules hat mir ein ganz besonderes Stückchen geschnürt Wussten Sie, dass der arme Schnüffler unter Platzangst leidet? Sehen Sie nur, wie er sich bemüht, von seinen Fesseln loszukommen Gönnen wir ihm den Spaß Endlich! Geben Sie auf, Horten! Radke hat eine Waffe auf Sie gerichtet! Das macht zwei gegen einen! Oh, oh Radke! Was haben Sie getan? Dadurch, dass Sie den Iris-Scanner ausgeschaltet haben, kann hier jeder einfach rein spazieren Sehen Sie Kinder Hallo? Nein! Damit heißt es jetzt, sechs gegen einen! Verabschieden Sie sich schon mal von dem Bild! Von wegen, Radke! Sie glauben doch nicht, dass wir gemeinsame Sache mit Ihnen machen! Wir wissen alles und Schäffler kann sich reinwaschen, wenn er das Bild dem Museum zurückgibt Äh, genau, das macht uns fünf gegen Sie beide Ihr habt vergessen, wer hier das Sagen hat! Bitte denken Sie an die Sammlung, die Einschusslöcher, das viele Blut! Lassen Sie es gut sein, Radke! Sie wollten beweisen, dass Sie mir ebenbürtig sind und das haben Sie! Ich an Ihrer Stelle hätte genauso gehandelt! Wir sind aus dem gleichen Holz! Ach, ich schenke Ihnen das Bild! Lassen Sie uns nur von hier verschwinden! Und die Kinder? Die überlassen wir gemeinsam mit Schäffler Ihrem Schicksal! Gut! Was haben Sie vor? Das ist kein Labyrinth hinter! Taube, Trauben, Klauen, Knaben! Was? Taube, Trauben, Knabbern? Was? Ha, 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 ha! Ah, Sie haben sich hier drin nicht allein auf mein System verlassen! Und hier kommt auch Ihr Herkules durch! Verstehe! Macht's gut, Kids! Ich lasse Euch ein paar Wochen schmoren! Falls Ihr einen schnellen Tod vorzieht, berührt eine Lichtschranke! Dann kommt der Zimmerservice und macht Eurem Leiden ein Ende! Das ist keiner berühmt! Zählen mir doch nichts! Oh nein! Hinter uns hat sich auch eine Tür geschlossen! Schäffler ist nicht der Einzige, der in einer Nische festhängt! So schnell geben wir uns nicht geschlagen! Sie haben vergessen, mir das Handy abzunehmen! Ha! Äh, Astenomia? Police? Nee! Kommen Sie! Äh, come to Sci-Club! Please! Hallo? Hallo! Keine Verbindung! Und ich kann mich hier nicht vom Fleck rühren! Bleibt alle, wo Ihr seid! Wir müssen die interne Alarmanlage abschalten und für frische Luft sorgen, sonst gehen wir drauf! Okay, also... Das ist ja... Äh, das war auf jeden Fall erstmal eine halbe Stunde der Bond-Bösewicht erklärt, äh... was so abgeht. Okay, was ist das jetzt hier? Gamma? Delta Epsilon, oder was? Hat das irgendwas... Das steht doch nicht einfach so da, oder wie? So, was machen wir denn da jetzt? Liegt das im Boden, ja? Das war hier der Knebel, den er ausgespuckt hat. Eye of Horrors, please! I'd like to go... Zita, please! Kleiner Only-Connect-Sider. Ja, okay, Roboter raus erst mal. Wenn sich hier noch einer frei bewegen kann, dann Bottica 4. Mit seiner Hilfe müsste doch die Tür zu öffnen sein. Ich weiß noch, was Horton gesagt hat. Es klang wie ein Merkspruch für die richtige Reihenfolge, in der die Knöpfe auf der Tastatur gedrückt werden müssen. Der Spruch lautete Taube, Trauben, Klauen, Knaben. Taube, Trauben, Klauen, Knaben. Okay, dann zückt die Fernsteuerung und schickt den Roboter los. Okay, ich erklär's euch kurz. Hier lässt sich Bottica 4 im Raum steuern. Hier lässt sich einstellen, welchen Blickwinkel seine Kamera haben soll. Bottica 4 hat sogar einen kleinen Zoom für die Kamera. Damit kann ich das Bild ein wenig näher heranholen. Und hier kann ich die Helligkeit des Kamerabildes ein kleines bisschen verändern. Hiermit lässt sich auf dem Bildschirm ein Ziel im Raum anvisieren. Und damit lässt sich harmlose Munition abfeuern. Alles klar. Konzentrier dich aufs Steuern. Wir gucken mit dir, was sich auf dem kleinen Bildschirm tut. An dieser Stelle ist im Livestream leider mehrfach das Spiel abgestürzt. Zum Glück gibt es aber unsere Technik-Hackerin Caro, sodass ich euch die letzten Minuten vom Finale doch noch im VOD zeigen kann. Danke an Caro und viel Spaß noch. Wie lange hält Bottica 4 durch? Siehst du die Energieanzeige? Sie zeigt, wie viel Saft im Roboter bleibt. Wir sollten aber klug vorgehen. Jede sinnlose Aktion kostet uns wertvolle Energie. Und die Batterie wird nicht endlos durchhalten. Okay. Also los. Tauben, Trauben, Klauen, Knaben. In anderen Worten, das ist mal wieder ein Zeitspiel. Nur, dass wir im Gegensatz zu anderen TKG spielen, diesmal tatsächlich sehen, wie viel Zeit wir noch haben und das nicht einfach erraten müssen. Also, Taube sehen wir da hinter dem guten Mann. Das heißt, wir gehen ja auf die, wie wir schon gesehen haben, auf die auffälligen griechischen Buchstaben, die wir da oben sehen. Und hier haben wir Gamma. So, da haben wir die Trauben. Mehr gibt Bottis Kamerasoom nicht her. Zaube haben wir, Trauben haben wir. Wenn ich nur rechtshaltig die Polizei verständigt hätte. Und die Trauben sind... Das ist die maximale Position. Weiter geht es nicht. Alpha. Also, Gamma, Alpha. Taube, Trauben. Wo sind die Klauen? Da müssen wir uns am Ende eingeben. Also, hier sind auf jeden Fall viele Knaben zu sehen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon! So, der hat auch noch eine Abreibung verdient. Nee, Karl, hör auf mit dem Unsinn. Wir brauchen die Munition vielleicht noch. Du hast ja recht, Gabi. Aber da sind die Klauen. Aber verdient hat er es gehabt. Da sind die Klauen neben ihm links. Also, auch Gamma. Die Luft hier drin ist zum Ersticken. Die Luft hier drin ist zum Ersticken. Gamma war das Erste. Zack. Gamma. Alpha. Alpha. Nochmal Gamma. Wenn ich nur recht. Zack. Gamma. Und eins runter. Ich kann einfach nicht mehr lange stillstehen. Beeilt euch gefälligst! Ein Schuss noch. Das schaffen wir ja locker. Sieht da. Let's go. Wir haben es geschafft. Dem Himmel sei Dank. Dann ist mein Notruf doch noch rausgegangen. Ach, frische Luft. Und die Verbrecher haben es gerade mal bis an die Oberfläche geschafft, wo sie der Polizei in die Arme gelaufen sind. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Der Spruch bewahrheitet sich auch auf Zypern. Hören Sie. Ich bin Philipp Schäffler, Kunstdetektiv. Diesen Fang haben sie mir zu verdanken. Wie bitte? Lass ihn doch, Karl. Die Wahrheit über Radke, Horten und Konsorten kommt dank uns jetzt sowieso heraus. Prima. TKKG ist es gelungen, die Situation zu meistern und heil davon zu kommen. Susanne und ihr Freund haben die gute Nachricht bereits erfahren. Ich bin beeindruckt. Wisst ihr überhaupt, was die Kunstwelt euch zu verdanken hat? Die Polizei hat unter Hortens Disco viele berühmte Gemälde entdeckt, die in den letzten Jahren aus Museen und Privatsammlungen gestohlen worden sind. Und dann noch Radke. Mal sehen, was die Polizei bei der Hausdurchsuchung bei ihm in Hamburg alles findet. Radke und Horten haben sich auf einer Auktion im Internet kennengelernt. Sie waren Rivalen. Jeder von ihnen wollte die wertvolleren Bilder besitzen. Tja, und nun sind die beiden über vier Detektive gestolpert und über einen kleinen Roboter. Das wird Schäffler nicht gefallen. Auch der Kunstdetektiv wird verhört und zur Rechenschaft gezogen werden. Der Fall ist gleich doppelt und dreifach gelöst. Danken wir Dieke, der Göttin der Gerechtigkeit. Und Themis, Göttin der Ordnung und des Rechts. Und Nemesis, Göttin der Vergeltung für Übeltaten. Und Grabi, der Klugscheißerin. Ha! Bei so viel Frauenpower hat Hermes, Gott der Diebe, natürlich keine Chance. Aber Hermes beschützte nicht nur Diebe. Er ist auch der Gott der Kaufleute-Klößchen. Noch einer, der ein doppeltes Spiel treibt. Apropos, was ist denn mit Amanda Stiles? Hat man sie gefasst? Bislang nicht. Aber die Polizei fahndet bereits weltweit nach Cookie. Hm. Schlechte Nachrichten, Nico? Was haben Sie da? Doch nicht etwa einen Glückskeks? Wie? Ja, ein Glückskeks. Er lag hier und war schon angebrochen. Stammt er von euch? Nein, aber... Ach, lesen Sie einfach vor, was auf dem Zettel steht. Er ist handgeschrieben, nicht wahr? Und es ist eine weibliche Handschrift. Euer Scharfsinn überrascht mich immer wieder. Also hier steht, wenn der Keks aufbricht, gebührt den Krümeln Respekt. Hä? Damit will Amanda Stiles alias Cookie wohl sagen, dass sie sich verkrümelt hat. Und stolz auf uns ist. Wir müssen ihr doch nicht etwa hinterher. Denk an unsere Reisekasse. Malaysia, Rio, Reykjavik, alles nicht drin. Nein, nein, die Polizei kann ja auch mal was machen. Außerdem sollten wir endlich mal anfangen, unsere Ferien zu genießen, oder? MVP sind diese Pausen tatsächlich. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ja, und heute geht alles auf uns. Kalidia Skedasi, viel Vergnügen. Endlich. Dem Ferienspaß steht nichts mehr im Weg. Und wenn Tim, Karl, Gabi und Klößchen gut erholt reinkehren, heißt es bestimmt bald wieder, ein neuer Fall für TKKG. So, und das war's. Das war der 14. Teil von TKKG. Das heißt, wir haben jetzt noch Teil 15 und 16 vor uns. Vielleicht auch noch den 17. Da muss ich mal gucken, ob der sich zu sehr von allen anderen unterscheidet. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt hier fand. Also ich bin auch nicht so super begeistert wieder. Aber das werden wir auf jeden Fall genauer besprechen in unserer kleinen Tierliste, wo wir ganz am Ende nochmal alle Teile durchgehen und da Pro und Contra hinschreiben und die sortieren, was war der Beste, was war der Schlechteste. Wo hat man welche coolen Sachen noch in Erinnerung. Ich fand es hier ein bisschen komisch, dass am Ende noch dieses Drogen-Thema da noch irgendwie rein sollte. Das hätte man, glaube ich, auch noch weglassen können. Aber, ja, und wenn halt irgendwo. Aber das ist ja, gut, das haben wir bei allen Teilen, wenn du halt irgendwo acht Fragen stellen kannst, sag ich mal. Und musst dann irgendwie achtmal aus diesem Bild raus und achtmal den Berg wieder hoch, um da wieder die nächste Frage zu stellen. Also irgendwann wird es ein bisschen nervig. Aber ich glaube, wir hatten noch hier diesmal eine Stelle, wo wir nur eine von denen gefragt haben und das war dann direkt die richtige, in Anführungszeichen. Und dann ging es auch schon weiter. Aber ja, also wir reden im Detail nochmal darüber, wenn wir das alles ein bisschen ausführlicher besprechen, nochmal jeden einzelnen Teil. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Falls ihr die anderen Teile nicht gesehen habt, dann schaut auch gerne mal, ja, in einen Teil vor 14 rein. Und die sind teilweise auch noch anders gemalt und ein bisschen anders aufgebaut. Und dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen sehen, was da die Unterschiede sind zu den neueren und den älteren Teilen. Und bis dahin, macht's gut. Bis bald.